Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Crysis Core Final Fantasy Reunion. Lange, lange ist es her, dass wir das gespielt haben. Ich glaube schon zwei, drei Monate nicht mehr geführt. So, und ich habe heute noch den guten Lichti dabei. Hallo Lichti! Hallo, hallo! Wieder schön da zu sein. Wieder schön, Crysis Core zu spielen. Wir haben bald 100% euch gehört. Ja, und warum stellt Twi- ach, ey. Macht Twitch schon wieder nichts an Ding? Ja, wir spielen nämlich Games und Demos auf einmal. So, ich habe gehört, wir drücken jetzt auf den Knopf hier. Nein, wir drücken tun wir nicht, um Gottes Willen. Wir sind noch lange nicht so weit dafür. Na ja, du konntest theoretisch schon drücken. Aber das wäre Selbstmord. Kommt drauf an! So ihr Lieben, es gibt heute wieder Missionen und das heutige Ziel ist, also mein persönliches heutiges Ziel, ich weiß, das werden wir heute eh nicht schaffen, ist diese Mission hier fertig zu machen, damit wir langsamer Richtung Ende gehen. Wie gesagt, ich möchte langsam fertig haben. Ich liebe dieses Spiel, aber es langsam ist gut. So. 100% Beat, let's go! Ach so, da hat man hier bei der 3.5 hat man ja auf die Mütze gekriegt. Ja, da... Ich glaube, du warst zu passiv, das war das Problem. Aber wir können ja später Missionen angehen. So, und deswegen machen wir Mission 4.5, Vernichtung der Lunares-Einheit. So, 4.5.1, Neutralisierung der Kommandeure. Nach der Vernichtung ihrer Anti-Soldat-Monster sind die verbliebenen Wut der Rebellen nun im Begriff, sich neu aufzustellen. Bei einem Treffen ihrer Kommandeure sollen neue Pläne für künftige Anti-Schindra Aktivitäten geschmiedet werden. Nicht mit uns. Stürme unverzüglich ihrer Basis. Zwei Drohnen und es gibt als Belohnung die 3... die Try-Blitzka. Und es ist eine... Was hat denn noch 3-Blitzka dazu? Oder 3 oder Try... Und wir drehen uns wieder um. Erfahrungsgemäß finden wir hier keine Kiste. Okay. Muss hier... Das war nicht. Diesmal nicht. Erstmal einen B.I.B. join in dem Chat. Heads up! What a love this! God, this'll do! That's enough! Ohohoho! Oh no you don't! Wuhuu! Hi Lichty! Du bist doch immer wieder dabei! Oh yeah! Hi! Ich bin... Ich spiel zudem bei Wilma Mette auf meiner PSP. Genau, Lichty spielt auf der PSP. Mhm. Und unter... Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wie das nochmal wieder mit... Okay, man könnte mit... Mit R2 konnte man schneller rennen. Okay, 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 okay. Okay, ist die Kisten, ne? Heads up! This is gonna sting! Apropos, ähm... Soll ich mal ein bisschen was mir diese Panzerschwertgeschicklichkeit erzählen? Das kannst du gerne tun! Sollst du sogar! Hm, ich hab da nämlich was durchgelesen. Die Panzerschwertgeschicklichkeit erhöht sich... NUR... Wenn man von hohen... ...stufigen Gegnern geschlagen wird. Aber nur wenn man X und 4 drückt. Das geht aber nicht ewig. Und sie hört sich auch NUR... ...wenn die Gegner stark genug sind. Von eurem Level abhängig. Also nicht mit eurer Stärke abhängig sind. Von eurem Level. Oh yeah! Also wenn du... Nicht hoch gehst, dann heißt das... Jupp! Ich muss dich mal ganz kurz dezent lauter stellen. Ganz, ganz, ganz grob. So besser? Ne, ich muss dich lauter stellen auf der Konsole. Ach, achso, alles klar. So. Und du hattest ja mir... Soweit ich das jetzt noch... ...mich richtig im Sinne... ...hattest du mir ja... ...erzählt... ...dass... ...man wohl nicht... ...auf die 100% kommt. Ein Loderreif erhalten gerade. Man... ...kann auf die 100% kommen. Es ist nur etwas weird. Wie man davon kommt. Du musst nämlich einen Gegner finden, der auch... ...sie Protest macht. Also... ...der Schutz vor fische Angriffen hat. Und du musst 95% Geschicklichkeit haben. Dann springt das von 95% auf 100. In einem Schlag. Naja... Wir haben's doch fast mit 47,66. Was? Wir haben's doch fast. Ein kleiner Spoiler eventuell. Also nicht dennoch, wenn ihr den nicht nennen wollt. Wir haben schon alle Fertigkeiten von Franz Spät erhalten. Wir kriegen nichts mehr alles. Was? Muss ich aber sagen... ...find ich eine schöne Neuerung. Muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt das. Also das Panzerschwert finde ich auch eine gute Neuerung. Aber ich hätte eine Belohnung gewünscht für 100%. Und die 100% erreicht. Weil das ist gar nicht mal so ohne. Das ist ja so eine... ...so ein Rätsel könnte man sagen. Du musst das jetzt rausfinden, wie die 100% erreicht. Und was kriegst du? Nix! Nennt er... Nada! Du kriegst keine Trophäe dafür? Nicht, dass ich wüsste. Man kriegt wirklich gar nichts dafür. Man kriegt sogar bei Zelda, wenn man alle Crocs sammelt, ja mehr. Blitz... Wir haben zwei Blitzger erhalten gerade. Ah, schöne Magie. So, jetzt erklärt mir mal bitte, warum jetzt gerade angezeigt wird, dass ich gerade seit 22 Sekunden aktiv bin. Am Streamen. Weil Twitch die ersten... Weil Twitch die ersten 5 Minuten aus Gründen nicht wirklich übernimmt. Aber man sieht, dass du 5 Minuten schon streamst. Alles klar. Das ist manchmal weird. Ja, es ist weird. Ich hab das auch schon rausgefunden. Ähm, wo waren wir denn jetzt? Äh, 4er. So! Äh, 4er ebenso. Ja, ja, ja. Die letzten Wu-Tai-Jana. So, die Wu-Tai-Rebellen haben ihren Anführer verloren. Und die Lunaris-Einheit ist ohne ihre Handlanger mehr als geschwächt. Sie sind unsere... Dies ist unsere Chance. Dringe in den letzten noch übrigen Wu-Tai-Stützpunkt ein. Und beende diesen Konflikt, bevor die Wu-Tai-Jana sich erholen können. Zwei Kisten gibt und es gibt einen Platin-Ralf. Und Mission 8, also Stufe 8. Also wir kriegen... Können wieder ordentlich auf die Mütze kriegen. Wie beim letzten Mal. Let's go auf die Mütze! Und wir drehen uns wieder um. Nein, es will gar keiner. Ich wünsch' ja, kann auch so PSP auch so laufen wie du. Das geht nämlich nicht. Ich muss immer so ganz lang vorhin latschen. Nein, 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 nein. Ich muss erst mal ganz kurz wieder in die Steuerung reinkommen, ihr Lieben. Es tut mir echt leid. Oh, kein Schleiß. Oh, wir haben wieder gelevelt. Ja, und Stufenaufstieg! Oh, 67! Oh Mann, ich bin grad mal auf 50! Ja, cool spiel auch auf schwer. Da ist die DBW ein bisschen hackliger. Die DBW liebt mich. Die liebt dich einfach. Ja. Ich glaub das gleich war im Juni und hier haben sie generell etwas einfacher gemacht. Ich hab keine Ahnung, FP... Also wo die DBW ja 7, 7, 7 sind. FP Boost plus 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 haben wir grad erhalten. Wir haben alle Kisten und das... Let's go. FP plus 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 ist ne Materie, die brauchen wir nicht wirklich. So, jetzt hat mich grad einer geschlagen und ich hab gerade ein Aufstieg bekommen. Ich krieg... Ich krieg... Hallo, nein, Delta! Hallo, Delta! Willkommen im Stream! Ein Platin-Reifer halten! Na, wie geht's dir? Ich hoffe dir geht's gut. Platin-Reif, Platin-Reif-Reif! So, Moment, ich muss wieder was trinken, sonst krieg ich Ärger, wenn ich nix trinke. Immer schon, immer schön drüber bleiben. Mir geht's gut und dir? Freut mich, äh, freut mich, dass es dir gut geht. Mir geht's so halbwegs wieder besser. War gestern sehr kränklich, konnte deswegen gestern nicht streamen. Und deswegen... Heute geht's mir ein bisschen besser. So. Vernichtung der Lunaris-Einheit. Die Eliminierung der verbliebenen Wut-Rebellen hat die Lunaris-Einheit merklich geschwächt, sodass sie keine weiteren Anti-Shinra-Aktivitäten durchführen kann. Dennoch rechnen wir mit weiteren verdeckten Operationen ihrerseits. Setze deine Vernichtungskampagne gegen ihre Basen fort. Ich hab erst Besen gelesen. Drei Kisten und es gibt die Bannklinge. Die ist ziemlich gut. Ja? Wenn man sie nutzen kann, ja. Turnaround und es gibt wieder keine. Ich drück immer die falsche Taste, Mann. Wir nehmen einen Kleber und kleben die Taste weg. Ne, ich drück immer... Ich brauch... Hallo, ich brauch die Dreieck-Taste. Aktivieren Combat-Mode. Ach, schuldigung, ist ohne der Körper. Oh, Katze. Die Katze gehören. Aber schön, dass du wieder da bist, Delta. Freut mich, dass du da bist. Und wieder erfahrungsgemäß kommt bestimmt was auf der Brücke jetzt. Ne? Das ist immer so... Was zum... Was? Melanie hat das Spiel kaputt gemacht. Hab ich nicht. Also ich kann eigentlich nur, dass man die Brückengegner so gut wie gar nicht... Ich weiß, dass es geht, aber sie gut wie gar nicht umgehen kann. Und Diamantant zu. Da war keiner. Ich hab's... Ich hab's zweimal, glaub ich, hingekriegt. Ist nicht einfach. Oh, nö. Oh, nö. Der Gegner wollte einfach nicht... Ich glaub mir, wusste schon, ich bin tot, also verspült sie. Naja, wahrscheinlich. Vor allem diese Prozentanzahl, wie wird das manchmal hoch geht. Wir hatten jetzt gerade ähm, einen Anstieg von 0,01 Prozent, dass es irgendwie ein bisschen wird. Ich sag ja, das hängt von den Gegner ab, welche Level sie sind und was du machst. da kann ich da muss ich ja die spezialfähigkeit eigentlich zugesehen gar nicht doch die ist ja gegeben du musst in die stellung gehen in die eingriffsstellung und dann ist das spiel auch multipliers lieber nein leider nicht es ist in anführungszeichen nur ein remaster von dem psp spiel und auf der psb konnte gab es auch kein multiplayer wohl manchmal wäre es ziemlich nice gewesen so hat usk ich die weißt du das war zufällig ab zwölf dürfte das spiel sein ja irgendwie so in der richtung wurde gerade viel gebissen also ab 18 ist es definitiv nicht ne 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 ab 18 ist es definitiv ich kann aber gerne mal nachgucken ganz kurz genau während dessen licht wir müssen sowieso immer wieder mal ein bisschen warten die psp ist halt alt ok 12 12 und dann ist hier ja usk 12 genau perfekt so ne du bist schon da ne irgendeine habe ich jetzt nicht jetzt geht das ewige suche nach der kiste weiter die neue serie die kiste die nie gefunden wurde obwohl ich muss ja nicht zu ihm ich muss ja nicht auf ihn zugehen ernsthaft jetzt wo ist die kiste hier war keiner mal gerade geguckt habe ich eine kiste übersehen ich wünsche dir viel viel spaß beim fußball spielen und ich denke mal wir machen heute ordentlich was weil ich möchte ja mit dem questzeug fertig werden ja natürlich dann schreibe ich dir das nebenbei auf also wie gesagt ich wünsche dir viel spaß beim fußball spielen krick krick und so und hau den ball so ich brauchst ganz mit deiner todessense hier ankommen ah die todessense gegner ja 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 so wo ist die böse kiste da alter da ist alles ist auch die wacke versteckt was haben wir adamant adamantit reif ich hatte dieses wort wie war es letztens adamantitten adamantitten ja die wacke Ich habe dich runter und das wird nicht sein. Was ist jemand, den ich freundlich aus? Ja, ich bin nicht verkehrt, muss ich. Aua, hallo? Und wir kriegen wieder SP, die wir ja ganz dringend, ganz, ganz dringend brauchen. Ja, die werden, wir werden auch sehr viel davon brauchen. Ich kann dir später sagen, wie man die ordentlich hat. Oh gut, warte, Ungeal, warte, Ungeal, Ungeal, nein, kein Ungeal. Ja, uns fehlt noch eine Ungeal-Szene, glaube ich, oder? Ja, eben, deswegen. Wenn sie nicht kommen, müssen wir das nämlich oft gemacht, in der 1000-Mann-Mission. Für die 100% der DPW gibt's etwas sehr Schönes. Ja, und ich möchte die 100% DPW. Mhm. Aber wenn die DPW sagt nein, dann kann man kaum dagegen was machen, oder? Obwohl wir können später einen Shop von Items kaufen, damit das ein bestimmter Charakter überkommt. Ja, ja, weiß ich. Das hat man ja schon. Ich glaube, da wird's auch drauf hinauslaufen, dass wir die am Ende dann doch kaufen müssen. Ja, kaufen und dann eine Mission rein, die relativ einfach ist, und einfach so nebenbei laufen lassen. Also eigentlich kann man dann die 1000, so gesehen die 1000-Mann-Dings, so ganz krass gesehen. Ja. So werden wir wieder geheilt, ja. Oder du gehst nicht in die 1000, sondern in die 100 und tust einfach nix, nimmst Regena mit und let's go. Das geht auch. So. Ausflöschung der Lunaris-Einheit. Ein Großteil der Stützpunkte der Lunaris-Einheit in Wutai ist inzwischen zerstört, wodurch ihr Kommunikationssystem zunehmend schwächer wird. Jetzt gilt es, den Druck auf die Lunaris-Einheit hochzuhalten. Zwei Kisten und es gibt den Kobalt-Schlag. Und jetzt mal ganz kurz gucken, was wir hier noch kriegen. Wir sind grad fast bei knapp 80 Prozent. Die Mega-Vita, Naturgewalten und die Taira-Seele. Und jetzt ab 80 Prozent sieht man, dass es jetzt nur noch in 10er-Schritten ist und nicht wie gewohnt in 5er-Schritten. Ja, jetzt gibt's die krassen Sachen, solange das Mega-Vita, was wir da kriegen, das können wir dann in SP umwandeln. Wir werden unser eigenes Vita machen, was viel besser ist. Turn around? Was? Muss ich's dir mitschreiben, Lichty, oder klappt das so nebenbei? Ich krieg's hin bis jetzt. Bis jetzt geht's. Alles. Aktivieren in Combat-Mode. Okay, run around. Ich bring schon hier in seinem Ohr, Gott. Ich kämpf mich ja hin mit Magieschlag 4. Ich kämpf mich ja hin mit Magieschlag 4. Wir gehen, gehen müssen. Zwar da runter, aber ich möcht' gern die Kisten alle haben. Oder ist er ja schon. Stopp-Wirbel! Mal ganz kurz gucken, das war ne grüne. Äh ne, Wirbel ist ein gelbe. Ist ne gelbe? Stopp-Wirbel ist ne gelbe. Ich kann mir das nie merken, ihr Lieben. Es tut mir echt leid, das ist echt. Du kannst dir eins merken, Magien sind grün. Techniken, also Schwertangriffe und so, sind gelb. Und alles andere ist lila. Stopp-Wirbel, okay. Hä, wo ist er denn? Sogar hier muss ich das ganz ordentlich sein. Ermöglicht einen psychischen Drehangriff, der Stopp beim Gegner verursacht. Also mit Wirbelattacke, nur halt mit Stopp-Zusatz. Mh. 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 Ich bin kein Freund von dieser... von dieser Wirbelattacke. Mh. Mh. Ich mag sie auch nicht besonders. Ich mag sie übersprungen, oder? Das ist lustig, oder? Wenn man da auch ne kurze Zeit vor Unverwumpa ist. Wirklich ne sehr kurze Zeit. So, klar ihr Lieben, ich könnte so alle, wenn ich einfach nur auf Viereck drücke, die ganze Zeit ummetzeln. Aber dadurch steigert die... steigt diese Schwertfähigkeit leider nicht. Und wir wollen das ja so hoch wie möglich kriegen. Mh. 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 Wir halten genug aus. Bei den Gegnern, die die gerade zwar sind. Mh. 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 ich hab keine ahnung was wir also ein bisschen was wir alles in drehen haben wahrscheinlich gold barren und so doch was sie sehr kurz in ohne ende ich geht mir bis auf den sack aber noch ein bisschen Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht, sind sie nicht, keinen Moment, ihr Lieben. Da. Da hab ich grad nicht am Standbild, nope, hast du nicht, alles gut. Naja, ich hab mich nur grad gewundert. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da müssen wir lang, da, da, wir müssen da runter, hier ist keine Kiste, da ist eine, und da ist die andere. Elektroschock erhalten und 18.000 SP! Ich gehört in Reunion, Reunion, Elektroschock, ne ziemlich gute Magie, ich hab selber, ich kann's ja selber checkt fest, aber das ist das gute Mal. Ich bin ja ein Freund von Seismos. Damn! Königskrona! Klatsch! 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 De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! Ich liebe diese Musik! Hey, let's go! Die Musik ist so toll! So! Man denkt, dass die Samuszeit fallen, weil sie eins gibt, den Jingle. Übel, ne? So. Die Bändigung Wutheiß. Die ihre Stützpunkte beraubten Kommandeure der Lunaris-Einheit sind in eine Höhle geflohen, die an den Außengrenzen Wutheiß liegt. Das riecht nach der idealen Gelegenheit, die Lunaris-Einheit ein für alle Mal auszuschalten. Begib dich unverzüglich in die Höhle. Zwei Kisten und den Magieschlag. Oh, OP. Ist nicht so, als hätten wir schon eine. Kann man die eigentlich auch nochmal verbessern? Magieschlag so auf richtig Putz und so? Die macht ja schon richtig Putz. Ja, aber noch mehr Putz. Mehr als 99.99 geht nicht, Meli. Sorry. Mann, oh. Das Einzige, was noch geht, was wir sagen, dass das Putzen hart ist, aber das ist nass, ist wahr. Das wäre natürlich geil. Ja, das werden wir noch kriegen früher oder später. Also kannst du dich schon drauf freuen. Dann kannst du Magieschlag einsetzen und sagst, oh, ich hab dich so konzert. Voll auf den Arsch. Hallo, Emo. Willkommen, Stream. Erstmal voll auf den Arsch gegeben gerade. Hihihihihi. Hallo, Emo. Da muss er richtig, ähm, Gesäschmerzenes haben, der Armer. Ein Goldbarren. Oh. Hm, da können wir später verkaufen. Wenn wir das Geld mal brauchen werden. Alter, die haben wir gerade nur 3.000 Schaden gemacht. Du hast mir nicht gerade gesagt, du machst ja schweig, dass sich das umdringt. Batsch. Au. Batschi, Batschi. Na Emo, wie geht's dir? Oh, mein Name juckt. Ganz okay. Oh. Ganz okay, jetzt hoffe ich, dass es das beste ist, Emo. Haha, scheiße. Ich hab mich nicht geheilt. Ich hab's gesehen, spulen nochmal zurück. Ich hab nicht gesehen, du bist gut. Haha, scheiße. Mach's nochmal an, Mellie. Aua, aua, aua. Ich muss noch fragen, wie's dir geht. Ähm, mir geht's so weit, wie ich glaube, so halbwegs ganz gut. Na, krieg mal, warte, 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 ich trink gleich. Ich will nur kurz gucken. Okay. Stop. Meinst du Valorant, Emo? Ist so ganz okay und selbst bin am überlegen, mir Valor runterzuladen und zacken. Was ist Valorant? Irgendein Spiel, keine Ahnung. Ja, ich mein, weil ich auch schon. Also mir geht's soweit wieder halbwegs gut. Gestern war ich sehr, sehr kränklich, da war ich auch richtig knatschig gestern Abend. Ähm. Stoppwirbel erhalten. Haben wir doch gerade? Ich frag nicht. Ähm, ansonsten... Ja, ich, ich werd's überleben, sagen wir's mal so. Nee. Hol dir den Krankenwagen, der Düder... Nee, gestern Abend, gestern war ich richtig knatschig. Heute hör sich definitiv wieder besser an. Oh, verpiss doch, ihr scheiß Viecher. Meinst du nicht gut geht, ist es... Ach, Mann! Muss das ein bisschen anders machen, jetzt. Ähm. Ah, wey, let's go! Yo, aber nicht so. Das Feuer, was der auf dich, ähm, da macht, und macht so gut Schaden. Eigentlich war es, macht ja nix, aber das Feuer. Oh, Alter. Das Feuer haut so rein. Was, knatschig? Wie Emo-ken? Also wie Emo-ken. Ja, selber. Oh, Alter. Ich hab's falsch gelesen. Knatschig wie ein Emo-ken. Aber, nee, sogar schlimmer. Sogar schlimmer als ein Emo-ken. So richtig, so richtig knatschig. Hey, was machst du? Was, was am Marsch? Ich hau gleich hier was am Marsch raus. Ach so, ja, 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 danke. Ach Gott. Ah, was am Marsch. Hab ich gerade gemacht. Aber, ähm, irgendwie muss ich mal die Biedepunkte ausgeben. Oh, ja, 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 ja. Heads up! That's enough! Taking you down! Oh, no, you don't! How about this? This is gonna stain! Heads up! That's enough! That's enough! Here we go! She's gonna love this! Taking you down! That's enough! Here we go! Oh, no, you don't! Heads up! That's enough! Taking you down! Oh, no, you don't! Oh, no, you don't! Oh, no, I don't! Oh, yeah! Activating combat mode. Out of the way! Heads up! That's enough! Here we go! This is gonna stain! Sorry now! That's enough! Taking you down! Waaah Waaah Ganz vorsichtig Wow, Angeil, ach man! Wenn du dich sagst, du kriegst keine Szene, du kriegst du keine Szene. Ja, aber ich brauch die letzte, ich brauch glaub ich nur noch von Angeil, oder? Mach mal auf, ne ich glaub wir brauch sogar noch von Cisney, fragst du eigentlich nicht? Kannst gleich mal nachschauen. Ich weiß, mir fehlt eine von Genesis. Ne, von, oh Gott, Angeil, Cloud und Cisney. Ah, von Cloud auch noch. Das sind 3 Szenen die uns fehlen. Oh, let's go! Vielleicht kommen wir ja mal zwischendrin, wär cool. So, bist du mit der Vierer fertig? Äh, hast du nicht noch in der Vierer eine Mission? Nein, dann bin ich mal fertig. Oh, hab ich verguckt. Gut, nichts gesagt. Bist du fertig mit der Vierer? Vierer ist Valorant. Jupp. Ganz kurz ihr Leben. Ganz, ganz kurz. Stopp. Für mich. Ganz kurz. Also ich hab von Valorant gehört, Emo, aber sieht mich nicht wirklich an. Stimmt, es zieht dich nicht an, es zieht dich wahrscheinlich aus. Oh, oh Gott, ey. Äh, äh, äh. Ja, frag nicht. So, auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Wo kann ich mir ein Loch buddeln und... Sekt der Unternehmungszerschlager. So, die Abteilung für Stadtplanung. Offenbar versteckt ein Konkurrenzunternehmen der Abteilung für Stadtplanung Materialien in der Höhle. Du musst sie uns besorgen. Sämtliche Gegenstände, die du während der Mission findest, gehören dir. Das Versteck wird jedoch vom Monster bewacht bleiben, also wach sein. Als ob ich die Sachen sowieso hergebe. Als ob ich die Sachen, die ich finde, da hinten abgebe. Ja, in jeder Mission musst du bis jetzt immer was hergeben, ist doch klar. Zwei Kisten und es gibt dreimal Heldentrunk. Die brauchen wir auch. Ja, ich bin grad am PC. Alter, Emo, bist du krank? Du bist am PC? Was ist mit dir los? Denn bei Heldentrunk ist das, was wir am Ende nicht brauchen werden. Aber jetzt gerade brauchen wir's. So mehr oder weniger. Hey, hau mal Kieschlag rein und dann machst du deinen Schaden. Was? Wutzt. Sager. Mach gut. Du wutzt. Batsch. Wutzt! Wenn du und bald machst, hau wenig Schaden. Hast du nicht krank. Doch bist du. Seit wann gehst du? Depressiv. Na doll. Ist ja fast genauso schlimm. Wutzt. ich liebe den heldenschlag oh mein gott magieschlag nicht heldenschlag magieschlag die letzte kiste wir suchen sie einmal ich habe keine tränke mehr zwiebeln verkaufen wirklich keine heil trinke mehr wow im 99 stück geht schon okay ja gut wenn ich immer auf die mütze kriege und ich immer sage okay du haltest komplett auf dann ich meine wir haben das sind gerade muss ich so gut zeigen dass das in den packen spiel ist ich meine wir haben ja eine tb von 54 508 und wenn du dann bei der hälfte bist das kostet schon ordentlich heiltränke dafür gibt es immer heil magie dass die kiste ja wie targa habe ich 99 prozent wir müssten noch ein dings gehen mit 999 sind wir haben energie erhalten putz ich mag es wenn es so richtig putzt oh ups hast du gerade gesehen was da ist für ein schaden 46.000 steht einfach so da so und dreimal heldentrunken halten das mache ich jeden tag die abteilung für weltraumforschung kommt dir das bekannt vor naja treppensimulator ein konkurrenz unternehmen unserer abteilung für weltraumforschung soll geheime material in einer höhle verstecken die du uns beschaffen muss sämtliche gegenstände während blablabla musst du kannst du behalten und es gibt monster in der höhle ich kürze das jetzt mal ab sieben drohen sieben drohen what the fuck und drei schokomoppelfedern der schokomoppel ist doch bestimmt bald nackig oder endlos federn oder die wachsen nach so gut so ich bin gleich wieder da ich hole mir kurz was zu futtern okay 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 Kein Schaden erhalten. Jippie. Gehst du Nummer 1? Schokomoppelfeder. Kiste Nummer 2. Silberarmband. Kiste Nummer 3. Kristallkugel. Kiste Nummer 4. Gizargraut. Okay. So, wer will sich hier kloppen mit mir? Okay. 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 Oder du spielst Fassmo. Das wäre auch ne Möglichkeit. Fassmo habe ich auch noch gar nicht. Ich habe noch Fassmo noch gar nichts gespielt. Wow. So. Mit dem Cheater, dann hatte ich keinen Bock mehr. Oha. Und wir haben ne Mail bekommen. Noch ne Nachricht. Na gut, den Schatz vom letzten Mal will ich dir großzügig überlassen. Der war ja auch gar nichts besonderes. Aber der Schatz, der in einer Unterwasserkrotte verborgen liegt, der hat es wirklich in sich. Und deswegen wird er mir gehören. Diese Schatz-Sinfo schicke ich dir übrigens nur aus Höflichkeit, damit du dich nicht blamierst. Okay. Oh. Komm. Ach man. Das ist genug. Oh. Oh. Komm. Ach man. Hier wir gehen. Oh. spiel hätte ich auch keinen bock wenn ich ehrlich bin 5 mithril erhalten da sind beide kisten gold anband meister der gegenstände verstärkt die wirkung von verbrauchsgegenständen im kampf auch hier geht man auf den sack aber ich müsste eigentlich auch mal phasmus spielen habe ich noch gar nicht gemacht wir haben alle sieben kisten auch so richtig gut Ach du! Mhm, schon kann man bei Federn erhalten. So, wir speichern aber mal wieder, weil speichern ist Vorsicht. So. Der Nachrichtendienst. Ein Konkurrenzunternehmen unseres Nachrichtendienstes hält Materialien in der Ödnis versteckt. Du musst sie beschlagnahmen. Sämtliche Gegenstände, die du während der Mission findest, gehören dir. Doch Vorsicht, anscheinend wird das Versteck vom Monstern bewacht. Zwei Drohnen und dreimal Mifrill. Mifrill, keine Ahnung. So, kurz wieder was trinken. Moment. So, okay, hier ist nichts. Ach, dann wahrscheinlich weiß ich wieder, wo sie sind. Ach, kommt. So. Ach, der ist abgekürzt, okay. Na, keiner kämpfen? Okay. Da ist der Endgegner, ne, den wollen wir nicht. Noch nicht. Da ist die Kiste. So. Halt, andersrum. Da lang. Da bin ich wieder. Luderreifheiten. Hallo Licht hier, willkommen zurück. Was hab ich verpasst? Ähm, Kisten. Alles klar, Emo, viel, viel Spaß. Und dann, dass du in einem Blurk bleibt. Vielen, vielen Dank. Königskrone, nochmal. War in den Kisten was Tolles drin? Die waren ein bisschen lame. Wir standen ja mit dem Rücken zu einem Gang. Und, und vier davon waren schon mal in diesem Gang, äh, hinter uns. Ah, ich glaube, ich weiß, wo, ja, 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 ich weiß genau, was du meinst. In of the Space ist genau das selbe. Das sind vier auf einmal. Ich erinnere mich an die, ja, die waren beim Damm. Wie ich seh, du kämpfst ja doch immer durch hier. Ja, ich kämpf nicht immer durch. Hallo, ich möchte heute, wenn möglich, die 100% haben. Was für eine Emotion ist das gerade? Ähm. Was machen? Sag ich dir gleich. Oh, ein Kritik-Hit. Wow. Drei mal mit Frille halten. Das ist die Mission gleich direkt danach gewesen. Ah, dachte ich mir schon. Let's go. Wenn ich zu schnell bin, dann sag's. Sechs, fünf, drei. Ne, bis jetzt geht's noch. Okay. Die Sicherheitsbehörde. Ein Konkurrenzunternehmen unserer Sicherheitsbehörde soll Materialien in der Ebene verstecken. Beschaffe die, beschaffe sie uns. Sämtliche Gegenstände kannst du behalten, die du findest. Und es sind Monster. Gut, vier Kisten und dreimal Frill schon wieder. Schon wieder. Ich möchte mal was richtig krachen. Ne, ne, ne. Och nein. Och, Leute. Ich... Oh nein. Oh nein. Das hab ich jetzt... Was groß ist, Merlin? Hab ich da... Bei... Ja. Das hab ich jetzt nicht gemeint mit was Krassem. Oh Mann, ey. Let's go. Kiste Nummer eins. Bannklinge. Das Spiel hat... Das Spiel hat dich gehört. Ja, aber in die falsche Richtung. Oh, ich geh brechen, ey. Armband des Bergschokobos. Okay, der Existenz im Haus ist. What the fuck? Weglaufen. Einfach weglaufen. Oh yeah. Äh. Oder nicht. Pff. Alles klar. So, da ist eine Kiste. Königskrone. Hallo, ich lauf doch nicht weg. Da ist einer. Da ist die Kiste. Da läuft man doch nicht weg. Weil irgendwo das... Weil das so gestockt hat, da hab ich gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Vielleicht ziehen wir schon mit bei mir eine halbe Stunde da unten. Nein. Let's go. Heads up. Yeah. Here we go. This is gonna stain. Taking you down, oh no, you don't. Heads up. Gotta love this. Hot, this will do. This is gonna stain. Yaaah. Oh yeah. Warum hat er sich jetzt selber umgebracht, der Depp? Naja. Damit du keine SB kriegst. Hat man Tit erhalten. Aber dann schreibe ich dir das auf, wo wir dann wieder sind. Weißt ja, wie immer. Naja, nicht so, dass dauert eine halbe Stunde, bis ich da hinterher komme. Na so. Danke, Kroos. Warum? Weil ihr müsst wissen, die spielt ja wie gesagt auch schwer und dementsprechend ähm, ah scheiße, dementsprechend haben die, haben die ein paar HP mehr. Ach, haben beide, jetzt habe ich beide gekillt. Hahaha, schön. Mann, wann könnte das für mich so schnell gehen? So, dann schreibe ich dir ab jetzt alles auf, ja? Ja, bitteschön. Hallo Oreo, willkommen im Stream. Na, wie geht's dir? Oh, der Ohre ist wieder da, hallo Oreo, kriegen Keks? So, ab da schreibe ich dir jetzt alles auf, ab 6 kommen 5.5. Die Abteilung für Waffenentwicklung. Uns wurde zugetragen, dass ein Konkurrenzunternehmen unsere Abteilung für Waffenentwicklung Materialien in der Höhle verstecken. Du musst sie uns besorgen. Sämtliche Gegenstände, die du bekommst, also die du finanzhaft behalten. Und es gibt Monster. So. Drei Kisten und Subfitage gibt's als Belohnung. Hallo, Kekse sind leer. Gut geht's und euch. Schön, dass es dir gut geht. Mir geht's wieder besser gestern. Sorry, kam gestern kein Stream, weil ich so ein bisschen gekränkelt hab. Bei mir ist alles fein. Oh no, you don't. Here we go. That's enough. Heads up. Oh no, you don't. Hört auf, es zu heilen, ihr Säcke. Ich glaub's hackt. Ja. Oh no, you don't. Complete Result. Heads up. So erstmal Kart angucken. Da müssen wir lang. Hab's gesehen, hab's geschaut, aber dachte mir schon, dass... Ja, ich weiß. Mir wurde von Lustbarsch schon auch gesagt, dass ich überhaupt nicht gut klinge. Aber heute ging's besser. Ja. Und nicht vergessen. Stay hydrated. Was? Bei Trinken. Ja, ich weiß. Jetzt krieg ich Ärger. Sonst krieg ich mit meiner besseren Hälfte Ärger. Jetzt hab ich nicht geguckt, was wir grad gekriegt haben. Verdammt. War ich grade in meiner Tasse drauf. Okay. Ja, wenn man kränkelt, sollte man generell Pause machen. Ausruhen und dann klappt was ein Ding. Pause braucht man auch mal, wenn man kränkelt. Ja, ich wollte gar nicht, aber hab gesagt, es gibt kein Stream. Stream-Verbot. Magieschlag. Wenn du nicht gut klingst, dann kommt's auch nicht gut. Noch einer. Wenn man halt nicht gut klingt, dann ist es halt nicht gut, wenn man streamt, ne? Kann ich verstehen. Ach, hier, guck mal. Da. Deine, deine Lieblingsgegner, Lichty. Oh! Ich weiß nicht, was du gegen die hast. Die sind doch toll. Nein, sind sie nicht. Ja, Oreo, für dich zur Erklärung, oder für alle, die jetzt grade erst reingekommen sind. Lichty spielt Quasis Core auf der PSP, auf der alten. Ähm, und ich spiel's jetzt halt auf der PS5. Lustbarsch hat auch ausnahmsweise mal recht. Ausnahmsweise? So. Das war's. Supi Tage erhalten. Ach, Magieschlag, ist das schön. Das war's easy. So, die Forschungsabteilung. Konkurrenzunternehmen unserer Forschungsabteilung soll Material in der Kodemine verstecken. Besorg uns die Materialen doch sehr vorsichtig. Versteck hat Monster und sämtliche Gegenstände, die du findest, gehören dir. Es gibt sechs Kisten und es gibt einmal den Hochsprung. So. Es ist lustig, dass die der Copy Basement Text gemacht haben. Deswegen kürz' ich das ab. Ob ich jetzt Gizagra oder halt, ob ich das jetzt vorlese oder... Alter, verpisst euch! Alter. Oh yeah! Kurz. Sorry, aber ich mag die Hoppser nicht. Die sind... Die sind mir... Nee, die sind mir zu hopsig. Die hopsen doch nur! Ja, außerdem sind die böse. Nee. Sind super knuppig. Mega krank. Weil im Final Fantasy VII Original waren das lustige Gegner. Ja. Boah, Alter! Hallo! 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 Über Stress! Über Stress! Über Stress! Über Stress! Hm, deine Wege ist überall der hier. Aua! Ah! So, auf den Arsch, mein Junge! 直oh! Tja! 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 Uuuh! Tja! DeathFiroth, von dir brauchen wir keine... Keine Hilfe mehr. Tja! Tja! Von dir haben wir schon alles. Wir brauchen von Cloud, von... und ich möchte das ja man klar es gibt möglichkeiten dass ich das auf stream mache aber das möchte ich nicht weil dann ist das so eine schöne szene wahrscheinlich mal wieder und hyperreif und den hat ich habe schon mal den fehler gemacht in horizon forbidden west mich da umgeguckt habe und habt eine schöne szene euch vorenthalten die szene mit mit dem grab er jetzt verpisst euch ich will aber nicht die gehen auf den keks die gehen mehr auf den hoppser ich hör mal bisserl dbd alles klar oreo danke für deinen lurk und viel viel spaß und dbd lässt sich nicht ärgern wenn du ausrufezeichen lörk eingibst kriegst du sogar ja genau mach ausrufezeichen lörk dann gibt es ein schokomoppel magie sb turbo okay jetzt haut doch ab einfach nur ausrufezeichen lörk und dann habt ihr eine mondhafen nein die habt ihr nicht aber ihr kriegt ein schokomoppel ne gab die letzten tage schon so viel süßes hä nein schokomoppel ist ein ist ein ist eine figur oder beziehungsweise ein übergroßes fettes schicken was schokomoppel heißt das ist ultra süß und bei bei lichty und mir ist schokomoppel so ein kleiner teddy ist aber ist wieder gesagt was moppel ich habe muffin verstanden und schokomuffin schokomuffin maßnahmen gegen gegen mafiöse schokomuffin viel spaß durchlesen ein don für alle fälle und sind informationen über versteckte gegenstände des mafiosos don corneo der weite teile des wallmarkts kontrolliert zugetragen wurden die mission dient dem zweck seinen enormen einfluss einzudämmen sämtliche gegenstände die du dabei findest gehören dir drei kisten und es gibt vier schokomoppel fehlen also ich finde es lustig dass zack schon hier gegen den don arbeitet den wir erst im wimmel kennenlernen und ich hasse es auf die hier in dem gebiet zu kämpfen vor allem in der kisten sind kindentlig mit der weights 왜 Düzenき hast du das ja das ist da hier so so Schwarz-Kunst-Party, 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 die machen nur nur Schwarz-Kunst-Party. Komm! Komm, 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 komm! Noch eine Szene, bitte, bitte! Aua! 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 Naja... So, aufs Brett, mein Junge. Dunklopal? Ach, ich hasse das auf... Das Problem ist hier bei dem... Ich mag die Karte, keine Frage, aber ich hasse es, hier zu kämpfen. Einfach aus dem Grund, weil man die Kisten hier so schlecht sieht. Und auf der PSPF sieht man die lustigerweise besser. So, hier, ich stecke jetzt hier Geld rein und kriegt Zeug. Finde ich gut. Danke. Sehr viel Zeug. Dafür sieht man in der Schindelgebäude, die Kisten auf der PSP schlägt da, das wie... Remake hier. Ähm... Und ihr Lieben... Es wird euch jetzt nicht gefallen, was ich sage, aber ich habe gestern Hogwarts Legacy vorbestellt. Ich werde es... Ich werde es spielen. Was ist daran so schlimm, ist es nicht gut zu spielen? Tja... Du weißt, was aktuell los ist. Komplett Result. Naja... Ich hab so... Ich hab so... Ich wollte nur, dass wir die Allgemeinheit fragen. Naja... Ähm... Es wird ja... Oder es ist ja auch so, dass... Die... Erschafferin von... Harry Potter... Ich nenne den Namen jetzt nicht. Also... Die, dessen Name nicht genannt werden darf früher, war es er, dessen Name nicht genannt werden darf. Nein, warum... Jetzt bin ich in den Hauptkampf reingegangen. Oh, bin ich denn so... Müssen wir die Mission noch mal machen. Ähm... Ihr wird vorgeworfen, oder beziehungsweise es ist ja auch so... Wir müssen die Mission noch mal machen, das tut man halt, ihr Lieben. Ähm... Gegen... Menschen, die... Ich... Ich kenn mich damit nicht aus und ich will hier auch nichts Falsches sagen. Die... Dran... Sex... Oder ja... Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Also sie ist auf jeden Fall gegen Dransen die Gute. Ähm... Oder Nicht-Gute ist er ja. Ähm... Und sie arbeitet ja auch gegen diese Leute. Und deswegen steht das Spiel ein bisschen sehr in der Kritik. Und es wird auch boykottiert und allen von sämtlichen Leuten wird's boykottiert. Ähm... Wo ich aber sagen muss, klar, es wird boykottiert, aber erstens, sie hat ihr Geld schon bekommen. Was... Was... Also an wegen der Lizenz von dem Spiel. Und... Ähm... Ähm... Nur weil... Die Erschafferin davon jetzt so extrem durchdreht und gegen alles... Was... Nicht... So ist... Ähm... Gegen vorgeht... Werde ich jetzt nicht hier irgendwie meine Kindheit rausstreichen, weil Harry Potter hat mich ein Leben lang begleitet. Hat... Ähm... Elementklinge... Ich hab mit Harry Potter lesen gelernt, muss ich dazu sagen. Ich konnte lesen überhaupt nicht ab früher. Ähm... Jetzt geht's jetzt links. Jojo, ich muss erst mal... Was, links? Oh yeah! Mhm. Hinter dem Bossgegner. Das wird so reichen. Und das... Ich muss andersrum. Und deswegen sag ich für mich, ich werde es trotzdem spielen. Ob es euch gefällt oder nicht. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr gerne gehen. Ähm... Aber nur... Weil sie jetzt durchdreht... Wo ist denn diese scheiß Kiste? Rechts! Rechts! Weiter! Einfach rechts weiter gehen! Nein, nein, geh rechts weiter! Ja, ja, ja. Nur weil sie jetzt durchdreht, werde ich jetzt nicht irgendwie sagen, ich spiel dieses Spiel nicht. Achilles Heap! Aktivieren Kombat-Mode! See ya! Komplett Resolve! Komplett! Na, ich meine, ihr könnt ja nicht irgendwie jetzt den Entwickler boykottieren. Zumal der Kom... äh... Der Entwickler ja auch davon abhängig ist, dass das Spiel gekauft wird. Ähm... Nur weil der damit zusammengearbeitet hat, könnt ihr nicht sagen, wir kaufen das Spiel... Oder wir unterstützen diesen Entwickler nicht mehr. Ähm... Weil wenn es danach geht, dürfte gar keine... ähm... Dürfen gar keine Spiele mehr gespielt werden. Außerdem habe ich gestern mal so ganz nett und ganz lustig auch mal erfahren, dass man in diesem Spiel... auch... Charaktere erstellen kann, die... transen... Also die trans sind, sag ich jetzt mal. Naja, also das ist schon mal ein Seitenhieb nochmal gegen... Das ist auch nochmal ein Seitenhieb gegen die... dessen Name das nicht genannt werden darf. Äh... Was da alles in sämtlichen Spielen... Schauspielern, Darstellern und so weiter... ...boykottiert wurde, dürfte man so viele Spiele nicht mehr spielen. Das ist absolut Schwachsinn, wer deswegen hatet. Gut, es wird aber auch Leute geben, die werden haten. Es kommt... Uri, ich stimme dir dazu. Aber es wird halt auch Leute geben, die werden hier auch... hier reinkommen und haten definitiv. Ähm... Es kommt ja am... Samstag kommt es raus. Am 10. Ist glaube ich ein Samstag. Da kommt es raus. Oder am Freitag? Ist ein Freitag. Ist ein Freitag. Ist ein Freitag. Genau. Da bin es... Je nachdem wann es rauskommt... Also werde ich... Ich habe es mir vorbestellt. Es wird dann kommen. Und ich werde dann auch mit meinen Mods hier sein. Und ähm... Ich stream es. Meine Mods werden darauf angehalten, bitte alle rauszukicken. Wenn sie hier irgendeinen Scheiß labern. Ähm... Ne, ich meine... Wie gesagt, das Spiel und die ganz... Und der Entwickler können nichts dafür. Nur weil die alle da durchdreht. Ne? Nur weil... Weil die durchdreht und man das Spiel kauft und damit den Entwickler unterstützt. Heißt das nicht, dass man jetzt... Ähm... Transenfeindlich ist. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin offen für alles. Ähm... Und bin nicht feindlich gegenüber diesen Leuten. Ne? Also wie gesagt, ich werde dieses Spiel spielen. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr gerne gehen. Hab ich kein Problem mit. Müsst ihr entscheiden. Aber ich werde es spielen. Bin aber auch nicht feindlich gegenüber diesen Leuten, die so... Da so sind, sag ich jetzt mal. Äh... Das Problem ist, es gibt immer halt Leute, die das überbauschen. Ja. So. So. Kurzes Statement. Kurzes Statement dazu. Der Don kehrt zurück. Laut neuen Informationen hat Don Corneo weitere Gegenstände in den Slums versteckt. Die Mission dient dem Zweck, Don Corneos enormen Einfluss einzudämmen. Sämtliche Gegenstände, die du findest, gehören dir zwei Kisten und fünfmal Mifril... Mifril? Mifril? Mifril. Ja schon, ja. Mifril. Wegen sowas rechtfertigt man sich nicht Spiele spielen, die man will. Und wer andere dafür jatscht, hat selber echt die... Jatscht. Jatscht, hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren. Erstmal vor eigener Türkehren, bevor man andere dumm anmacht. Sehe ich genauso, aber... Na, wie gesagt, jetzt durch diese ganze Aktion mit einem anderen großen Streamer, wo ich jetzt auch nicht den Namen kenn... äh, oder nennen werde. Ich denke mal, ihr wisst, wen ich meine. Ähm... Da ist man ein bisschen vorsichtig aktuell. Kann ich nicht gut von der Nachfolge ziehen. Oh! Melee wird halt stopp gemacht. Halt stopp! Ist man ein bisschen vorsichtig gegenüber der Community, weil man nicht weiß, kriegt man da jetzt... einen von Latz, oder nicht? Ähm... Und ich möchte halt von euch nicht unbedingt einen von Latz kriegen, weil... mir damit sozusagen der Spaß am Stream genommen wird. Und ich stream mir gerne für euch, ich stream mir für euch auch sehr... gerne auch sehr lange, Zustandsschutz erhalten. Und da möchte ich mir nicht sowas antun. Und ich will ja auch so lange spielen. Du bist für euch zu lang, dass dir Spaß macht, spielen was du... Auch wenn es dieses eine komische Spiel ist, auch von Sepi und Sepi... Und wir... Stimmt schon, aber als hätte man keine anderen Probleme, als da zu sitzen und sich zu denken, die streamt das. Ich hate die jetzt. Stimmt schon. Also, Oreo, ich stimme dir da vollends zu. Aber wie gesagt, ähm... Manche denken, oder... Wir haben ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, wir haben ja andere Probleme aktuell. Ich sag ja nur, die Inflation ist zum Beispiel ein großes Problem aktuell. Oder nicht nur aktuell. Also... Wird auch noch längere Zeit dauern, bis das weg ist. Ähm... Oder jetzt auch, ne, mit den ganzen Preiserhöhungen und so weiter. Klar, man hat andere Probleme. Aber manche... Sagen dann... Ähm... Graviger erhalten. Haben wir gerade erhalten. Ähm... Manche sagen dann einfach... Ähm... Ja, die anderen Probleme sind mir egal. Sie ist... Sie unterstützt das Spiel. Sie unterstützt... Diese... Frau. Und damit ist sie jetzt... Ähm... Ich muss dir jetzt unbedingt meine Dings raushauen. Ähm... Naja... Ori... Das Problem ist, es sind nicht nur fünf, wenn das stört. Es gibt halt viele jungen Leute, sag ich jetzt mal. Ich sage sie, ich muss das jetzt... Ich muss jetzt meine Meinung kundgeben. Weil... Es meine Meinung ist... Die sind da so traub. Die haben einen komplett anderen Gedanken. Gar nicht. Wäre nachvollziehbar. Das Game spielen so viele Leute und haben es vorbestellt. Weil da ändern die 5 Leute das nicht, dass den da was nicht passt, den da was nicht passt, aber die wissen es ja am besten. Ja. Also wie gesagt, ich stream's für euch. Ich werde auch vorher nochmal, da werde ich mich auch nochmal in die Bredouille fahren. Werde auch noch einen Twitch, ähm, äh nicht Twitch, Twitter Aufruf machen. Ähm, Aufruf machen, da werde ich auch noch mal Stress kriegen und werde sagen, ich stream das jetzt, ähm, ja. Stream, was du streamen möchtest und wenn sich jemand beschwert, dann haben wir hier einen schönen Hammer. Ach Leute, hört auch euch zu heilen, ihr blöden Bandwürmer. Und die heilen sich nicht, die entziehen dir MP. Angel? Ach man. Ist mir völlig wumms, welches 13-jährige Kind sich dort wichtig machen muss, spielen was man will. Gebe ich dir recht, ich sag es, ich sag es nur, ich finde, ich muss, oder ich sollte zumindest meiner Community sagen, dass ich das streamen werde. Hm. Und dann ist es euch überlassen, ob mir das, ob ihr das jetzt zuguckt oder nicht. So meinte ich das. Ach, ich hab endlich die Mission fertig, aaaaaaah. Ja. Ja. Ach. 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 Also nur dann nochmal zum kurzen Zwischenpunkt. Ich werde es streamen, ob ihr es euch anguckt, ist euch überlassen. Ne? Und wer es nicht gefällt und sagt, er muss auf große Kotze kommen, der kriegt einen schönen Hammer. So. Uh, 10 Sterne! Jetzt komm! Hm, ich weine jetzt schon mal. So. Ich hole mir kurz was reinkommen. Okay. Die Höhlenverstecke des Dons. Eilmeldung. Don Corneo hat weitere Gegenstände im Höhlenversteck. Diese Mission gibt dem Zweck seinen Einfluss einzudämmen. Sämtliche Gegenstände, die du findest, gehören dir. Fünf Kisten und fünfmal Adamantit. Adamantit. Tiet. Tiet. Und Turnaround. Genau. Dunkelopal. Dann bin ich wieder. Ja, hab mir schon was schönes gegeben. Alles klar. Ich hab grad gesehen, sie ist nicht mehr da. Määää. Die Monster sagen HALT STOPP! Hammer schon. Die von Seng haben wir schon alle. Und ich kündige auch gleich schon mal an, am 11. Am 11. wird es keinen Stream geben. Und zwar. Ähm. Ist da die Beerdigung. Und deswegen werde ich nicht da sein. Nur damit ihr Bescheid wisst. Was? Man kann nicht Kondolenz vergeben. Was? Weiß nicht was Kondolenz ist? Was? Weiß nicht was Kondolenz ist? Was? Was ist das? Wenn man so ein Hinke sagt, ist mein Beileid. Achso. Wir haben einen Discord sogar. Wir haben einen Discord sogar. Wir haben einen Discord. Nur für die Community halt noch nicht. Das können wir später mal einrichten. Wenn es nötig ist. Na doch eigentlich. Ich werde es mal ans Auge fassen. Ich werde es mal eingeladen werden. Macht euch weg ihr blöden Hopser. Die hopsen doch nur. Kommst du noch mal Sisnel? Ich würde mir mehr sagen über diesen gehörten Teufel machen, der herumfliegt. Sisnel kommst du noch mal? Mann aber ohne. Ohne Szene da ja. War da was? Nein. Da war nix. Bitte weiter gehen. Bitte weiter gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ups. Das sind die zwei leitesten Kisten. Armband des Himmelschokobos. Amelie. Mach langsam mal. Dann komm vielleicht hinterher. Ist ja kein Muss. Dachte ich mir nur gerade für Ankündigung und so weiter. Deswegen habe ich eigentlich Twitter dafür. Da wird halt alles gelistet. Weißt du? Seitdem der Elon das gekauft hat, geht es da drunter und drüber. Oh es geht eigentlich. Hm. Ja ich weiß, du bist kein Freund von dem bin ich auch nicht. Aber es... Ich muss sagen, es ist dezent besser geworden. Alter dieser Hopsa da hinten. Da sind doch zwei Würmer. Er ist mal den Hopsa umbringen. Äh. Äh. Oh ja. Angiel. Angiel. Angel. Angel. Ah. Schon wieder die falsche. Wir hatten schon. was lustig ist bei diesen würmchen gegnern wenn du schutzverstopp hast könnte die trotzdem stopp machen ich weiß nicht ob das ein bug ist auf der psb aber es ist so ich weiß nicht ob das ist wenn du schutz verstoppen können auf der psb ist das so wir mal sagen stoppt dann bist du stopp auch in den schutzverstopp hast ich schaue auch selten rein in twitter ich habe auch ein twitter account aber ich habe auch wenn ich was twitter ist es nur was über mein switch account zum beispiel mit dem platon bild nach wo sie das dann muss ich da was selber reingeht mann mann auch mensch also ich habe twitter eigentlich auch ich habe twitter und ich habe das eigentlich auch nur so nebenbei aber seitdem ich jetzt seit einem jahr richtig streame benutze ich das natürlich nur für ankündigung naja wo dann deswegen ich habe kein discord für den für uns hier sondern einfach für das discord für private zwecke genau ich habe das gut für private zwecke und oreo spielst du eigentlich killer oder spielst du survivor ja genau ich muss noch was trinken und ich habe ja auch was geholt was sagt er sonst beendet da die beziehung das ist echt mies die aussage immer so nebenbei bemerken ein don zieht in die ebene soeben erreicht uns die meldung dass dort der don habe weitere gegenstände in der ebene versteckt diese werde ich muss mal kurz gucken ob ich ja diese mission dient dem zweck sein einfluss einzudämmen gegenstände blablabla die ich finde gehören mir und es gibt einen goldbarren und stufe 10 ich breche wir werden reich wir werden ich habe keine kisten oder da gibt es keine kiste recht du hast aber rechtstens so ein kieler eikel ins kisten gibt aber gibt es keine also finden gegner und let's go aua ja natürlich klaut mir halt alles keine mp mehr keine fp mehr was dabei oder er ist das geht auch auch voll heilung gönn dir jetzt kam gerade nämlich er nicht nämlich das denn es ist nämlich das vor allem ich glaube die shameless hat schon alle szenen ja wer begrüßt bin darf ich denn jetzt gleich der vermöbeln oder wer vermöbelt nicht dann da gleich ich glaube channel das ist eben gibt es insgesamt drei also nicht allzu viele Ich hab' jetzt gar nicht gesehen, die Bienchen. Oh, ein Nissen. Ich glaub's noch ein Rolnissen war. Drei umgenutzt! Ja, let's go. Haben wir schon. Haben wir schon. Ist das hier? Ist das hier? Auf den Arsch! Ja! Und Level Up! 68! Ich lunger hier auf 52 rum, okay? Wie hoch kann man bei dem Level? 99. Bei den Stufen? Bei dem Level Up? Ja, bis 99 geht das. Bis 99 nur? Okay. Nur vor allem. Da dauert das nicht mehr lange. Wenn das bei dir so weitergeht, ne. Ja gut, aber gegen den Endgegner ist es gut, wenn wir das so machen. Ja. Und der hilft jedes Level Up. So. Neu-Informat der Melacholische Don. Neu-Informationen besagen, dass Don Corneo in der Kurlamine weitere Gegenstände versteckt hat. Diese Mission dient in einem Einfluss einzudämmen. Gegenstände, die du findest, kannst du behalten. Sechs Kisten und zehnmal Dunkel-Opal. Und eine Stufe 10. Wir gehen auf Sammeln, 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 Sammeln. Wir gehen auf Sammeln, 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 Sammeln. Wir gehen auf Sammeln, Sammeln. Ich würde zuerst rechts gehen. Alles was wir jetzt sammeln, kommt uns später nur zugute. Das müssen wir eventuell ein paar Missionen noch mal machen aus Gründen. Egal. Aber... Oh! Oh, wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Juhuhuhu! So, Yvred, heiz ein! Heiz ein! Oh, Alter, der wirkt der Controller, ey! Halt ihn sonst vorhin! Alter, nicht die! Ja! Voll auf die Fresse, Entschuldigung! Oh, der hat auf die Frü- auf sein Gesicht gehauen, von daher war's schon. Aber ich hab jetzt so viel zu Mittagessen gemacht, ey! Oh, je, 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 je! Was gibt's dann von der Folge noch? Ich hab mir, ähm... so ein richtig gutes Nudeln zu mir gemacht. Und gestern noch. Ich hab mir ja gestern so einen Super gemacht, jetzt hab ich mir Nudeln dazugefessert oder da riecht nur gut. Nur ein bisschen viel nach meinem Geschmack. Ach, es gibt niemals genug Nudelkuppe. Oh, ihr geht mir auf den Sack. Na doch, wenn der Mauch sagt, ich bin fein. Oder ich platze gleich, oder bup. Wer kommt, wer kommt, wer kommt? Oh yes, oh yes. Wir müssen sie nicht einsetzen, ihr Lieben. Aber es gibt dafür Soldatenpunkte, die sind die SP, Soldatenpunkte, ne? Ja, SP, ja. Und die brauchen wir. Wirtschaft, du mach einfach, das ist mega, bitte zu SP, dann haben wir ja ein paar viele. Also dem sehe ich gern die Animation von denen. Die sind doch cool. Da ist eine Kiste, ist ein Anaketik vorbei dran. Alter, geht mir nicht aufs Schwein. Boink. Hat mir grad'n Level ab. Ja. 69. Hm. Nice. Und so. Aber so. Die Kiste hab' ich jetzt natürlich nicht aufgemacht. Das ist so richtig nice. Elektroshock. Elektroshock. Pretzelmagie. Ich würde sagen, da geht's lang. Komm, wir brauchen von Cloud noch eine, bitte. Bitte. Oh, das sah ganz gut aus gerade. Nein? Keiner? Ach ihr seid doch scheiße. Ne. Nein, doch nicht. Auf den Power of Soldier. Auf den Arsch. Hihihi. Ha. Gott ist das schön. Hält' grad' aus. Hm. Ja, Spaß. Ultima. Du bist kurz vorbei, aber mit zwei Freunden. Gönn dir, Oreo. Gönn dir. Und lass dich nicht, äh, herumhängen. Und aufhängen. Oh, wer kommt? Oh, yes. Oh. Spiel. Spiel mal wieder. Ach, Oreo spielt, ähm, Mayas gerne. Weil ich jetzt das noch richtig im Kopf hab. Mayas. Gönn dir, Mayas. Hab schon nach zwei Runden keinen Bock mehr, nur Tuna. Das ist auch, was mich auch nervt. Ach, gegen Tunnel musst du einfach mal mehr Dynamit nehmen und die Tunnel sprengen. Ernsthaft jetzt? Ja, ich weiß, aber schlecht. Na schön, dass du's selber mitkriegst. Ja, Micha. Genau. Hochsprung. Aber hoffentlich nicht so ein Latten, Mayas, ey. Ähm. Ja, genau. Klaut mir das doch noch wieder. Alter. Al... Ja, das hatten wir grad schon. Ach, hört doch auf, ihr scheiß Viecher. Ne, UMG ist ja langweilig. Ne, UMG ist ja langweilig. Schon wieder. Schon wieder. Alter. Ach, hört doch auf, mir ständig das Zeug zu mobsen. Die hören nicht damit auf. Alter, ich kotze hier gleich am Dreieck. Mach das. Hat man schon. Gibt das neues Wort für Hangman. Alter, ich kotze hier gleich ab, ey. So, genau, schön reingeflogen. Vielen Dank. Alter. Ja. Sie sind doch lustige Gegner, weil ich nicht mehr so maß, du wusstest. Ne, sind sie nicht. Hornissen sind nervige Gegner. Äh. Vor allem, wenn du keinen Radix hast. Wie viel kostet das Spiel? Kommt drauf an. Das stimmt allerdings, für welche Konsole willst du es und wo kaufst du es? Ach, man. Also bei Amazon sehe ich, äh, zum Beispiel eins. Für Steam für den PC 30 Euro. Oder für, ähm, Switch 58 Euro. Oder für den PC. Ähm, musste Max. Alter, ich. Ja, auf Steam kannst du mal gucken. Gib mal bei Steam Crisis Core ein. oder auf Google, das ist für das Sicherheits. Ah, natürlich kein. Also 30, 40, 50 Euro. Kommt drauf an. Alter! Well, ja, passen. Dieser Bomber ist gefähr. Hi. Ey. Guck mal, bei Steam, was Steam sagt. Du weißt, ich guck mal. Steam sagt 50 Euro. Ey, diese Hornissen gehen wir so auf den Sack, ne? Ja, mir auch. Darum gehen wir als erster besiegen. Ja, würde ich ja gerne. Du bist mit Magiestechen. So. Putz. Ach, Alter. Woosah. Ich finde mein inneres Pichu. Woosah. Das innere Pichu sagt Bo Was? Alter, schon wieder dieses scheiß Viecher. Oh, da sind wie immer Hornissen dabei. Angeil, hilf mal! Yo! Ach, Angeil, hilf doch mal! Oh, er hat die Honnissen erwischt! Oh, nice! So! Mann, ey! Wenn das jetzt Honnissen sind, schmeiß ich den Controller an den Fernseher. Ähm, am Ende sind es fünf, sechs Honnissen. Alter, was ist denn hier los? Ach, Gegner! Über zwei Gruppenhornissen. Gemein, gemein, gemein. Oh, hallo! Meine Fresse! Ach, die Freunde sind nervig. Ja! Hier! Die gehen einem so richtig auf den Sack, ey! Oh, ja! Das ist definitiv! Oh, siehst du, ey! Hatten wir's Zähne schon? Ja! Da wir's nicht! Gabutz! Alter, ich kotze im Dreieck! Vielleicht solltest du mal andere Formen suchen. Nur im Dreieck kotzt, das ist doch langweilig auf Dauer. Nicht die! Ja! Angeel, hilf mal! Ich komm gerne mal bei uns spiele! Ich hab' den Endgänger gesehen. Darf ich ihn bekuscheln? Wie, wie hau' ich in den oben am besten mit Magieschlag von hinten, ne? Ja! Ja! Und das mehrmals. Kommt, warum wir hoffen, außerdem. Oh! Geh! Alter! Gut, dass wir ne Schleife haben. Okay, funktioniert nicht. Doch, das funktioniert. Er hält nur extrem viel aus. Er hält Millionen oder so aus. Also, hau' ein paar Mal drauf mit Magieschlag. Das funktioniert, meine. Er hält nur extrem viel aus. Also, hau' rein. Zweimal. Jaja, das ist ne Million, was er aushält. Oh! Hallo, du erwischst mich doch gar nicht! Doch, gerade so. Dieser schlechte Atem geht weiter, als wie es aussieht. Das ist auf der PCVs genau selbe. Ich geh' mal von der Ultima da weg. Oh, Alter. Genau, Cloud, hilf du mal. Oh! Nein, 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 nein! Das nehm' ich doch gerne. Ja! Jajaja! Sag' ja, 50 Euro für den PC. Oder bei MMO-Gamma gucken. Das kann ich auch mal machen. Das ist voll Spaß. oder woanders. Weil das Team ist meistens am teuersten. Nicht immer, aber meistens. Also auf MOGA gibt es 440, also das wären 10 Euro Spanis. Insbesondere geben wir auch noch mal umfälliger, ja. Oh, bitte! Ich brauche Cloud, komm! Oh, Cat! Bitte, 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 juhuhuhu! Cat, hilf mal! Juhuhu! Ich habe Schlangen nicht mehr. Für mich aus der Schweiz. Ist das eher relativ, wo man herkommt bei solchen Geschäften? Oh, hör auf mit einem ekligen Atem, das ist ja ekelhaft. Ich mache auch mal einen Atem. Buuuuua! Puts! Oh, mein Herr! So, zack! Ja, du hast ein bisschen was ausgehalten. Ein bisschen. Zehnmal Dunkelopal. Das ist was wert. Ich bin jetzt erstmal, ähm, Kreuzfahrt buchen. Ich bin jetzt erstmal raus für die nächsten vier Monate. Wo geht's denn hin? Weiß ich noch nicht. Sooo... Moment. So. Die Dämmerung des Dorns. Unsere Quellen. Zufolge soll Don Cornelia in der Ödnis weitere Gegenstände versteckt haben. Soll dazu dienen, Einfluss einzudämmen. Gegenstände, die ich finde, darf ich behalten. Vier Kisten und zehnmal Heldendrunk. Oh, Alter. Und es wird noch schlimmer, Melle. Sei still! Sei still! Sei still! Niemals! So, da ist eine Kiste. Oh, Kisten! Kraftanzug. Solltest du dir mal anschauen. Was war denn das jetzt gerade für eine Farbe? Accessoire, Accessoire, Accessoire. Wir nehmen das mal kurz weg. Und zwar sortieren nach Datum, das heißt, rein theoretisch müsste der oben sein. Ganz oben, ja. Erhöht TB, Attica und Wild verringert jedoch MP, FP, Magie und Wild. Und schau mal, um wie viel das erhöht wird. Plus 100. Ja. Aber das ist mir mit der Magie ein bisschen... Na, du bist echt so ein Magier, du darfst halt nicht von der Magie getroffen werden, also wie Feuer, Eis, Blitz und sowas. Wäre eine Überlegung wert, wäre es mal ein Hinterkopf. Jaaaa... Aber nicht für den Adamant reif, sondern was anderes. Ja, das war jetzt einfach nur, um zu gucken. Es gibt eine Rüstung, die macht genau das andersrum, also dass die Magie verstärkt. Also in die andere Richtung. Ich darf nicht. Ich finde die Magie persönlich besser. Also den Magieanzug. Der Kraftanzug ist halt für physische Angriffe, Magieanzug ist für Magieangriffe. Aber du findest den anderen besser, hab ich das grad richtig verstanden. Ja. Weil... Damit kannst du zum Beispiel Seismos oder Flair alles wieder batzen. Du darfst halt nicht mehr physisch getroffen werden, aber... Alter! Mann! Diese Scheiß-Hornissen, ey! Entschuldigung. Vor allem drei davon! Ach! Das war böse! Autsch! Ey! Böse Gegner! Ich breche gleich. Wir nehmen die Hornissen und schieben sie woanders hin. Darf ich vielleicht auch mal was machen? Danke! Meine Herren! Meins. Zwei. Und drei! Jetzt ist alles wacher. Was sagte er? Und die... Ey! Ich komm doch nicht mal zu irgendwas! Hallo! Du brauchst... Tomberi, bitte! Du brauchst Radix! Gegen dieses Bienenstich brauchst du Radix, dann kannst du was machen, während du getroffen wirst. So Tomberi, go! Auf die Hornissen mit deinem Messerchen! Flop! Ja, die ist gut umgebracht. Nicht von ihm! Alter, ich... ...breche ja gleich am Dreieck! jetzt weiß ich warum ich diese gegenehmigung gehe jetzt erinnere mich wieder dran da war was hier hallo mann ich kotz gleich vor allem die treffen mich immer egal was ich mache die haben ja extrem hohe reichweite angel ach ja nicht weg naja dann kommt er nicht mal nein jetzt haben sie mir das wieder mann so wie keiner haben völlig dass ich jetzt hier dazu müssen auch mal ein bisschen laut geworden dann aber dass diese gegner sind zum kotzen ich nehme mich da an einen gegner da war das extrem schlimm auf der psb ich bin jetzt hier wieder gleich irgendwas mit hornissen kommt breche ich im dreieck ich spürs wir haben es bald hinter uns diese missionsreihe und sehen wir die eine lange zeit nicht mehr ich laufe jetzt hier auch schon extra am rand lang weil ich genau weiß dass hier immer gegner spawnen ich habe schwarz kunst dabei brauchst du bei dem nicht magie schlag und let's go magie schlag ist besser ist es ist wirklich und dann soll das noch wunderbar heiß nein ich habe gerade eh eine parriere aufgebaut au dass du das überlebst da hast du eine allsichter aua alter ist kotz gleich der macht aua 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 Alter, ist er schnell bei dir. Alter, rechte er mich auf. Gut, dass ich rollen kann, ey. I'm rolling again. Yo, ist klar. Gleich wieder heilen. Uh, MP frei. Let's go. Angel, Hilfe wäre nicht schlecht. Und eine Szene wäre aber noch besser. Äh, sagt ihr nein. Oh, Alter. Alter, Aua. Au. Oh, das blockt er da auch noch. Oh, bitte, 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 bitte. Oh, den, oh, den. Ach, schade. Lebensnahme ist sogar noch besser. Es ist, ähm, Phoenix. Alter, ich bin schon von dem Joystick gerade abgerutscht. Aua, mein Daumen. Soll ich verbanse kohlen? Burn, 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 der Wing on Fire. Burn, 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 it's burning in my eye. Oh, das ist ja, was? Hier we go. Oh, no, you don't. Das dürfte es nicht mehr blocken. Doch, der blockt es immer noch. Was soll denn das? Was soll denn die Grütze? Ja. Oh, Mann. Soll es nicht mehr wäre, also den normalen Schaden kannst du machen, aber nicht den Schaden. Wunderbar. Mieter! Versuch's mal mit Seismos. Müsste mal eine physische Barriere sein. Ach so, scheiße. Ja, Seismos geht. Ah, jetzt ist die Barriere weg. Ja, mein Ziel ist, die Barriere ist weg. Putz! Oh, nochmal! Putz! Und nochmal! Putz! Und nochmal! Putz! Und nochmal! Putz! Oh, oh, da kommt was! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Da kommt was! Oh, aua. Das kann weh tun. Ja, aber ich hab die, ich hab die Phönix-Fehler. Also, wenn jetzt was passieren sollte. Hm. Ich glaub, wir sind safe. Ja, wir haben das rausgehalten. Oh, ich hab die nicht mehr benutzt. Oh, tschüss. Der war ja schon tot! Der war schon tot! Eigentlich! Ja, und der hat noch... Ich weiß! Das ist so ein Gegner, wenn der stirbt, der macht noch was. Alter! Speichern! Ich frag mich nur, warum! Ah, dieses Spiel, ne? Ja, es fordert jetzt langsam. Es fordert. Aber was hat man hier noch? Ah, die Hammer komplett? Ach ja! Das sind die ganz krassen. Was? Die Neun? Die Neuner, ja. Wenn wir da reinkommen und das Letzte machen, dann haben wir die schöne Göttin vor unserer Nase. Schaffen wir das heute? Obwohl... Hast du noch Bock? Ich gehe ja, ne? Wir können mal ein paar angehen. Ich hab immer Bock hier zum Zocken. Okay. Gott. So. Ich kann ja mal ein paar Neuner angehen. Ne, da bin ich glaub ich wieder gefrustet. Ne, lieber nicht. So. Der Junge in der Höhle. Aus einem von Shinra geleiteten Kinderheimen sind Waisenkinder getürmt und haben dabei mehrere Accessoires mitgehen lassen. Entschuldig. Die Ausreißer konnten allesamt geschnappt werden, doch ihre Beute ist noch immer irgendwo da draußen. Begib dich in das Zielgebiet und finde die Accessoires. Vier Kisten und Armband des Himmelschokobos. Oh mein Gott. Nebenbei, es gibt ne lustige Theorie, dass diese Waisenkinder die Sekta rettet, dass die im Original die ein paar Hauptcharaktere sind, sowas wie Jessie, Beach und Patch und sowas. Das ist ne interessante Theorie. Das ist ja so sieben Jahre vor Feindling. Das sind nur sieben Jahre, das ergibt null Sinn. Naja, wenn sie 14 sind zum Beispiel und dann 21, das geht schon. Meinst du? Es ist nur ne Theorie. Ich glaube auch nicht, dass es stimmt, aber ich konnte es mal anschneiden. Bei Waisenkinder kann alles sein. Das kann von 4. und 4. und 5. Das kann irgendwie auch noch sein. Megatrank. Oh Gott sei Dank, wir haben einen Trank. Ich würde mal sagen, die halten nicht so viel. Alter! Aus. Das war ein herzloser Stachel. Das war ein herzloser Stachel. Das war ein herzloser Stachel. Oh, what da? Das war ein herzloser Stachel, Meli. Du hast jetzt nicht auf 1 HP nicht treffen lassen davon. Ach. Ja, Ausdruck wird sterben. Cloud? Ne. Oh, dann ist es. Wollen wir aber nicht. Wir brauchen noch die letzte, brauchen wir noch von Cloud. Mensch. Von Cloud? Ja, aber Cloud will nicht erscheinen. Ja, dann machen wir es einfach so. Dann nehme ich gleich, kaufe ich so ein Teil und dann wird das halt provoziert. Mhm. Und von diesen Granatspülern in acht nehmen vor den herzlosen Stachel. Ja, da... Ach, darauf wäre jetzt nicht gekommen. Das hat Aua gemacht. Eisenfaust. Ja, das hat richtig ausgemacht. Das ist ne gelbe Materie, die fast ist wie Matiuschlag. Nur nicht so stark. Hallöchen, ihr Granatspüler. Der hat grad schon wieder. Der hat... Hast grad gesehen? Ja, der wollte wieder. Der wollte wieder die Jöns auf die Fresse hauen. Hermes Stiefel. Oh, Hermes. Ich bin Hermes, der Götterbote. Oh. Da geht's ein Wassermarsch. Kümmer mich gleich drum. So. Moment. Oh Gott. Putz. Oh, das ist geknackst. Oh, jetzt wär's beinahe in die falsche Röhre gekommen. Ohohohohoho. Langs noch Wasser ist es nicht so gefährlich. Da musst du ein bisschen husten. Oh, ein Hippo. Seidenschnabel. Oh, ja. Oh, ja. Haben wir auch grade gedacht. Seidenschnabel. Armband des Himmels schon groß. Ob's denn Seidenschnabel auch im Legacy gibt? Also angeblich ja. Hm. Es hat bis jetzt nur einmal geknackt, oder? Ja. Ja, süß. Ich bin grad an das Ding drangekommen. So. Ältester auf Abwägen. Eines der entwendeten Accessoires wurde in einer Ödnis lokalisiert. Begib dich dorthin und beschaff es zurück. Der Ausreißer ist kampferprobt und schreckt vor nichts zurück. Nimm dich in acht vor den Gefahren in dem Gebiet. Drei Kisten und ein Goldarmband. Älteste. Und Turnaround. Wir sagen, wir gehen erstmal nach links. Oh, ein Haushaltsroboter. Ein Kirby. Batsch. Batsch. Schön. Ein Kirby. Okay. Doch da. Da ist ne Kiste. Ein Schutzkring. Hm, ganz kurz versteckt. Ein Schutzkring. Ja. 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 Ja, das war die letzte. Ja. Mann ey, ja wie gesagt, ich kauf wirklich gleich das Zeug und provoziere das. Problem ist, es kostet einen Materia-Slot, das auszurüsten. Echt jetzt? Ja stimmt, Materia, ja ja. Es ist eine Materia, von daher habe ich auch das Sinn. 10.000 Gil, ach das nehmen wir doch gerne, das brauchen wir. Wir nehmen jetzt jeden Scheiß hier mit. Und da die Gegner jetzt nicht was für Schaden machen, ist sie jetzt ziemlich chillig geworden gerade. Mir gefällt die Autowahl? Äh, ich bin tot. Oh, ja Bohrattacke. Du darfst es nicht übertreiben. So. Mann ey. Lass es halt nicht übertreiben. Ja, hab ich gerade festgestellt. Ja gut. Nochmal. Aber ein neues. Ich würde sagen, du gehst ja erst auf die Bohrmaschine. Da hab'n Hubschrauber. Ja, ist besser. Mensch jetzt lass dich doch mal treffen, du Scheißding. So. Ja. Ups. Meine Herren. Hubschrauber. Geht doch. Heiß Ding. Ja gut, wir brauchen aber Schwarzkunst aktuell nicht so richtig. Nicht so wirklich, ja. Wo war denn das? Warte mal. Oh. Äh. Links zum Shop. Da. Geheimagentenbedarf. Da haben wir Sefiroth. Und Sefiroth. Und Shield. Da hast du gar nichts. Ne. Warte was hat man denn bei. Seng. Was war denn das? Warte mal Sturmangriff. Steht das irgendwo in der DBW? Das ist an. Das ist an. Das ist an Shield. Wir brauchen. An Shield ist auf 100%. Äh. Da haben wir anscheinend eine Szene, die wir noch nicht gehabt haben und das gemacht haben. Die haben wir schon. Ach Scheiß. Nicht fragen. Ich. Aber Cloud brauchen wir also. Meteor Shower. Ich. 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 Meteor. Wir provozieren das jetzt ein bisschen ihr lieben. Und Glückstern ist Sisnoe ne. Ja. Ja. Ihr zwei. Wir provozieren das jetzt ein bisschen. Ich. Brauchst es nicht vergessen. Ja. Ja. Das ähm. Die Sisitters. Und. 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 Ähm. letzte DBW von Sisney und von Cloud kommt. Wir büßen da zwar jetzt ein bisschen was ein an TB, aber das ist jetzt nicht so... so wichtig. Wir speichern jetzt mal. So. Weiter geht's. Wie sieht's denn bei dir aus eigentlich? Ich bin glaube ich in der sechster Reihe. Okay. Mädchen auf einer einsamen Insel. Wir konnten eines der von den Waisenkindern gestohlene Accessoire auf einer einsamen Insel orten. Du musst dorthin reisen und das wieder beschaffen. Übrigens, das Kinderheim, aus dem die Waisen geflohen sind, wurde von Shindra zu dem Zweckerbaut Kindern aus verschiedenen Landsteilen Schutz zu bieten. Drei Kisten und es gibt den Knochendorfhändler. Also neuer... neuer Laden kommt dazu. Cool. Da müssen wir gleich mal dann rein schuppern, was es dort gibt. Ja, genau. Also wir provozieren. Jetzt wird provoziert hier, was das zeichelt. Nebenbei, wenn die Materie hochstuft, dann wird das sogar noch mehr provoziert. Dass das dann noch öfter kommt. Interessant ist, stellt es nirgendwo an, dass das aktiv ist, diese Provokation. Auf der PSP wird das angezeigt. Ja? Meistergürtel erhalten? Mhm. Ich hab jetzt zumindest nix gesehen, wo das angezeigt werden würde. Aber aktiv ist so, haben wir doch ein Armband, das Schimmelschock groß. Doch, da unten! Emotionen? Doch, da unten bei der DB. Warum steht das denn da und nicht im Kampf? Muss ich das verstehen? Ich hab keine Ahnung. Hopp, da einmal links entlang. Ach so, von den Höllenschlechtern. Oh, ist das ne? Wieder keine, keiner links. Ah, das kann nun wieder kommen. Und dann wieder. Und dann wieder. Wir müssen jetzt so lang herausbauen, bis die Szene kommt, die uns fehlt. Scheiße. Ah, das ist die Bohrattacke. Also ihr Lieben, jetzt, jetzt, die, die leichten Missionen sind rum. Aber ihr nehmt doch wieder einen Schutzblit mit. Autsch. Also ohne Wahl hätte dieses Feuer ganz schön auber gemacht. Mhm. Jetzt kommen die Missionen, wo wir mehrmals hintereinander wahrscheinlich sterben werden, weil das sind jetzt nicht mehr ganz so ohne. Superdrank. Ja, je weiter wir vorankommen, desto schwerer wird's. Ist auch der Sinn, irgendwie 100% zu spielen. Da wird man wirklich herausgefordert. Ah, siehst du's auch? Ja, ein Haushaltsroboter. In XXL. Was? Gibt's denn zu kaufen? Brich'n Keks für den, welch'n Kutu-Cover. Kommt das, ne? Bitte, 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 bitte. Oder Mokri wäre auch in Ordnung, weil das würde nämlich das noch weiter sehen. Ah, wieder keine. Ah, jetzt seh' ich's. Ja, nächstes kommt die Glückständchen. So. Und nochmal. Mailadresse von Knochen-Dorf-Händler erhalten. Neuladenverfütter. Und es ist immer noch nicht der letzte Laden, ne? Sonst hätte man schon längst... Ne, ne, es gibt noch... Es gibt noch mindestens einen, den ich in Kopf habe. So, Moment, erstmal gucken. Einkaufen. Knochen-Dorf-Händler da unten. Feuer der Hölle. Megaflair. WONDERWE Boim-Gerder Das sind die, Espa. Ja, ohohohohohohohohohoh. Nein. Ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz aufs Töl. Okay. Ich mach mir so lange weiter. So, mach das. Uw, nachher, hab Spaß. So. Swaitällester auf Abwegen. Eines der entwendeten Accessoires wurde in der Ödnis lokalisiert. Begeb' dich nicht dorthin, beschaffe es zurück. Das Motiv der ausgerissenen Waisenkinder ist übrigens mittlerweile klar. Sie sind getürmt, um ihren strapazösen Pflichtübungen zu entgehen. Zwei Kisten und den Kraft dazu gibt's. Wir gucken erstmal hier rum. Okay, da ist nichts. Da! Aha, siehste. Stirnband. Ach, nicht der. Heldentrunk. Und das war's dann schon. Kraftanzuge halten. Oh. So, Zwillinge in den Höhlen. Eines der von den Waisenkindern gestohlenen Accessoires befindet sich offenbar in den Höhlen. Eile dorthin und bring es in deinen Besitz. Übrigens, die Waisenkinder sollen demnächst entsprechend ihre Trainingseinheiten verschiedener Schindler-Divisionen zugewiesen werden. Drei Kisten und einen Energieanzug. Da bin ich wieder. Hallo, wir bekommen jetzt einen Energieanzug. Ich glaub, das ist der andere, der für Magie zuständig ist. Wir haben ja schon noch einen Kraftanzug und der Energieanzug müsste der für Magie sein. Ich bin ja das nicht ganz sicher. An dem Beifahrt, was gibt's in dem neuen Shop? Haben wir noch grad geguckt? Ja, stimmt. Jajajaja, es war. Ich weiß nicht, mein Kopf war grad irgendwo anders. Keine Ahnung, fragt mich oder nicht. Mein Kopf, der war da drüben und hat gesagt, ich mach mal Pause. Und wieder einsetzen, einfach, um die Punkte, um die Punkte zu bekommen. Oh, ja. Mir geht draußen wieder ein kleines Stürmchen. Magie schlagt. Ach, hier geht's grad. Hier ist mal Sonne. Also, der Sonne ist bei uns auch sehr warm heute. Nur im Wind ist es sehr kalt. Oder kalter Wind. Ne, ausnahmsweise mal Windstill. Aber jetzt die Tage hab ich auch gedacht, ähm, hier fliegt gleich alles davon. Und dann legt's hier. Da ist die Kiste. Oh, dran vorbeigelatscht. Wegfegen. Wegfegen ist wie in Pokémon bei Taubsi oder bei Taubboss. Bei Taubboss, der macht auch irgendeine Attacke. Da sind sie alle weg, die Gegner. Die Attacke, die du meinst, glaub ich, heißt Brüller. Und ich glaub, Taubboss kann den... Obwohl, Wirbelwind. Wirbelwind heißt die. Schön. Es gibt auch Brüller. Oh, darf ich jetzt hier auch mal? Wäre das vielleicht möglich? Oh. Und drei da sagen, ne. Ja, ich merk schon. Alter, ihr geht mir aufs Schwein hier. Gut, dass wir Wahl haben. So ist es wahrscheinlich halt vier. Ich mach schon. Ich sag, der einzige Nachteil, bei einem Magieschlag ist, dass es dauert halt ein bisschen. Das Auslös. Oh, Bonus. Glückssterne. Yeah. Das heißt, Glückssterne kommt jetzt noch öfter. Wie viel? Ich glaub, das ist 1,4-fach und auf Maximum war es das fünffache. Irgendwie so. Energieanzug. Au, das hat es. Du kannst mal reinschauen, ob es der Anzug ist, den ich im Kopf habe. Das müsste der sein. Erhöht, TB, ATK und WID, verringert jedoch MP, FP, Magie und Will. Den hatten wir schon. Also ist auch Magie getrunken. Quatsch, Energieanzug. Erhöht, MP, Magie und Will, verringert ihr TB, FP, ATK und WID. Ja, ist Magie. Das ist der Magieanzug. Den mag ich lieber. Ich bin halt ein Magier. So. Junior auf Abwägen. Eines der entwendeten Accessoires soll in der Ödnis befinden. Begib dich auf direktem Weg dorthin und beschaffe unser Eigentum zurück. Nebenbei hat der Vorfall den Shinra-Führungsstab dazu veranlasst, die Verwaltung des Kinderheims neu zu strukturieren. Zwei Kisten und es gibt den Zaubereis. Hm, ich finde das sind immer interessante Texte da. So, wir gucken uns hier... Interessant, dass... Hm? Ja? Also ich finde es interessant, dass Shinra, ähm, da mit den Waisenkindern ist und später in Final Fantasy VII da irgendwie nix mehr so ist und die Waisenkindern in den Slums sind. Hm. Leuchtband und Elixier erhalten. So komm, Sisney. Jetzt bitte. Wir wollen langsam mal die... Die Szene haben, die wir noch nicht hatten. Kann das sein, dass diese Szenen, die da gerade liefen, von irgendwie... ...dass es ausgesucht wird, um zu zeigen, welche Dings gemacht wird? Weißt du, was ich meine? Nee, das ist einfach nur so ne Art... Es kommt gleich, es kommt gleich, es kommt gleich, es dauert noch ein bisschen, es kommt gleich. Ach so. Das hat keinen Einfluss, ob die Szene kommt oder nicht. Ach so, ach so, wir haben ja schon alle, wir haben ja schon alle, alle Kisten. Also auf der PSP war das so, ob es hier ist, weiß ich nicht. Also ich geh mal davon aus, dass es genau selber ist. Und da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Mach den Mund nicht zu kaputt, Bahamut, danke. Doch, einmal durch. Ja, das denkt er sich auch. Ach so, wenn der Mond durchschießt, müsste da eigentlich nicht Energie verloren gehen? Dass er da abschießt. Ich hätte noch mal andere Fragen, ich glaub das... Zauberreise halt. Alles klar, Lichty. Ja, ich weiß, nicht nachfragen. So, wir speichern wieder. Zwischendurch mal speichern, nur mal zur Sicherheit. Naja, man kann hier oft genug speichern. So, der Accessoirehersteller. So, Aufbruch eines Headhunters. Es soll ein legendären Hersteller wertvolle Accessoires geben, der durch die Welt reist. Gegenwärtig soll er in der Höhle an einem neuen Produkt arbeiten. Begib dich dorthin und überzeuge ihn davon, sich Shinra anzuschließen. Vier, sechs Kisten gibt's. Und es gibt den Glücksbringer. Und das sind schon wieder Stufe 9 Missionen. Ich brech schon wieder. Wahrscheinlich sind dann irgendwann auch mal 10 mit dabei. Lichty, bist du noch da? Lichty? Nein, ich bin nur hochkonzentriert gerade. Ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren bei diesen Raufen Gegnern. Achso. Rögen. Adamantiz. Oh Gott, das ist ein Wort, ey. Okay. Und Megatrank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, du bist, nehmen wir gerade in der Missions-Rab, wo bei der Letzten etwas Besonderes ist. Äh, okay. Im schlechten Sinne? Schild, Magic-Bot. Stammt! Der 766 ist der und den kannst du noch nicht holen, du brauchst etwas aus dem Unitast. Das haben wir im Hinterkopf gehalten. Und das ist das Magic-Bot, der ist ein bisschen Van Damme. Also kann ich die 766 noch nicht machen, sozusagen. Du kannst sie schon machen, nur den Gegner, den Magic-Bot, den kannst du nicht machen. Den kannst du auch später machen. Du kannst ja jederzeit in die Mission reingehen, wenn du sie schon da hast. Du musst sie halt dann nochmal abschließen. So gesehen können wir sagen, du musst die Mission dann zweimal machen. Obwohl wir können mal schauen, ob wir alles dafür hätten. Ich guck mal gleich, wir machen erstmal ganz kurz hier. Hm? Warum sind hier Wutai-Krieger? Ja, die passen auf den Accessoire-Hersteller auf, ey. Also die wollen auch Accessoires haben für einen Wutai-Krieg. Wo ist der aus? Hm? Haben wir schon. Hm? Kein Abendessen heute mit Cisney-Desick, tut mir leid. Kein Abendessen heute mit Cisney-Desick, tut mir leid. How about this? Gonna love this! Oh yeah! Oh yeah! So vom Gefühl her bin ich schon an einer Kiste vorbei gerannt, aber nur vom Gefühl her. Hm, einfach weiter gehen. Dann kriegen wir da also noch eine fehlt und weißt du, dass du verpasst hast. Das ist genug! How about this? Oh no you don't! By now! Gonna love this! How about this? That's enough! Oh yeah! Oh yeah! Todeswirbel? Oh yeah? Ne, da ist er. Komm, trefft mich mal! Wenn wir hier Wutai-Gegner sind, dann würde ich wieder den Schutz ausrüsten, weil die haben ja öfter eine Todesalve auf Lager. Wir sind übrigens Stufe 71. So, was sollte ich wieder? Statt den Schutz fängenden Schutzbett. Weil es sind die Wutai-Gegner und die Wutai-Gegner arbeiten ja gerne mit Tod. Stimmt. Ach, wo ist der Schutzbett? Das war nicht nett, dass man das einfach mal nach, ähm... Nach was? Nach was? Nach was ist eigentlich so? Das ist eigentlich so, wenn man Standard macht, frag ich mich. Warte! Alles querbeet! Ich sehe es! Aber geh mal mit R1 weiter oben durch! Ähm, was war'n das? Die Parameter erhöhen, ne? Sonst gibt es noch Attacke verbessern. Abwehr und Spezialeffekte? Spezialeffekte müsste es sein. Ist ja nämlich Spezialeffekt. Nee, tatsächlich nicht. Gut, dann schauen wir unter Abwehr. Vielleicht finden wir es dort irgendwo. Äh? Attacke verbessern? Okay, unter was gilt das? Unter was gilt das? Unter Attacke verbessern? Das müsste unter Defensive sein, aber okay, ich frage nicht nach. Wir akzeptieren das jetzt einfach mal so. Wir nehmen das jetzt so hin, sind ganz flüssig und gut. Ich bin schlutzwort tot, aber ich habe einen Angriff verbessern. Was? Na ja, wer weiß. Oh yeah. Huch, falscher Attacke. Äh, falscher. Wir dürfen normalerweise nur TB 54.096 haben. Wir haben aber aktuell eine TB von 83.461. Theoretisch kannst du schon 99.99 haben. Theoretisch. Theoretisch. Leibwächter. No, na klar. Hm, das Claire, was die da zaubern, macht irgendwie viel Schaden. Nee, nicht wirklich. Aber ich werde grad ein bisschen übermütig, merke ich gerade. Das macht krass noch Spaß. So, was, warte mal, müsste ich, was brauchen wir denn für den Magic Bot, weißt du das? Äh, Pot. Ja, kann ich dir sagen. Ja, dann sag mal. Es ist alles materia. Ja? Es ist alles gelbe materia. Also kannst du schon mal sortieren, gell? Okay, ja. Wir brauchen Almosen. Hammer. Verzweiflungsschlag. Ich glaub, daran hackts. Verzweiflungsschlag gibt's nicht, ob es im Spiel nur zweimal oder so. Und einmal kann man das nicht selber machen, das weiß ich. Na, haben wir noch nichts. Hast du dich? Haben wir noch nichts. Haben wir noch nichts. Haben wir noch nichts. Können wir noch nicht machen. Also wir machen trotzdem, wir machen die Reihe komplett durch. Dann haben wir die mal, die haben wir die schon mal gemacht. Ähm, müssen uns dann halt nur irgendwie merken, dass wir die 766 nochmal machen müssen. Ja. Dann verzeih ich schon klar, gibt's das sehr spät in den 9er Missionen, das weiß ich. Achso, okay. Oder wir machen... Man könnte theoretisch nur noch selber machen. Wir machen's so. Wir machen jetzt bis zu 766. Und dann... Weißt du, was ich meine? Nein. Wir machen jetzt bis zu 766, gehen dann auf die 9er rüber. Machen dann die 9er und machen dann... Weißt du? Machen wir die 9er so lange, bis wir das haben. Genau. Alles klar. Das ist ein Deal. Misserfolg eines Headhunters. Beim letzten Mal hatte der Accessoirehersteller seine Arbeit bereits beendet und war wieder aufgebrochen. Doch nun erhielten wir eine weitere vertrauenswürdige Meldung. Unser Mann soll sich momentan in der Höhle befinden und dann in einem neuen Accessoire arbeiten. Gewinne ihn umgehend für unsere Zwecke. Sind wir der Headhunter? Ja. Okay. Fünf Kisten gibt's und einen Elfenring. Oh. Ohlala. Hier gibt's Elfen. Turnaround. Seht ihr? Seht ihr? Das ist echt so mies gemacht, ey. Armband des Himmelschokobos. Turnaround. Wieder mal einen Schluck trinken. Turnaround. Ja, doch. Ja, ist okay. Langsam hab ich nichts mehr zu trinken hier. Obwohl doch. Ich muss dann was Neues holen. Aktivieren in Combat Mode. Ach nein. Ver... Und ich hab kein... Nein! Ich hab kein Schwarzkunst! Ja. Weglaufen. Da geht nichts anders. Weglaufen und Schwarzkunst auspacken. Schwarzkunst auspacken. Schwarzkunst auspacken. Manu. Halt. Ausrüstung. Also nix mit Sisley gerade. Schal. Gelb. Hat mir nicht ne Schwarzkunst auch komplett voll? Muss mir ne Durst krollen. Ja. Aber... Aber... Aber Sisley... Sisley ist ja wichtiger als die Bödenviecher. Ja, sagt das den Viechern. Oh, hier ist keine Kiste. Okay. Also, dass die so oft in das Spiel vorkamen, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das haben sie bestimmt hochskaliert, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, siehst du, sag ich ja. Um 500% oder was? Na gut, ich ignorier die meisten normalen Gegner von daher. Ja, ich aber nicht. Echt nicht. Ich möchte das Schwert schließlich hochleveln. Du spielst auch nicht auf schwer. Huah, ha, 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 ha. Alter! Ich will es noch nicht. Ja, stimmt. Wir wollten ja schwer spielen, wenn wir es das zweite Mal durchmachen. Machst du dann auch Minerbe auf schwer? Naja, da ich ja 100% möchte. Muss man das ja auf schwer spielen. Ja schon, aber Minerbe ist optional auf 100%. Und wenn man schon eine Mission auf 100% haben muss es ja nicht normal machen. Ich denke mal, ich werde es mal probieren. Ja. Hier. Alles. Wenn es ein 0G plus ist, hast du ja alles mit dabei. Also auch irgendwie so. Das heißt, wir müssen da dann... Eben. Es ist, es ist Game Plus eben. Genau deswegen. Und wenn es Game Plus ist... Einzige, was man... zu dem Zeitpunkt. Ja, es sind... Es sind ein paar Missionen, das war's. Und bei Nu Game Plus sollten die Easy Peasy Lame & Squeezy sein. Und wir haben... wieder ein Stufenaufstieg. 72! Wollen wir tauschen? Ich will das Level haben, was du hast. Ne! Vergiss es! Warno. Ach, der hat dich nass gespritzt! Du brauchst dich gar nicht heilen, du Sack! Vor allem bei dir will er sich heilen mit Zufrieder. Du kannst es tun! Du kannst es tun! Du kannst es tun! Es kommt, obwohl wir es nicht mehr ausgelassen haben. Oh, ja! Also genau, ihr Lieben, für die, die das Spiel noch nicht lange bei mir verfolgen... Ich wollte es auf 100% spielen, oder ich will es immer noch auf 100% spielen. Aber das Problem ist, wir haben schon ein bisschen was verpasst. Ist aber nicht schlimm, weil dieses Spiel über New Game Plus verfügt. Und das heißt, wir spielen das jetzt so weit, es geht durch. Mit allem drum und dran und spielen es dann nochmal auf schwer im New Game Plus. Also, es gibt dann keine Mission mehr, wir machen nur noch die Story nochmal. Nur damit ihr Bescheid wisst. Im Schnellverfahren. Genau, im Schnellverfahren. Und schauen, was wir verpasst haben und nehmen alles mit. Genau. Headhunter in der Krise. Beim letzten Mal war der Accessoire-Hersteller gerade aufgebrochen, als du am Zielort ankamst. Doch dieses Mal sind unsere Informationen verlässlicher. Unser Mann soll sich momentan auf einer einsamen Insel befinden und dort an einem neuen Accessoire arbeiten. Reise zu der Insel und gewinne ihn umgehend für unsere Zwerge vier Kisten und es gibt nochmal den Schutzring. Was würde man denn öfters einmal brauchen? Naja, wer weiß. Es gibt bestimmt so Leute, die das machen. Ich weiß gar nicht, wo ich sie... Oh Gott, oh Gott, ist das verzwickt hier. Solange durch den Kreis geht, ist das alles fein. Ich werde bestimmt jetzt öfters machen. Mal gucken. Was? Näh! Näh! Ey, ja, das ist so ne Vergitterattacke. Der entzieht die EMP und EFP, also viel Spaß. Das ist der Gelbe. Der macht es. Wie gemein! Ja. Elektrosch. Erstmal wieder. Das war der Gelbe. Wie gemein. Ich kenn die Freunde nur allzu gut. Eieiei, die macht es Spaß. Nicht. Hat er jemand schwere Mission bestellt? Hier sind die Schwermissionen. Der Gelbe da, ne? Ja, der Gelbe ist es. Ja, der Gelbe ist es. Der EMP ist so fein. Wie wird dir direkt aus dem Gelben gehen? Das ist doch ohne Unfeife. Ja, wenn der mir das klaut? Hallo? Ah, und das relativ schnell sogar. Du brauchst da gar nicht ankommen mit dem Scheiß. Du lässt ja nix mehr klauen. Nie wieder! Darf ich mir auch nicht klauen? Sack! Also, ernsthaft. Das ist lustig. Jo, na klar, als ob. Das ist doch Feuer. Ja. Ich hab mich grad geheilt. Ich hab's gesehen. Es hat mehr Schaden gemacht, als du geheilt hast. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich meine, die halten nicht viel aus, die Gegner, aber die heilen viel aus. Die richtige Glaskanonen. Das kann man nicht mehr wohl, das hat gefeiert. Alter. Ihr杯an war knapp. Der Tondre wollte grad vorbeischneiden. Alter, what the fuck? Was ist hier los? Was ist hier los? Oh, was ist los? Am Ende könntest du ja den Magieschutz geben, weil du hier mit Magieschlag ja keinen Pfeffern Ja, könnte ich aber nie. Nö. Hab ich jetzt die Kipps aufgemacht? Natürlich nicht. Schokomoppelfeder. Gessen Kippen Kippen. Gessen Kippen Kippen Kippen. So. Oh, da muss ich bei der Pfeff. Meine Herren. Der ist da reingerannt. Ich hab's, ihr habt's genau gesehen. Der ist da reingerannt in meinen Angriff. Dafür kann ich nicht. Wo ist die letzte Kiste? Wir suchen die Blaise. Ich weiß, ich hab's, ich denk mal die wird hier irgendwo da unten sein. Ja, auf der linken Seite. Ja. Du brauchst gar nicht mit deinem Scheiß hier wieder. Komm, mein Freund. Oh. Ich will meine Dinger behalten. Ja. Meine Herren. Alter, Stress geht die mir auf den Sack. Sorry. Das Spiel ist Stress, Leute. Das Spiel ist Stress. Nicht kauf mir Stress. Ach, Quatsch. Das stresst nicht. Aktivieren in Combat Mode. Also ich gerade was anderes behauptet. Oh, hallo. Ja. Alter, du scheiß Vieh. Du elende scheiß Katze. Oder was du sein sollst. Ich glaub nicht, dass das eine Katze sein soll. Ist mir egal, was das ist. Das geht mir auf den Sack. Oh, nein. Nein, der Herr. Oh, ja. So, irgendwo ist jetzt diese Kackkiste. Ich weiß es nicht. Alter, ernsthaft. Da steht sie. Und die Kiste guckt uns an und sagt... Wunaband. Oh, doch. Muss ich mich wieder da unten durchkloppen. Kloppen die Kloppen. Putz. Mitkircht? Mitkircht. Nee, in der Helm. Oh, das wird meine Kliffsmafit get begged. Wants ihm Spreng, wann ich? Ja, wieder. Auf den Arsch! Meine Herren, ey, also diese Missionen, ne, ihr Lieben. Ohne Witz? Ja? Aktivieren Combat Mode. Na klar! Oh, ein Halber ist von mir. Oh, zwei Gelbe. Okay, der hat dich nicht getroffen gerade, der Gelbe dann bereits. Und so? Oha. Auf die... Ein Schutzring halten. Dieses Spiel macht nicht Agro. Nein, tut es nicht. Ich weiß nicht, was du weißt. Oh, die Fremde! Halt, ich wollte speichern. So ähnlich, ne? Ja, genau. So in die Richtung. Schön. Gott, ey. Der erzürnte Headhunter. Beim letzten Mal hatte der Accessoire-Ersteller seine Arbeit bereits beendet und war erneut auf Wanderschaft gegangen. Diesmal jedoch sind unsere Informationen verlässlicher. Unser Mann soll sich momentan in einem Gebäude befinden und dort in einem neuen Accessoire arbeiten. Dann gewinne ihn umgehend für deine Zwecke. Fünf Kisten. Und es gibt den Mok-Talus. Mok-Talus Mann. Nicht Mok-Mok. Mok-Talus. Das stimmt schon, Mok. Mok-Mok? Okay. Das stimmt schon, Mok. Mok-Mok. Mok-Mok. Also wir drehen uns hier wieder um. Und diese Kisten sind hier echt gemein. Also hier... In einem Schienergebäude sind sie wirklich assi. Also ich glaube ich... Im Gebäude mag ich die auch nicht. Hier werde ich mit viel Magieschlag arbeiten müssen wahrscheinlich. Weil die halten mir schon einiges aus. Ein bisschen. Werdet mal ganz kurz. Wo sind die Kisten heute wieder? Oh. Warten. Ah, bei mir hat es geknackst. Au, au, au. Ich bin wieder da. Sorry. Ich musste grad mal gucken. Das klang grad zu komisch. Für mich hat es gerade extrem geknackst. Also... Wunder. Ich hab grad mal Kieschlag ausgehalten mit der Haut in der Suche. Ja, jetzt aber nicht mehr. Ich bin auch nicht um Vieh dabei. Es war nicht Vieh, was er noch ausgehalten hat. Du brauchst dich gar... Nein, du blöd Vieh. Sag mal, wo sind denn die Kisten am Himmel? Himmel, hilf hier. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich denn alle fünf in Kreis oder so. Du brauchst gar nicht zu deiner Scheiß-2-Attacke kommen. Ja, vor allem wir sind die Nu gegen den Zuschauern. Da kommt so schön in den Schutzpitz. Apropos, wir sind ja gerade wie eine Umgebung, wo es nicht diesen lustigen Gegner gibt, als könnte man wieder die Glücksterne reinhauen, eventuell. Stimmt. Ähm... Ja, ich hab's nach Stufe sortiert. Ah ne, halt, das war ne... das war so... Oh Gott, warum guck ich... Ach... Hallo, hier... Ich hätt gern mal ne Kiste. Jetzt mal ohne Witz. Ja, wo sind denn die alle? Wir vermissen Kisten, Schild hoch halt. Alter, sag mal, habt ihr so noch alle? Er wirft mir jetzt ein Messerchen vor ein. So, Cisne, jetzt bräuchte ich auch grad nicht mehr. Ohne Witz. Und genau, jetzt ist sie nicht gekommen. Yay, eine Kiste! Oh mein Gott, wir haben unsere erste... Oh, da ist auch noch einer. Yay, auch ne Kiste, Applaus! Mistrille armreif. Und Mistrille halten. Wow. Puh... Ist ziemlich weitläufig hier. Ich würde sagen, zuerst links. Ich hasse diese... ich hasse dieses Gebäude hier. Hm, da ist sogar einer. Elixier, sehr gut. Kisten. 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 Das dachte ich mir. Ich weiß, ob der so viel Schaden macht! Ich weiß, dass dieser Schaden richtig reinhaut. Ich weiß, dass dieser Schaden richtig reinhaut. Und Level Up! 43! Äh, 73. Äh, 73, Entschuldigung. Entschuldigung. Wäre komisch, wenn du auf einmal Level 43 wärst, wo du vorhin schon Level 70 warst. Ja, wer weiß. Es werden auch noch Level abgezogen, wisst du? Ja, pro Schlag, den du kriegst, ne? Verliessen und Level. Äh, da würde ich, da würde ich einen Rabbel kriegen, ey. Da ist eine Kiste und wir schlaufen es genau und dann dachte ich mir. Du musst du dir den ganzen Mann umdarm an von der Blinds. Kutz! Oh, da hat man jetzt auch noch mal einen Ring gehauen, ey. Himmel aus dem Sturm. Ich hab's gesehen. Er wollte dir doch noch eine mitgeben, bevor er... Weckfliegen. So, eine Kiste haben wir noch. Wo ist die Kiste? Die wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich ganz rechts hinten. Einfach rechts entlang, da wird's wahrscheinlich sein. Ist sie hier? 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 Hier ist er. Ah. Na gut. Ich wär jetzt voll dran vorbeigerannt, ohne Witz. Die hauen rein. Tja, das hilft dann auch nicht. Ja, hier ist voll Kasko-Modus gerade angesagt. Die hauen rein. Bäm. Keiner hinfällt mir groß aus. Wuuuh. Wuh. Wuh. Da 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 da. Der Mock-Talisma ist ziemlich gut für später, falls wir was farmen müssen. Okay. Wofür ist er? Er sagt, dass Gegner nur noch seltene Gegenstände hinterlassen. Ist ein Accessoire wieder. Oh, der ist gut. So, der frustrierte Headhunter. Beim letzten Mal hatte der Accessoirehersteller seine Arbeit bereits beendet und waren heute auf Wanderschaft gegangen. Doch nun haben wir eine weitere vertrauenswürdige Meldung erhalten. Unser Mann soll sich momentan in einem Stumpf befinden und dort in einem neuen Accessoire arbeiten. Gewinne ihn umgehend für unsere Zwecke. Fünf Kisten und es gibt verdrehtes Stirnband. Von wem kriegen die denn die Infos? Das ist eine gute Frage. Und was die nächste Frage ist, wer ist dieser Accessoirehersteller eigentlich? Das wird nämlich nie gesagt. Oder ob er für das Schindra als später arbeitet, wird auch nicht gesagt. Mit der Frage und keine Antworten. Immer hier machen wir ein bisschen an der Wand lang, vor allem bei dem Scheiß. Ich sehe doch schon was, was mir auf den Sack geht. Ich sehe jetzt nicht die drei hüpfeligen Kugeln, die mit einem Sack wechseln. Nein, nein, die sind jetzt bestimmt nicht. Nein, nein. Oh, Mann, oh. Ich mag Kopser nicht, weil die mit ihrem Kravigar immer ankommen. Das tut doch nicht weh. Das bringt dich nicht mal um, Kravigar. Trotzdem. Mach das Aua. Ja, die Hälfte einer HP nämlich. Abgerundet. Das heißt, wenn du ein HP hast, die machen Kravigar, dann machst du es genau wie Null. Alleopp. Oh, Alter. Oh, der Hauptraumgauen. Der Bomber war ein bisschen aggro. Ein bisschen? Agro-Bomber. Es war mir klar, dass wir doch vergesst es. Hey. Das ist wieder so ein Kürbis. Meine Herr, mir. Das war schön. Also die Kürbis gegen die, wo hochstest du das? Weiß ich nur. Ja, die waren, die sind knuffig. Elixier erhalten. Perfekt. So, wo sind jetzt diese Be... Verdammt. Alter, geht mir doch nicht aufs Schwein. Mann. Einäugige, zweifügige Gegner. Geh mir doch ein Zack. Das kommt mir wie vorhin das Recht damals. Das war so aggro. Und das hat mich dann zerlegt. Ist sonst was. Mit Cloud meinst du, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr? Und auf einmal Zack, hat sie auch geregelt, ey. Chintra Projektoren plus. Ey. Putz. Zwei Kistenchen noch. Wollt ihr mich veräppeln? Oh. Ähm, schauen wir genau hin, würde ich gerade sagen. Ja, ich habe es gerade gesehen. Und das ist wieder eine Kiste, die fehlt. Ey. Ich hasse das. Die letzte Küste! Hier vielleicht irgendwo. Nee, ich glaube nicht, die da hinten ist. Och Mann ey. Was ist denn? Was ist die denn? Bitte, kommst du until nach diese Unterbrechung wieder. Dam, 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 da, dam, bam, 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 bam. Da 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 da, dum, bah, bau, 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 bau. Und jetzt geht's. Einhörige, zweifürgige Gegner. Du brauchst mich auch hier nicht so anstorren. Ey, das sind die Zubats... Ich bleibe verhebten. Ja, das Zubats, das stimmt. Das sind die Zubats der... Der Slums. Der Slums, genau, danke. Nämlich, die Schleife hätte ich nur so ein 10.000 Tuch entgekriegt. Also, es ist gut, dass wir die haben. Moing. So, sag mir mal, wo diese böde Kiste jetzt ist. Ich hab sie noch nicht gesehen, sonst hätte ich es dir gesagt. Ihr geht mal auf den Keks. Zieht Leine. Und du auch. Das Gute ist, die Hopse geben dir sehr viele SP. Nämlich 8.000. Alter. Oh, ja. Wo ist diese blöde Kiste? Was? Ich hasse es hier. Ich hasse das hier wirklich. Oh, ernsthaft? Dass wir die nicht gesehen haben. Ey, ich hasse es. Meine Herren, da sind wir doch dran. Ich... Ich... Manchmal glaube ich die Kisten... Ja, das sind wir am Anfang vorbeigegangen. Ich glaube, manche Kisten spawnen wirklich erst, wenn man durch ist. Nee, tun sie nicht. Wäre aber lustig und gemein. Die programmieren nicht auf Bild den, Melli. Oh, ja. Oh, ja. Sie machen das noch. Sollen sie es machen? Oh, ja. Oh, ja. Wirkt oder nicht, das weiß ich unsicher. Das ist ne Katze. Hat man das jetzt extrem gehört? Ja, ne? Ja, das war extrem laut. Ich gehe mal ganz kurz gucken, bin gleich wieder da. Alles klar. Ich mache eine Unterhaltung hier. Bum, 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 bum. Beste Unterhaltung des Tages. Bum, dum. Beste Unterhaltung des Tages. Bum, dum. Beste Unterhaltung des Tages. Bum, dum. Beste Unterhaltung. Die Katzen sind Katzenhaft bei mir nicht. Jetzt go. Bist ein bisschen ausstricken. Kennt ihr das? Man ist voll und vermissbar gestern und wird einfach nur da sitzen und brabben. So geht es mir gerade. Fast früher drei Stunden wie mir. Also mir kommt gar nicht vor, dass wir so lange spielen. Und ich spiele hier auf meiner PSP. Sag es auch so. Jo, mach mal weiter. Mach mal weiter. Es sind fünf Stunden vergangen seit du letztem Mal rauf. Du sie gut geschaut hast. Nope, fand es nicht. Moment, du warst mehr gestern. Ich erinnere mich, bist du noch an alle anderen Spiele, die sagen, noch eine Runde. Noch eine Runde. So, bin wieder da. So, bin wieder da. Komm zurück. Diese Katzen machen mich fertig. So, ich habe gehört, wir machen jetzt eine 766 Pause. Haben wir nicht nur 755? 7, 7, 7, 6, 5. Ne, das war halt 7, 6, 5. Ja, ist ja okay. So. Die Neuner. Die Tiefe ruft. Ach weia. Die Tiefe, sie ruft. So, ich schreibe wieder, Lichti. Dankeschön. Wir gehen endlich in die tiefsten Höhen. Unterirdische Höhlen. In der Nähe des häufigen Höhensystems im Norden haben wir eine zweite Höhle entdeckt. Wir können nicht bestimmen, ob sie auf natürlichem Wege oder durch Menschenhand entstanden ist. Zur Untersuchung der Höhle entsenden wir ein Forscherteam dorthin, das nie zurückgekehrt ist. Hier bekommst du ins Spiel. Vier Kisten und ein Aegis-Armband. Aegis? Ja, Aegis-Pil. Let's go in die Höhle. Guten Tag an alle und peace, liebe fleißige Melly. Wie geht's denn? Wie läuft's bei dir? Hallo Gaming-Dojo, willkommen im Stream. Mir geht's wieder besser. War ja gestern ein bisschen angeschlagen. Oder ein bisschen viel angeschlagen. Ähm, jetzt geht's mir so ein bisschen besser. Ist noch ein bisschen verschnuppt. Und ansonsten läuft's dir ganz gut. Ich hoffe, dir geht's... Er ist jetzt fleißig an Crazy Cold. Und ich hoffe, dir geht's auch gut. Ach, das ist ja Stufe 2 Mission, ne? Wo ist der Comedy-König? Er kann heute nicht. Er kann heute nicht. Er kann heute nicht. Ja, unser Comedy-König ist, ähm... ...nicht da leider heute. Nein. Er kommt sicher wieder. Hm, wir holen weiter, Kisten. Lalalalalala. Dafür hab ich... Graviga, dafür hab ich das Lichti dabei. Das gute. Das gute Lichti. Den verrückten Lichti, wenn dann bitte. Feuerring erhalten. Oh, böse Dodos. Geht der hier auf der Facebook-König bin. Oh, böse Schokobus, meinst du? Mein ich ja. Böse Schokobus. Ähm, hallo, Sex? Böse Schokobus in... Hä? ... und meistens waren auch nichts ohne Winter. Da hat sich noch ein Bomber selbst umgebracht, gerade. Bronze-Armband erhalten. Oh, ich hab grad'n Endgegner gesehen. Hm, freust du dich schon? Naja, das ist aber ne Stufe 2 Mission, es wird ja nicht so heftig sein, oder? Du brauchst mit dem Tod gar nicht kommen hier. Gott im Himmel. Ja, wir haben nämlich Schutz vor Tod. Da kann Tod sein. Ne, haben wir grad nicht, oder? Wir haben den Schokobus wieder angelegt. Mir geht es im Stream gut, im Realt geht so. Ich habe in Schokobo Grand Prix gestern dauernd gewonnen, auch mit für dich. Alles klar, Hypno-Krone. Alter, die haben das Pokémon Hypno umgebracht. Schokobo Grand Prix, ach ja. Ich hab' mir mal Schokobo Grand Prix mal angeschaut. Es ist mir ein bisschen zu sehr an ein Mobile Game angelehnt. Der war schnell weg, Melli. Er gesampert. Also ich bin schade, was wir mit Schokobo Grand Prix angestellt haben. Da hätten sie was anderes machen können, als wie so ein halb Mobile Game. Ich kann sowieso nicht hin. Mit dem Spiel kann ich eh nix anfangen. Äh, die Tunnel der Höhle erstrecken sich tiefer als vermutet. Die Zentrale hat entschieden, sie bis in den letzten Winkel zu untersuchen. Diese Aufgabe wird vermutlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Dringe behutsam in die Höhle vor. Ey, das klingt so falsch. Vier Kisten und Blitzkart-Klinge. Ich liebe das Schokobo Grand Prix. Du musst mal die aufzumachen und dann das vorlesen. Ein gutes Mario Kart Klon. Ich hab's gerade auch die Augen zugemacht. Ein bisschen. Ähm. Mario Kart Klon. Ähm. Wir hatten ja schon mal das Thema Gaming. Und da hatte ich dir ja auch gesagt, dass mir das nicht gefällt, schon alleine, weil du... Am Anfang zahlen musstest. Müssen nicht. Das ist zwar gratis. Ja gut, am Anfang, das haben sie aber zurückgerudert, am Anfang musstest du, um bestimmte Sachen freizuschaltend bezahlen. Und das ist für mich kein guter Mario Kart Klon. Was mich an dem Spiel hauptsächlich stört, ist, du kannst kein freies Spiel machen, um die Strecken anzuschauen. Na gut, das ist schwer. Du musst also gegen andere spielen, damit du mal die Strecken kehren lässt. Und das hat mich genervt. Daher spiel ich lieber Mario Kart 8 weiter. Da kann ich mir die Strecken anschauen, auch die neuen Strecken, die dazukommen als DLC. Apropos, was spiel man heute Abend? Da kann man sich einüben, wenn es gab. Tja, das darfst du entscheiden. Wenn es Gleichstand ist, dann darfst du über du entscheiden. So ist es jetzt immer so. Ach man, jetzt. Ey, ich... Wieso? Die zwei lassen dich nicht in Ruhe. Die sind synchron. Die sind synchron auf dich heiß. So. Puts. Ähm. Ich weiß es nicht. Mario Kart haben wir zur Auswahl. Smash haben wir zur Auswahl. Und Uno wurde sich gewünscht. Uh, das beste Spiel immer, Papa. Battle... Was, 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 was mit meiner Maus? Battle Pass war nicht verkehrt. Man bekam da immer neuen Content mit neuen Fahrern und Fahrzeugen. Und Maps, die 10 Euro jeden Monat waren gut angelegt. Was hat... Im Monat? Im Monat? Jeden Monat? Das ist wie halt wie ein MMO, da musst du auch jeden Monat was zahlen, ja. Äh... Ne, da hast du bei Mario Kart deutlich besser. Ich würde sagen, das muss jeder für sich entscheiden. Ja, klar für... Das heißt, 10 Euro im Monat passt das und passt das. Klar, im Endeffekt muss es sowieso jeder für sich entscheiden, aber für mich ist es halt einfach nicht eben schon allein, weil du zahlen musst. Ja, und nach 8 Monaten hast du eigentlich schon Mario Kart 8 Herren, weil du das kostet ja so nur 60 Euro. Mhm, mhm, mhm. Eben. Also wenn du so ein halbes Jahr spielst, kannst du eigentlich auch Mario Kart spielen, kommt dann dauerhaft bündiger. Aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, ja, das ist mein Spiel, das lohne ich mir, das stelle ich mir jeden Monat. Keine Frage, jeder, wie er möchte. Alter, ihr geht mal auf Schwein! Vor allem sind die zwei gleichen Gegner. Mensch. Klar, jeder das seine, wie er möchte, gerne, kein Problem, ne, ganz klar. Aber, ähm, für mich wäre es halt nichts, weil wie schon, wie ich sie schon sagte. Das ist ein jetziger, als ich mal einen Monat, wenn ich bezahlt habe, das ist lang her, war aber fein für sie, ey, lang her. Oh, ja! Mir fällt grad was auf. Was dann? Haben wir den Stern schon wieder drinnen? Ja. Weil, ja, haben wir. Ja, da kommt grad aktuell nichts, deswegen. Ja, die DBW sagt, mhm, grad nicht, keine Lust. Ich mach einer faul. So, Spuren eines Eindringlings. Tief in der Höhle fanden sich menschliche Spuren, wir sind also nicht die Ersten, die sie erkunden. Untersuche die Umgebung, solltest du auf feindliche Elemente stoßen, hast du die Erlaubnis, sie auszuschalten. Fünf Kisten, oder Drohnen, und einen Runen, eine Runenarmband. Oh, wir haben jetzt ab jetzt die Erlaubnis, sie auszuschalten, und vorher haben wir nicht die Erlaubnis. Und, Turnaround. Okay, das ist hier nichts. Keiniges, der am Anfang schade. Ja, nein. Ja, gut. Manchmal ja, manchmal nein. Du wirst nicht wissen, wie weit hinter dir ich bin. Wie weit bist du denn hinter mir? Die andere draufhin ist jaaaa. Ne, jetzt mal ernsthaft. Äh, warte. Eins, zwei, drei, vier, 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 sechs, sieben, acht Missionen. Oha. Na gut, du holst mich da wieder ein. Supi-Tage erhalten. Armband des Berg-Schokoboos. Ja, war es. Okay, hier ist keiner. Wieder auf der Brücke. Seht ihr? Seht ihr? Ach, der kleine Brücke. Äh, da ist wieder was los. Seid ihr jetzt keinen Schutzbit gehabt, ey? Du wärst sowas von tot gewesen. Mhm. Ich mein, die machen zwar keinen Schaden, oder kaum Schaden, nur der Zustand Todes also. Barriere? Also aufs große Ganze gerechnet wäre ich schon längst tot, ja. Ja. Ach, ich seh da schon wieder was, was ich nicht sehen wollte. Wirb-Attacke. Oh, hallo Hündchen. Tschüss Hündchen. Ähm, ne Kopie. Blitzring. Genesis-Kopie. Oh, kritisch. 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 Hündchen. Du hast sich gepfeffert. Hm. Da 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 da. So, Genesis eingreifen. Moment. Ich muss wieder Lichti wieder mitteilen, was wir hier machen. So. Was tun wir hier mit? Was tun wir? Diese Ziele sind uns noch immer nicht bekannt, doch dass der Verräter Truppen in dieser Höhle entsandt hat, weist darauf hin, dass es hier etwas von Interesse für ihn geben muss. Eliminiere Genesis-Männer und erkunde die Höhle. Ja, ich muss wieder fünf Drohnen und einmal Hochsprung. Also die, die Mission sind gerade noch ganz gechillt. Ja, aber je tiefer wir da kommen, desto schlimmer wäre das. Oh. Also genieße die Auszeit, die wir gerade haben. Ach, ganz kurz Pause hier. Äh, so richtig Pause von einem richtig krass, was noch auf uns Zaun kommen wird. Uah. Du willst dir wünschen, dass du hier bist, später. Äh, das ist ja Kindergartenversteig. Na, komm. Und wieder 3.400. Exa-Flash. Tschüss, lieber Mond. Mal wieder. Ein Wunder, dass dieser Mond noch längst nicht durchlöckert ist, voller äh, Paha mit Schüsse. Mh. So viel, dass du schon draufgeblatt hast, müsst ihr eigentlich schon 65. Du brauchst dich gar nicht heilen. Heine Güte. Er wollte, er wollte. Ja, ich habe es gerade gesehen, deswegen habe ich schnell mal zwischengehauen. Phoenix-Feder. Oh ja. Oh ja. Man kann nie genug Phoenix-Wing haben. Ach, wir gehen mal hier lang. In der letzten Gegend werden wir so die 50 Stück verbrauchen. Ach, du meinst, ich... Du brauchst minus etwas. Du brauchst minus etwas. Na komm, es ist ne. Es kommt drauf an wie. Es kommt drauf an wie. Komm bitte. Mann, oh. Eine Szene. Mann, ey. Wow. Oh ja. Ach du meinst jetzt bei... Nicht bei dem Gegner von der Mission, sondern bei dem anderen. Richtig? Doch Mission. Mit M? Ne, nicht mit M. Noch mit M. Da werden wir so eine 50 Vödex-Feder verbraten. Bloß minus etwas. Da musst du schnell reagieren können. So wie ich es kenne, kannst du das. Shinra Projektoren? Ne, da muss die auf der anderen Seite sein. Ja, die letzte Kiste ist woanders. Die ist nicht hier, die ist auf der anderen Seite. Also einmal bitte drumherum rühren. Ja, da ist er. Kristallreif. Wir werden so viel verkaufen ey, ohne Witz. Müssen wir auch. Damit wir Geld kriegen für was Bestimmtes. So, zwei von denen. Aua. Putz. Er hat dich weggeputzt. Na, dann machst du gleich mit. Ich wollte hier. Ach, Mann. Ach, Mann. Hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen. Das wird länger. Ja. Hinter den Kulissen. Ein Soldatkämpfer unserer Untersuchungseinheit ist durch Genesis Truppen ums Leben gekommen. Begib dich unverzüglich in das von ihm untersuchte Gebiet und vernichte den Feind. Acht Truhen. Und einmal Wall. Puh. Sorry, bei mir hat es gerade geknackst. Das hat wehgetan. Au, 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 au. Bei dir oder? Oder jetzt? Also bei mir jetzt im Kontroll. Äh, ein Ding. Bei mir. Bei mir ein Fuß. Achso. Mein linkes Fühlchen hat gesagt, ich mach mal weh. Polarreif. Polarreif. Okay. Nimm bei das Wallwall, was wir hier gleich kriegen. Ich glaub, das ist sogar ein gutes Wall. Ich bin noch nicht mehr sicher. Na, kriegen wir unser Schwert heute noch auf 50 Prozent? Hm, ich mein, du in der Defensive bleibst dann vielleicht. Also wenn du dich hauen lässt. Einfach nur rumstehst. Seismos. Okay. Hm, Seismos. Ist so richtig erschütternd. Magiebarriere. Äh, wir haben schon eine Wahl, da brauchen wir keine Magiebarriere mehr. Subspirica. Oh Gott, oh Gott, diese Wörter. So viele Kisten. Noch mal Seismos. So viele Kisten. Hurra. Okay, geradeaus. Sicher, dass da links keine Kiste war? Ja, da bin ich doch grad schon gewesen. Okay. Obwohl. Warte mal, bin ich doch schon geäht? Bin ich verwirrt. Jetzt verwirr mich doch nicht. Ich verwirr mich doch nicht. Nein, da waren wir schon. Da waren wir schon. Ich muss ja hier auf zwei Bildschirm gucken, ist nicht so einfach. Ach, du musst einen auf Chameleon machen, Lichty. Sehr gut bin ich nicht. Weißt du was? Batsch. Ich glaube jetzt. Batsch. Batsch. Noch drei Kisten fehlen. Oder die Waldfälle. Okay. Dann müssen sie das Werkhof verschickt haben. Das ist eine. Armband des Fluss. Hier ist nichts. Nummer eins. Aua. Nerv nicht Genesis. Kopie. Das ist nicht der richtige. Kopie. Sie sind aus den Kisten. Sieben und acht. Barriere. Und Super Saga. Oh, wir kämpfen wir wieder gegen den Haushaltsreporter. War da was? Nöe. Ein Wall haben wir erhalten. Ein Wal haben wir erhalten. Das bleibt nur mit zwei Endes. Ja, weiß ich doch. So, Bedrohung durch Genesis. Die Genesis-Truppen sind stärker als Sabbatisch. Wir müssen sie neutralisieren. Um unsere Untersuchungen fortsetzen zu können, vernichten einen Feind in der Umgebung, drei Truhen und ein Elixier. Erstmal wieder Karte angucken. Und wieder Turnaround. Ach Leute, geht mir nicht auf den Sack. 74 Lichtgie. Ich sag's aber, wenn ich bei 60 bin, okay? Okay. Dunkle Opal. Dahinten ist ne Kiste. Ich guck jetzt grad, wo der Endgegner ist. Da ist er. Kisten her. Yeah. Kisten her. Stopp, Klinger. Ach Leute. Zack. Und zack. Oh, Gaming-Dosho hat was am Marsch gemacht. Oh, danke Gaming. War das? Hm? Sein Schluck zum Drehengang. Ich muss nicht in die letzte Kiste, sag mal. Am Marsch. Was? Nee, da ist er nicht. Kann ich, glaub ich, an ihm vorbei direkt? Oh Gott. Ja, kannst du. Und ich glaub, er ist gerade da hinten. Nein, was ich nicht. Oh, hier da. Siehst du in der Ecke? Die böde Kuh. Ah, da, 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 da. Er ist gerade gesehen. Das ist ein gemeines Versteck. Mondhafen. So, und jetzt komm her. Jetzt geht's aufs Dach. Oh. Oh, er hat Freude mitgebracht. Oh nein, am Barrierenmäch. Viel Spaß. Du kannst es dann anrundetigen. Oh. So. Seismos. Die Schlag kannst du vergessen. Oder das machst du. Genau, das geht auch. Warte, was? Ah, wupp. Elixir halten. Da, 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 da. So, jetzt gehen wir schon in den neuen. Jetzt lass ich gar nicht mehr so. Jetzt geht's langsam in Richtung... Oh Gott. Ich hab ein bisschen Angst, dass hier noch so auf uns zukommt. Einiges. Lichty kennt die Mission. Natürlich. Eine dritte Kraft. Uns wurde gemeldet, dass neben den Genesis-Truppen noch ein dritter Akteur in das Höhlensystem eingedrungen ist. Finde unverzüglich heraus, um wen er sich dabei handelt. Ist er uns feindlich gewinnt, muss sie ihn ausschalten. Fünf Drohnen und einmal Giftwirbel als Belohnung. Also, sobald wir einen Verzweiflungsschlag haben, ne, wird's ein bisschen lustig. Verzweiflungsschlag? Den brauchen wir ja, um die letzte Mission 766 zu machen. Also, um den Meldsch-Gott dort zu... ...elf... ...befriedigen. Oder zu beglückern. Ähm, das klingt lichty, du, ne, und so. Auf der anderen Seite auch eine Kiste, glaub ich. Jajajaja, das ist sowieso hier miteinander verbunden. Ist das noch eine Kiste? Kisten hier. Yeah. Magieboost plus plus. Okay, nehmen wir doch gerne. Ja, ich muss andersrum. Die dritte Kraft, du, von der Rede, war gerade beim Tricks. Das sind die Wu-Tai-Ana. Ja, die sind hier auch. Ja, die sind hier auch wieder. Hau rein! Und nochmal. Boah, ey. Und ja, ich werde jetzt zunehmend Magieschlag verwenden, ihr Lieben. Weil einfach... Sonst dauert es mit dem Schwert zu lange. Höllen! Höllenfolger! Höllenfolger! Vor allem, du kriegst da nichts mehr dafür, was traurig ist. Was ich mich aber frage, kriegt man die Geschicklichkeit des Schwertes in Lugendplus mitgekriegt oder nicht? Was muss man rauslassen? Nervnis! Mensch! Also nicht du, Licht, ist der, der Gegner. Ich weiß schon, dass du ihn meinst. Oder meine ich vielleicht dich? Wer weiß? Nein, Katsch. Nö, niemals! So. Flakbot-Fehlfunktion online. Wir haben Flakbot zur Bekämpfung von Genesis und Butai-Truppen im Sand. Doch irgendwas hat dafür gesorgt, dass die Waffensysteme nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden können. Uns bleibt eine Wahl. Uns keine Wahl. Du musst unsere eigenen Waffen zerstören. Fünf Drohnen und zweimal Heldendrunk. Gibt's als Belohnung. Aber jetzt wird's langsam lustig. Nicht. Kommt drauf an, wie du siehst. Wahrscheinlich kriegst du dich. Ach, die Dinger. Die DBW ist viel zu langsam. Oder du bist zu schnell. Armband des Fluss-Schoko-Boos. Für fünf Kisten ist das eine ziemlich kleine Umgebung. Mega-Trunk? Ja, eben. Oh, alle drei. Upsala. Hoppla. War da was? Phönix-Feder? Oh, jetzt weißt du, warum... Ah, deswegen kriegen wir so viele Phönix-Federn gerade, wa? Na komm, schießt! Das hat grad 0,02% gegeben. Hm, ich hab's grad gesehen. Na komm, geh auf. Ein Elixier. Und eine Hypno-Krone. Aktivieren in Combat-Mode. Hm, hm. Oh, yeah. Heldentrunk gehalten. Noch tiefer in die Höhlen. Abermals bitten wir dich, in die Tiefe des Höhlen-Systems einzutauchen. Alle Berichte sprechen dafür, dass Genetist-Truppen noch immer dort aktiv sind. Räume mit unserem Feind auf, während du weitere Nachforschung anstellst. Fünf Drohnen und eine Elementklinge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist mir eigentlich aufgefallen, dass in den letzten Missionen eigentlich immer fünf Drohnen waren? Ja, und ich... Ne, ich wollt grad sagen, ich sehe unseren Gegner, aber das war schon... Das war nur eine... Ein Fels. Ein Fels, eine Brandung. Das ist doch nur so ein blöder Brocken. Das ist nicht nur ein Brocken, das ist ein Fels. Ein Fels. So viel Spongebot, du? Ja. Doing. Doing. Ich mag das Geräusch vom Schwert. Na ja. Na, was sind denn diese Blödenkisten versteckt? Ach, dich nämlich zuerst in Sonder. Zehntausend Schaden. Hups. Moin. Achso. Ja, das sind wieder die, die, wenn sie sterben, noch was machen. Das ist der Angstschiss. Sorry. Wenn du was sagst. Tja. So, Droh, Nummer 2. Phoenix-Fehler. Okay, das ist sehr auffällig. Merkst du das auch langsam? Ein Aura, ein Aurora-Reif. Meine Güte. Oh ja, na klar. Hallöchen, liebe Hauslandsroboter. Zwei fehlen noch. Wo ist denn die anderen zwei? Sagt es einer? Andere Richtung, würde ich sagen. Ups. Musst du mal hier richtig ersetzen. Da unten ist er. Musst du mal aufpassen, wenn wir in den Autos dann hier in den Kampfhäuser sind? Das kann sogar passieren da... Den kennen wir ne bei den Freunden hier, ne? Das hatten wir schon ein paar Mal. Boah alter... Uts... Nein! Oh shit! Das wird wehtun. Naja, das hat jetzt nicht so... Okay, nur 9000. Ich dachte mir so, da kommt jetzt mehr oder so. Boah alter, ich komm zu gar nichts mehr. Ja, da ist ein Maus krass. Man, ey! Der rastet total aus! Uts! Schön! Uts! Und nochmal so schön! Oh, warte! Hatten wir schon! Ich habe eine Schokolade! Ich habe eine Schokolade! Du kannst es tun, Zack! 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 Du musst dir alle noch nachmachen! Ja, ich wünsche viel Spaß! Ich hab Spaß! Ich grad nicht. So, ein enger... Ein neuer Tunnelpfad. Wir sind auf einen neuen Tunnel im Höhlensystem gestoßen, der bislang weder Genesis noch Wutai-Truppen bekannt sein dürfte. Du musst umgehend mit der Untersuchung dieses Pfads beginnen. Fünf Kisten und eine Energie als Belohnung. Sag mal, was haben die denn ständig jetzt mit diesen fünf scheiß Kisten, ey? Ja, Leon, hast du Kisten suchen gehst? Denbei, ich bin gespannt, was die nächste Belohnung ist. Es ist Naturgewalt, aber ich hab keine Ahnung, was das ist. Das ganze Original nicht, das ist das Item. Naturgewalt? Da müssten wir ja fast haben, hm? Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Mondharfer? Zwei Prozent, Osten. Wahrscheinlich ist es so ein Item wie vorher, so der Sturmangriff, der extrem dicht boostet, aber das wird klar, ne Klaska ohne Markt. Ah, das war ein lustiger Seifeln. Alter, jetzt! Scheiße, wie? Ja, na klar! Ah, langsam tun die Gegend da unten weh. Ah ja, der Anfang war Kindergarten, ab jetzt ist es immer lustiger. Ich freu mich schon. Wer ist da? Hörst du meine, meine, meine Freude in der Stimme? Weißt du, was ich interessant finde? Hm? Ich finde die Mission vor der Göttin schwerer als wie die Göttin selber. Adamann, Ralf. Kann ich nichts zu sagen. Megatrank. Ich geh hier extra raus. Also ich, ich persönlich finde die schwerer als wie die Göttin selber, weil die Mission davor ist. Heide wird es ganz schwer. Aua, sag mal, wenn man nicht da vorbereitet ist. Aua, sag mal, wenn man nicht da vorbereitet ist. Ich bin ja, eigentlich. Ja, tun sie. Hat man auch schon. Jetzt kommen langsam die Szenen. Wow. Geh'n die Gegner mehr auf den Keks hier. Ach nein. Ich geh'n die Gegner. Ach nein. Ach. Hallöchen. Ey. Alter, ihr geht mir auf den Sack. Wutz. 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 Oh, jetzt. Killer-Bienen. Ist ja noch schlimmer. Ich hasse. Ich hasse diese Viecher auch. Alter. Da. So. In die Tiefe. In die Tiefe. Die letzte Mission hat uns zahlreiche Informationen geliefert. Unter anderem wissen wir jetzt, wie man in die unteren Bereiche der Höhle vordringt. Wir haben daher entschieden, dass du deine Untersuchung schnellstmöglich fortsetzen sollst. Ach, schön. Sechs Drohnen und ein Eisenfaust als Belohnung. Eisenfaust. Eisenhans. Und Turnaround. Okay. Alter, ich brech' im Dreieck. Ich hab' gesagt, die neue Mission sind was anderes. Das macht ihm so liebgehaft. Oh, ja. Oh, ja. Wie's alt. Hä, ich liebe dieses Spiel, aber jetzt die Missionen werden echt ekelhaft. Ich weiß. Megatrank. Also supi. Da ist ne Kiste versteckt. Todessprung. Okay. Oh. Geh... Haha, schön. Boing. So klar geht die Gegner am liebsten. Tod. Todessprung. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Todessprung. Aurora-reif. Oh, den hat auch schon ein paar bekommen. Todeswirbel. Hatten wir auch schon. Da ist ne Kiste. Gold-Sprange! Kisten, 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 Kisten. Jaa, Stuchenaufstieg! Sehr schön. Das Glückstelle kommt jetzt noch häufiger. Ich weiß, der Multiplikat-Wendling steht auf der Verbrei-Fade eigentlich. Also, PSP steht jetzt dabei, der Multiplikator das Ding hat. Tja. Auf Max-Stufe ist es mal 8, glaube ich. Das kann man noch mal ein bisschen boosten, wenn man ein zweites, drittes ausrüstet davon. Ach, ne. Na, das würde ich auch mal einen Notfall machen. Warte, jetzt wird's gerade. Komm. Hat man schon. Hat man schon. Oh. Mann, ey. Ja, die letzten Scenes sind immer die heftigsten. Komm mir jetzt gerade vor, so wie Hand-Off-Blatt hier mit Pokémon, wo er die ganze Zeit auf diese Tasse gedrückt hat. Oh, 100.000! Wo er dann am Ende, ich raste aus! Jetzt raste aus! Okay, jetzt war ich zu langsam. Funfacts, wenn man keinen Markieschlag hat. Spielefaden sind sehr markierend für mich. Also Feuer, Eis, Blitz und sowas. Okay, na ja. Weil, dass man ohne Markieschlag arbeiten will, ist es auch ne Möglichkeit, die so zu besiegen. Ne, ich geb meinen Markieschlag nicht mehr her. So, Anzeichen einer Materie. Wir verzeichnen eine starke Materiereaktion in der Höhle. Die Materie liegt womöglich unter der Erde vergraben. Begib dich ins Einsatzgebiet und nimm sie an dich. Fünf Kisten und als Berundgebiet ein SP-Turbo. SP-Turbo, ne? Eine Materie. Die SP-Sachen sind sehr mächtig, kosten aber sehr viele SP-Punkte. Ah, hab ich mir schon irgendwie gedacht, wo gehen wir denn? Ach du Scheiße, okay. Ich würde zuerst nach hinten gehen. Ja, ja, hab ich gerade vor. Und schauen nach, Kisten, 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 da ist schon eine. Se, Seon, Seonus? Sayo. So wie Sayonara. Sayonara. Innoara. Schokomoppelfeder. Oh, der arme Schokomoppel, ey. Helden-Trunk. Das will mal ein Sicherungskasten. Von den Helden-Tränken werden wir am Weg zu brauchen. Wir werden sehr viel mit Drill, Opale brauchen und sehr viele Elixiere, Felixfedern, Schokomoppelfedern. Der arme Schokomoppel. Ja, da wird so richtig gerupft. Das ist schon ganz nackelig. Äh, die Sarkraut. Die Sarkraut. Ach, das wächst wieder nach. Das ist wie bei einem Wollschäfchen, das wächst alles wieder nach. Ja, wenn Yannick es aufhören würde. Das ist ein Wollschäfchen, das ist ein Wollschäfchen. So, erstmal diese wöden Bienen da aus dem Weg. Kleinen, wöden übrigen Bienenchen. Ich bin eine Biene, da bin ich ein bisschen so lange. Äh. So, öffne die Kiste. Och, nein. Och, Leute. Wie sehr hasst ihr eure Spieler? Nicht auch so sehr. Ein Diamant-Handschuh. Woll halt nur, wie du mit Herausforderungen brettest. Schaum. Hier, dein überreagierendes Gras. Hier, dein überreagierendes Graschen unterwegs. Yay. Schade, obwohl das ist, müsste eigentlich entspannter sein. Sag das nicht zu laut. Oh. Aua, ist ja gut. Sag doch nicht. Das ist nicht zu laut. Das ist nicht zu laut. Hallo. Scheißvieh. Ultima? Ist ja ne Heilung, ne? Ne, Quatsch. Ultima ist ne Magie. Da ist er. Das ist die, glaub ich. Ja, das ist er. Ja. Ich glaub das war sie gerade. Also zumindest kenn ich die. Sag mir die nicht. Wieso? Ich hoffe das zählt. Ich hoffe das zählt. So du Chababock. Nein, es geht mein Fernseher gleich aus. Kannst du für die Pause drücken. Ah. Oh bitte Kaktus. Oh Kaktus. 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 Schau den Tanzern. Und tanz ihn da. Du 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 du. Ich war ja Panzerschwer bei 50%. Okay, schön. Erkennen wir schon. Sorry ihr Lieben . Jetzt geht grad die Party ab. Ich sollte da vielleicht weggehen, wa? Kannst, den kannst du nicht ihm kommen. Ja, ich merk's gerade. Oh wie? Hallo! Ausweichen soll perfekt sein. Oh! 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 Putz! Warte mal! Putz! Warte mal! Putz! Warte mal! Putz! Nein! Oh, komm! Kometeo! Anmut 10.000, das geht dann doch. Alter! Alter! Ich bitte lass sie zählen! Bitte! Das wäre jetzt Asi, wenn das jetzt nicht zählen würde, weil der Cole gegangen ist. Oh Gott, ich hab Angst. Das war nicht die Szene? Wollt ihr mich veräppeln? Ja, anscheinend nicht. Was fehlt denn denn für eine, sag mal? Ich weiß es nicht. Das ist es ja. Ich weiß es auch nicht. Oh, Alter. Hammerschlag! Oh Gott, ich werde sterben. So! Bis zum bitteren Ende. Ja, glaub ich auch. Die Höhle ist noch immer nicht komplett erforscht. Es tun sich immer neue Gänge auf und so bleibt uns nichts anderes übrig, als sie ein nach dem anderen zu erkunden. Begib dich ins Zielgebiet und starte deine Untersuchung. Schon wieder fünf Truhen und es gibt den Hammerschlag. Oh Gott. Wahrscheinlich am Ende... Hammerschlag ist wieder Magie Schlagnusser. Dings braucht FP. Ja, am Ende wahrscheinlich hier alles nur Level 10 Mission wahrscheinlich, oder? Wie kommst du denn da drauf? Geht mir denn auf den Sack! Entschuldigung. Oh yeah! 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 Hier wird der Hammerschlag ausgepackt? Hammerschlag ausgepackt? Magieschlag! Magieschlag! Ja, das war doch mein Fehler. Ich bin gewohnt, dass ich den Hammerschlag mache. Mondhafen? Magieschlag ist ja dasselbe. Ägis Armbandlicht, ich wünsche dir übrigens viel Spaß beim Nachspielen. Oh ja! Ich tu mich hier ganz langsam voran knabbern. Naja. Schlückenschuh! Ich knapp mich hier ganz langsam voran. Oh, dann mach das! Megatrank! Jetzt haben wir ne Kiste verpasst. Ich glaub, ich spinne! Ich glaub wir fahren die andere Richtung weiter. Das geht so noch in langem. Oh ja! Da kann die doch gar nicht sein! Oder? Ach doch! Da geht's ja noch runter! Ich hab... Ja! Da! Entschuldigung! Ich hab nix gesagt! Wollte schon sagen! Missröder halten! So! Jupp! Ich versuche jetzt, oder ich mach mal so, damit wir hier mal ein bisschen weiter kommen. Ich gehe so weit wie möglich. Es geht den Kämpfen aus dem Weg. Ich kann verstehen warum. Weil ab jetzt werden die nämlich richtig gemein. Und da mit dem Schwert rum zu hantieren, wie ihr gesehen habt, bringt nicht wirklich was. Oder bringt gar nix. Außer bei denen vielleicht grad noch so, aber das war's dann auch. Ups! Ja, da ist da unten wo du grad bist. Das ist wirklich dafür gemacht, was man will. Wenn man sagt man. Wenn ich den normal angriffen. Weiß noch, vielleicht geht es mit Magie angriffen. Also sowas wie Seismos. Flare oder sowas. Was? Die sind dazu ausgelegt, dass man damit rum hantiert. Ja. Wer hier mit normalen Angriffen kommt, der ist wahnsinnig. Zumindest auf der PSP-Mission. Hammerschlag. Der ist voll der Hammer! Ganz saft. Genesis Herausforderung. Wir verzeichnen erneut Aktivität der Genesis Truppen in den Tiefen der Höhle. Anscheinend durchsuchen sie die Tunnel und sind mit neuartigen Waffen ausgeführt. Begib dich zu dem Höhenabschnitt, in dem Genesis Schergen zuletzt gesichtet wurden und vernichte sie wieder fünf Kisten und es gibt den Schutzring. Alter. Vielleicht solltest du mal eine Phönix-Feder einsetzen. Wir haben jetzt ein paar. Das im Case. Ja, 16 Stück. Ich will die so weit wie möglich aufheben. Na ja, schade, dass du immer so zehn hast. Phönix-Feder benutzt und bekommt. Wo wir schon dabei sind. Wo wir schon dabei sind, ne? Wie geil. Das, das war, das denke ich mal positiv, das Karma. Oh, Maschinchen. Komplett Result. Oh, yeah. Außerdem kriegt man genug Magie-Gift-Klinge, dass wir hier auch mit dem Magie-Schlag arbeiten können. Hm? Also werde ich das hier weitestgehend tun. Es gibt, es wird definitiv nochmal, ähm, Missionen geben, wo ich definitiv mit dem Schwert weiter üben kann. Ansonsten, ähm, ja, machen wir es halt nicht auf 50 Prozent. Äh, auf 100 Prozent meine ich. Wir sind auf 50. Auf 100, Entschuldigung. Naja, weil, es gibt ja nix dafür leider. Ja gut, aber es wäre trotzdem schön, zu wissen, man hat es auf 100 Prozent. Kristallkugel. Aber ich glaube, es wäre schneller, wenn du dich wirklich von leichten Gegnern... ...erhaken lässt. Dass die Prozente so hoch gehen, nicht dass sie schlägen. Naja. Na, bei den Schwierigen brauche ich es gar nicht probieren. Ja, aber bei den Leichteren. Ich glaube, ich werde mal... Oder ist das Leichter? Oder ich werde, glaube ich, mal Offcam machen. Ähm, diese 100-Mann-Missionen, dann let's go. Weißt du? Ähm, das würde ich nicht machen. Bei 100-Mann-Missionen geht es nämlich extrem langsam. Okay. Bei der normalen Mission, wo viele, viele Gegner sind. Ja gut, wir werden gucken. Genesis neuste Errungenschaft. Die neuen Waffensysteme in Genesis Arsenal scheinen ungeheure Kraft zu besitzen. Wir müssen sie vernichten, um den feindlichen Vormass zu stoppen. Begib dich unverzüglich zu ihrer Position. Ähm, genau. Sechs Truhen und es gibt den Duo-Versand. Also einen neuen Laden. Das ist mir gar nichts. Mhm. Erste Kiste? Ach, Ademann. Kisten her. Ja, ja, ja. War da jetzt da hinten was? Nee. Nee. Ach, ist egal wie man geht, im Endeffekt. Ja. Nur wahrscheinlich ist das nur eine Route in den Kisten und darauf der andere auch. Von daher. Ja, ja, ja. Das ist klar. Energie. Oder hier bei so Robotern, wo du weißt, es funktioniert sowieso. Gut, da kannst du... Sisney? Hat man schon. Hat man schon. Ja. Schokomoppelfeder. Und da müsste jetzt gleich der... Ach, du heilige. Ich... Meine Mama hat angerufen, ich muss rüber. Wir sehen uns. Das war ein schnelles Gespräch, würde ich sagen. Das hat nicht wirklich geklingelt. Oh ey. Wow. Ach, verdammt. Jetzt bin ich gerade so im Stream waren, dass ich ganz vergessen habe, dass heute Fußball Super läuft wieder! Oh! Er spielt immer weiter! Dresden spielt gerade und Dresden führt 5-1! Wow! Jetzt haben die mir ernsthaft mein Zeug dir geklaut? Ja! Haben sie! Schwarzkappe! So eine Kiste fehlt noch! Wo ist diese verdammte Kiste? Sag mal wollt ihr mich roffeln? Lichty, bist du noch da? Oh, konzentriert hier! Achso! Mir fehlt ne Kiste, Lichty! Ich würde sie hier gerne hinhalten, aber ich weiß selber nicht wo die ist! Warum weißt du nicht wo die ist? Könnte überall sein! Dom, Dom! Na Sisnek, kommt! Mensch sag mal! Ja! Das mit den Ähnungen ist nicht frustrierend! Nein, nein! Nein, das ist überhaupt nicht frustrierend! Nein, nein! Überhaupt nicht! Kann ich mich veräppeln? Wo ist diese böde Kiste? Wo ist diese böde Kiste? Ja! Oh, jetzt ist das achtfach! Die Glückstelle kommt achtmal zu häufig wie sonst! Hallo? Du kannst grad nicht, die FPS sind auf null! Oh! 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 Nicht die! Guck mal! Oh, Odin! Hi! Gegner! Sag doch Wiedersinn! Hat übrigens sechs Beine das Pferd immer noch! Ich weiß! Warum haben wir den nicht eigentlich mal in so einem richtig schweren Kampf? Das wäre doch geil! Ja, was denn? Wo ist die Kiste? Das... Weiß ich nicht! Wir haben es grad weggeschaut! Ich hab die auch hier entdeckt! Kiste, wo bist du? Hurra! Pack den Magie Schlag aus! Hurra! Das kann ich jetzt nicht mehr! Wie sagt ihr denn sowas? Das muss mich unbedingt heilen! Vielleicht vor einem Gegner irgendwo? Das ist doch totaler Quark! Oh! Och! Ernst! Gut geraten von mir, oder? Gravitas! So! Jetzt ist es los! Oh! Oho! Oh! Oh! Ich bin gerade dabei! Ja! Oh! 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 Uuuu der macht Aua! Och Mensch! Hanroo! Alter, wollt ihr mich veräppeln?! Magieschlag und let's go! Oh, was ist das? Ich bin jetzt in der Welt. Ich bin jetzt in der Welt. Jetzt geh ich auf jeden Millioner oder so. Du kannst es machen! Boing! Zack! Oh, scheiße! Dusch! Bam! Genau! Bam! Da war ein Roboter rausgelassen. Oh! Oh! Ich hab jetzt kein... Oh oh! Ah ne, da schießt ja nur die Dinger da ab, ne? Ja! Ja! Und je nach Prozente schießt er ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das ist nichts, was wir so halt machen müssen. Oh! Und wenn sie zu heilen, du... ... ... ... ... ... Du Maschinenchen, du Haul als Roboter. Oh, Angel, tu was. Oh, war da? Hatten wir schon? Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Eine musikische Szene. Ach, bitte. Ja, haha, ohne Kill, ohne gestorben. Mailadresse von DUO versand erhalten, neuer Laden verfügbar. Immer noch kein, keiner. Ey, wie viele, what the fuck? Ja? Guck mal, was der macht. Ach sowas, ja. Oh, pass ab. Ja, naja. 90% aller Mission abgeschlagen, Naturgewalt erhalten. Äh, abgeschlossen. Da bin ich jetzt gespannt, was das ist. Was ist da? Was war denn das? Was war denn das? Was war zum Ausrüsten? Ich weiß nur nicht, was es ist. Scroll, 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 scrollen. Erhöht? Ooooooh. Für EMP Attacke bietet Mark und Will absolviert und fügt Feuer, Eis und Glücksschlagen hinzu. Aber... laut dem hier erhöht das gar nichts. Doch, jetzt hat es, jetzt hat es richtig eingesetzt. Da ist es doch. 10... Mhh... Mhh... Das ist also sowas wie der, ähm... der reift da, nur halt ein bisschen besser. Welcher Reif? Der Feuer, Eis und Blitz, der Feuer, Eis und Blitz absorbiert. Okay, also nicht überlassen das so. Nö, nicht wirklich. Das ist ein nettes Item, aber... Oh, war nicht wirklich. So, 9.3.4. So, Genesis-Superwaffe. Die Genesis-Truppen haben ein noch mächtigeres Waffensystem entwickelt. Nur ein Rang-1-Soldat kann seinen Angriff überleben, infiltriere die Höhle und zerstöre den Prototyp, ehe er ins Kampfgeschehen eingreifen kann. Sechs Drohnen und einen Magieschlag, wenn wir es schaffen, wenn wir da lebend wieder rauskommen. Falls ihr hier wieder rauskommt. Genau, falls. Falls ist gut. Na, wer kennt's? Aus welchem Film ist das? Na, woher kennt's? Kommt's? Na, 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 na. Mir sagt's, was ich weiß es gerade nicht. Herkules, die hier Pech und Schwefel. Er wird nicht gerade begeistert, wenn er da rauskommt. 80.000, okay. Falls er da rauskommt. Ja, falls, falls gut. Die SVP, die wir gerade gekriegt haben, die werden wir noch brauchen. Ja. Missbriller halten. Uah, schuldige Sack. Wow, 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 wow. Die Sargraut? Hallo, liebe Rauswärtsroboter. Bei den kannst du spät noch gut machen, ne? Aber bei anderen Gegnern... Uiuiuiui. Moment. Oh. Hat er einen Gegner? Wo? Da. Ich glaub, hinter dir ist ne Kiste. Ja. Oh, Schokomoppelfeder. Oh, mein Gott, das will nicht. Ich werde sterben. Ach nee, so schlimm ist der nicht. Das sagst du! Eisrauerhalten. Das sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn. Und Kristallkugel. Das sagst du schon. Das ist nichts Schlimmeres als mit denen. Komm. Na, kommt wieder eine? Warte mal! Siehst, nein, zeig uns eine. Nee, falsche. Ah, langsam ist das nicht mehr lustig. Ey, ich weine gleich. Fehlt immer viel. Alle Kisten, let's go. Activating Combat Mode. Ey, hoch, let's go. Aua. Na, mach doch nur 17.000. Uua. Uua. Nein, warum? Oh, ich habe keine MP mehr. Auffüllen. Hast du genug Reet, haben wir dabei? Let's go. Ja, 75. Hä, warum? Reet einsetzen. Zu spät. Das wird wehtun. Das wird richtig wehtun. Wo, wo es geht. Nee. Geht da noch. Geht da reinpäffern. Geh mal hier auf den Sack. Jetzt, jetzt geht's nur los. Die hatten wir schon. Und putz. Putz. Und putz. Nein, ich will nicht sterben. Oh, Alter, zieh doch nicht so viel ab, du Penner. Das war gerade sehr knapp. Auha. Alter, wir erwischen den da mich die ganze Zeit. Er dreht sich zu dir sehr schnell. Hä? Scheiße. Oh, Alter. Aua, Sack. Das war noch gerade so am Rücken gekratzt. Millimeter. So, Medi, du darfst das. Du gehst noch, Keks. Boa, Alter. Magieschlag. Alter, Finne. Ist es unter sechs oder siebtes Magieschlag? Ich habe vergessen zu zählen. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind bei 9.3.5. Wutteis Elite. Alter, wie viele Kisten werden das denn, ey? Ja. Die eigentlich schon von der Bildfläche verschwundenen Wuttei-Truppen wurden in der Höhle gesichtet. Ihre Eliteeinheit ist unbemerkt in die untere Ebene der Höhle vorgedrungen. Was sie dort vorhat, wissen wir nicht. Aber wir müssen ihre Bühne durchkreuzen. Vernichte die Wutteianischen Elite-Kämpfer. Vier Truhen und es gibt ein Geleitwache. Das Item ist eigentlich sowas von nutzlos in dem Moment. Das macht nämlich Feuer, Eis und Blitzschaden, dass das Null Schaden macht. Aber wir haben ja schon etwas, was das absorbiert. Von daher frage ich mich, warum geht es das nicht vorher? Sondern so spät. Liebeshandschuhe? Wow. Die werden wir brauchen. Die werden wir brauchen. Für? M. Okay. Okay, ihr macht es keinen Sinn mit dem Schwert. Ihr habt gesehen, ich mache mit dem Schwert fast nichts. Ja, wir bräuchten ja Stärke, aber einfach Magie rein und fertig. Bevor wir jetzt so viel ESP verschwenden, für nix. Mifflöller halten. Das ist ESP, die ESP werden wir noch brauchen für, ja, später. Nee, da ist keiner. Nee, das ist der Gegner. Wo sind die letzten vier Kisten? Hurra. Da, eins, zwei, habe ich gerade gesehen. Königsfehler. Und wieder ein wenig zu kränken. Moment, mache ich gleich. Na, mach auf. Hallo? Leuchtband erhalten. Wo sind die denn jetzt in Frage? Wenn du einen gelben siehst, auf den zuerst, ne? Nein, Mann, sechs, hallo? Immer wieder dasselbe, ey. Wenn ich so eine andere Szene kenne, war, nope. Beide gleich durch die Fresse gehauen. Beide gleich durch die Fresse gehauen. Beide gleich durch die Fresse gehauen. Und 76! Das Level geht irgendwie so gut bei dir. Na, ich habe einfach nur Glück. Was denn? Halt. Ist das Glück, wenn man immer die selbe Szene kriegt in der DB? Ich weiß es nicht. Ach, du mich auch. Oh, hallo! Darf ich mich vielleicht auch mal wieder bewegen? Nein. Nein, Herr. Die sind... ...extrem. Alter, ich raste gleich aus. Ohne Wirt. Na, das machen die auch, wie du siehst. Die tanzen hier so richtig. Tanz, 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 tanz! Ich nenne es denn Tanzangriff. So, und da ist die Truhe. Genau, vor dem Gegner. Ich hoffe, die wischen wir. Tanz, 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 tanz. Ah, die müssten wir eigentlich kriegen. Oh, jo. Von weiten sah das ein bisschen näher aus, aber von hier aus. Zustandsschutz. Jo, na klar, na klar, danke, dass ich mich jetzt überhaupt nicht wegbewegen konnte. Ja, das war wegen den Lunaris. Mach den Kleinen zuerst mit. Ding, 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 ding. Ist der Gegner nervig? Nein, überhaupt nicht. Hey, ich hau dem Kleinen runter, dem Typen da hinter mir. Na, bitteschön. Oh, warte! Warte! Könnte die das jetzt gewesen sein vom Cloud? Weil ich glaub nicht, dass ich die zumindest schon kannte. Müssen wir gleich mal schnuppern. So, das war Nummer eins. Alter, willst du... Hey, Freund. Jetzt. Tschüss, Freund. Geleitwache. Hab ich zu viel versprochen. Alter, ich krieg... Ey! Ich glaub, ich hab nicht zu viel versprochen. DBW? Ja, wir haben sie! Trophäe erhalten. Meister der DBW. Und wir haben die... Genji-Rüstung erhalten. Genji-Rüstung erhalten. Oh mein Gott. Wenn du die nicht ausrüstest, bist du verrückt und wahnsinnig zugleich. Was nimmt man weg? Ähm... Schau mal, was sie macht und dann siehst du's. Oh, Himmel, Herrgott und Kornblö hier. Scroll, 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 scroll. Jetzt die DB-Limit auf 99.999. Radix und Regina bleiben dauerhaft aktiv. Ohhhh... What? Ja. Was ist ein Radix? Das sagt mir nix. Ja. Radix ist, dass du nicht unterbrochen werden kannst. Ein Quietschen ist erlaubt. Ich würd sagen, dass alter Mann Reif brauchen wir nicht mehr. Oh mein Gott, drück die Rüstung raus. Ich verkauf sie erst mal. Wir speichern. Du kannst die Glückstelle... Du kannst die Glückstelle gleich rausnehmen aus der Dings. Das heißt, wir haben jetzt alle beide DBWs in einer Vision gekriegt. Nice. Die uns gefehlt haben. Ich würde vorschlagen, dass du einen TB Boost++ reinnimmst. Zum Leveln. Das werden wir nämlich brauchen. Also halt, das war eine Lieder, ne? Die Lieder, ne? Was? TB++? TB Boost++? TB Boost++. Ja, genau. Nimm die schon. Die schon grad da. Alter. Damit sie sich hochlevelt. Also kann ich jetzt nicht mehr unterbrochen werden? Du kannst nicht mehr unterbrochen werden. Du kannst ja zum Beispiel aus diesen Bienensummen kannst du jetzt rausrollen ohne irgendwas. Oh. Du hast immer Regina. Das heißt, du hältst dich ständig. Nicht viel, aber ein bisschen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiui. Also Meleet, habt Spaß. So, Wutai sind wir los. Die Wutai-Truppen in Höhlensystemen wurden ausgeschaltet. Endlich können wir uns darauf konzentrieren, noch tiefer in den Tunnel vorzudringen. Doch Vorsicht, die Präsenz von Monstern dort wurde bestätigt. Bekämpfe sie und erkunde den unerforschten Höhlenteil. Fünf Kisten und es gibt eine Flare. Eine Flare. Eine Flare. Eine Flare-Ware. Oh mein Gott, muss gleich austesten. Möchtest du austesten? Gegner! Gegner, Gegner! Oh, hallo. So. Haha. Das sind die falschen Gegner zum Ausprobieren. Das stimmt allerdings. Kann das sein, dass wir auch schneller laufen? Oder kommt mir das nur so vor? Nein. Okay. Das kommt dir nur so vor. Das ist, weil die Gänge so eng sind. Da kommt es so rüber. Sonst würde man schneller laufen. Oh, ich könnte gerade, ich könnte gerade quietschen. Das ist... Quietsch, quietsch. Ein quietsch, quietsch. Ah, das tut meinem Hals nicht gut, deswegen weiß ich lieber. Ja. Er legst mich. Ja, ich bin auf Neils erfassen. Ja, dann hab Spaß. Du kannst nicht unterbrochen werden. Also normalerweise hättest du zurückgeschreckt, schon zwei, dreimal. Seck, du machst einfach weiter. Da gibt dir jetzt gerade einen Scheiß drauf. Stimmt, hab's gut. Du heilst dich. Ja, du heilst dich und 2000 pro Tick. Ach, ich hab's... Wenn du mehr ausheilst, hält dir sogar noch mehr. Warum kann ich mich jetzt nicht heilen? Du hast keine Teiltränke mehr. Oh. Du hast... Du musst nachkaufen. Oh, hallo Gegner. Oh, das war knapp jetzt. Steh einfach... Steh einfach da. Nimm den Gegner und heil dich so. Ah, ja, die Rüstung ist nice. Wieder ein paar Punkte ausgegeben. Dum dum. Naja, wir kriegen so viel und wir haben noch nicht mal verkauft, Lichty. Ich weiß. Wie OP willst du sein? Die Antwort ist ja. Ja. Wir sind noch lange nicht auf 6 maximaler Stärke. Da will ich noch einiges. So, du gehst mal aber zuerst auf den Keks. Tschüss, Hoppsa. Tschüss, Halo-Mini. Auf den Arsch. Oh, yeah. Tschüss, Ganga. Klar. Ist das nicht toll, wenn man nicht unterbrochen werden kann? Ah, ist das schön. Das ist... Das ist so zum Weinen. Warum hatten wir das nicht früher? Warum nicht? Ach, warum hatten wir das nicht früher? Auf ins Pandemonium. Pandemonium. Genesis Ambition. Die Genesis Truppen sind wieder auf dem Formas. Ihre neuen Waffen für den Einsatz in der Front verfügen über zerstörerische Feuerkraft. Trotzdem dürfen wir ihnen die Höhle nicht überlassen. Stell dich diesen würdigen Gegner und besieg ihn. Acht Truhen und Kaiserkrallen. Vier Stück. Alter, Leute. Wie viele Kisten willst du sammeln? Die Antwort ist ja. Alle. Die Sargraut. Müssen wir mal kurz gucken. 3 Warum wusste ich, dass die 2 Kisten sind? Hm. Also ich habe mit einer gerechnet, ehrlich gesagt. Platinreif! Nein, bei mir fehlt noch immer eine Szene von Genesis, für die 100% DPW. Echt jetzt? Hm. Dann muss ich das gleiche machen wie Du. ich brauche nur einen laden damit die apokalypse karten kriegen wir den laden kriegen wir erst sehr spät also muss ich noch ein bisschen warten wer du oder wir haben etwas was wir wussten auch einen laden warten der kommt bald ja apokalypse kaufen und dann muss ich auf die szene warten phoenix fäder dann habe ich auch meinen hundert prozent in der dpw hades magie hat die kiste geliegelassen und zuerst das zweites magie ist geil ich habe keine kiste übersehen sicher mir kommt vor wir haben deine gesehen nein da habe ich gerade eingesammelt ach da alter die böne kuh wirbelattacke so hardes magie ist eine materie zauber mit dem du ausgerüstet das können zauber mit dem ausgerüstet können zweimal in folge gewirkt werden doppel seismos doppel flair doppel graviger doppel magie schlag der aus nein das nicht ach man ja gut das wert zu p alles magie werden wir für m brauchen mit wie tag in zusammenverbindung habe ich mir schon gedacht das kriegt man ja nicht ohne grund du kannst es auch jetzt schon mitnehmen für doppel seismos das wirst du auch noch machen glaubt mir du wirst es brauchen jetzt noch nicht aber bald was macht man weg tb wenn dann eben wenn dann den mp boost plus plus gut brauchen wir nicht dann dann wird es auch gleich noch ein bisschen mit gelassert wenn du zeismos zauberst kommt das zweimal in folge das gleiche nicht mehr wie tag kann es mal austesten wenn du bock hast geil ne gib mir mehr was ich rufe schon mal den mann was so genesis leidenschaft jetzt geht es mit den zähnen los neue genesis blicken die eine uns völlig unbekannte taktik anwenden haben eine armee aufgestellt und rücken in erschreckendem tempo in die höhle vor nehmt ihr verfolgen auf und stoppt den vormarsch damit sie ihre finsteren ziele nicht erreichen acht ruhen und es gibt eine schokomoppelfeder kristallhandschuhe also wir rennen jetzt einmal geradeaus durch hoppla siehst du da sind zwei kisten ich hab die nicht vergessen ich will kristallhandschuhe oha alter am besten ablocken die freund die die weißen kugeln wie kann der tipp von mir zauber wie tag das geht schneller als wie tränke weil wegen doppel zauber stimmt darum muss man sich gewöhnen wegen doppel zauber hast du denn richtig geile heilung jetzt ich benutze wie targa zu selben es ist jetzt langsam zeit wir werden du hast es nämlich brauchen weil tränke kannst du bei m vergessen ok wir haben dann wall erhalten mit mithril arm reif stirnband ok da ist der gegner so viele kisten gravitas so viele kisten bra naja ob das so bra ist die kisten ich find's hoher armband des himmel chocobos und runenarmband alle kisten sag es heilt mehr es muss halt nur mit etha halt umgehen so dass jetzt etha einsetzt statt heilt eigentlich dauerheilung schon mal ist und und gleich mit alles magie ist besser heißt es gibt dir mehr mp so jetzt habe ich aber einen faden gerade verloren wegen dem sack hier ja du hast jetzt alle kisten auf zum gegner bevor hier ein massen auflauf kommt ohrgeil ähm nicht unterbrochen werden und zu ne ja 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 ich weiß ich habe gerade auf meine anzeige unten geguckt huiuiui alles gut ich habe nichts gesagt immer wieder nur zwei von denen 30.000 in der heilung ist das und die ganze zeit vor allen ich kann mich drehen du sack und du kannst auch nicht unterbrochen werden und das auch das ist eigentlich das beste finde ich sogar die nicht unterbrechung ist es besser als man denkt da denkt man sich so ja das brauche ich nicht und dann tausend stacheln ein neuer auftrag die genesis truppen wurden vernichtet ja ja aber unten gibt es tausend stacheln ja du hast auftrag gesagt also ja ein neuer auftrag und dann wollte ich vorlesen ist schon richtig also eine neue mission meine güte die genesis tru wurden vernichtet auch die wutteil krieger gehören der vergangenheit an alles was du jetzt noch tun muss tiefer in die tunel vorzudringen fünf truhen und es gibt tausend stacheln ich weiß wer der endgegner da ist du wirst ihn kennen und nicht mögen verredst du es mir nene Nee, kein Spaß. Ich sage nur, wenn er stirbt, kann er über 100.000 Schaden machen. Also, bleib vorsichtig. Oh, böse Schokobos. Ah, scheiße, das war die falsche. Ja, 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 ich weiß. Alter, was sind denn das für böse Schokobos? Sehr böse Schokobos. Hä, der hat immer gerade einen Trilus. Ich wollte so eine Heilung haben. Oh! Da hat ein Trilus. Oh, diese... Alter! Nein, ich habe keinen Äther. Ich hasse diese Brücke. Oh, da haste einen Äther. Ach, ein Stück sogar. Let's go! Oh, Alter! Scheiß Viecher! Also, ohne deine Heilung wärst du jetzt K.O gewesen. Oh. Ich hasse sie! Hau einen Magieschlag rein, wenn du wiederlebst. Bereit? Magieschlag! Nein! Mensch, haut doch mal ab, Mensch! Ey, Mann! Ich dachte, das hältst du aus sogar. Ich hasse diese scheiß Vögel! Ich mag sie auch nicht, ich vergifte die sehr gerne. Vor allem die Bienchen machst du sofort weg ohne Hund, das ist einfach so, oder? Warte mal, bringt das was? Weiß ich nicht. Ein bisschen! Ey! Ich hab doch gar keine eingesetzt. Nein, das ist gespeichert geblieben vor dem Kampf. Das heißt, ich muss vor dem Kampf starten. Das heißt, du hast die Phoenix wieder ran. Das ist ja ein bisschen eng zu kämpfen, ne? Alter, das ist so ärztlich auf dieser Scheißbrücke. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß! Seismos, mach dein Düng! Aua! Vor allem doppelt Seismos. Ja, ich weiß! Ich weiß! Kein Elixier jetzt einsetzen! Stopp, du Scheißvieh! Oh, Alter! Ey, das ist auf dieser Brücke so ätzend, Mann! Kann ich gut nachvollziehen. Alter. Wer hat sich denn das ausgedacht, auf dieser scheiß Brücke zu kämpfen? Ich war's nicht. Ich hätte die Brücke sogar entfernt. Ey, sollte das jetzt wiederkommen, ne? Da hau ich echt ab jetzt. Mhhh. Wow. Wow. Wow, beide getobet. Das heißt, man muss jetzt nicht verfliegen. Nein, der... Nein, ich wollte ja die Dicken da wegmachen. machen. Ja, ich wollte es nur sagen, als du denkst, warum macht das nix? Nein, 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 das könnt ihr vergessen. Ey. Tschüss Gegner, das ist schön. Ah, schön. Ey. Hab ich gehört. Das ist mir sowas von Latte. Holt die Seife für Medi ihren Mund zum Auswaschen. Och, bitte nicht. Ey, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Da kommt sicher wieder was. Hi, Viecher. Tschüss, Viecher. Wenn der nicht zu eng wäre, wäre es machbar, ne? Aber auf der Brücke ist es wirklich arg. Das ist assi. Gen. Ja, natürlich. Uts. Schöner Hammerschlag. Noch ein, was hier schön war. Nein, haut doch ab. Alter, frasse jetzt. Und bei mir geht wieder ein kleines Lüftchen. Ähm, ja, schön. Ich... Ich glaube, der will nicht, so wie er dir nachläuft. Yes. Ja, ich weiß. Ja, du hast eh gerade keine MP, von daher. Oh, Alter. Ey, diese Viecher. Puh. Wink. Alter. Ich hätte gerne wieder einen Eater. Ja, ich gehe auch gleich... Ich gehe auch gleich eaten. Ne, warte mal, hier, von mir hier... Ich gehe auch gleich eaten. Wann bist du gekommen? Ja, ich weiß. Ich hab's gerade gemerkt. Oh, die Dodos, die machen mich ganz kirre. Merk schon. Oh, Kiste. Ja, ich weiß. Tadam. Wirbelattacke plus... Plus? Ne, nur noch plus. Es gibt keine plus, plus leider. Finde ich eigentlich schade. Oh, das wird sowas von egal. Oh, verpisst euch. Mann. Die doch nicht. Keiner kann euch leiden. Armband des... Meer-Schokobus. Och, bitte. Nicht euer Ernst jetzt. Ich hab doch gesagt, du wirst den Infos mögen. Nicht. Ja, ich weiß. Wenn man nicht machen, macht man nicht. Mach jetzt einfach, wie du willst. Das ist... Ich gehe gerade. Latte. Überlebe einfach. Das ist gar nicht mehr so einfach. Von der kleine Kaktur leistet an der Mitte. Ein kleiner, gröner Kaktus, der ist hier in den... Achtung, wenn der Kaktor stirbt, der ist böser. Ja, ich weiß. Im Kreis hier, das reg ich mich. Haha, kein André, der gerade. Ey, das ist eine legitime Strategie. Let's go! Das würde ich auch gerne. Vor allem, wenn man ein Regener hat. Einmal mal in Kreis laufen. What? Und jetzt auf den noch passen. Lauf! Puh! Alter! Alter! Ey, was sind denn das für Missionen? Ja. Ja. Alter. Das sind die Missionen, die einfach nur mörderisch sind. Außer Kontrolle. Die Maschinen der Shinra-Armee geraten außer Kontrolle. Irgendetwas geht in dieser Höhle nicht mit rechten Dingen zu. Ach, ernsthaft? Die Masch... Zerstöre die Maschinen bevor es Opfer auf unserer Seite zu beklagen gibt. Sechs Drohnen und eine wertvolle Uhr. Eigentlich müssten jetzt keine 10-Sterne-Ränge mehr sein, sondern eigentlich schon 11-Sterne. Von der Schwierigkeit her. Nicht die 2-Sterne! Sei bloß! Was denn? Ich bin doch hier noch fit! Ich leide jetzt hier nur... Ich leide jetzt hier nur für euch, ihr Lieben. Uah! Tamassa-Seele! Ausrüsten! Was? Du hast die Tamassa-Seele gekriegt. Schaust dir an! Und lache! Was ist denn das? War das das für Materia? Ich weiß nicht. Accessoire! Accessoire! Ich leide nur für euch, ihr Lieben, damit wir dann später, wenn wir das nochmal auf stark machen. Auf extrem schwer. Gefällt dir, Lars? Hui! Ähm. Hm. Das ist jetzt schwierig, ja. Also im ersten Schleife würde ich sagen. Weil Schutzbitte ist wichtig. Schutz vor Tod. Ich muss halt nur vor Zuständen aufpassen. Also so wie Stopp und sowas. Damit wir halt nicht auf... auf schwer dann nochmal diese ganzen Missionen machen müssen. Hm. Na Melee! Jetzt kannst du zaubern, wie du lustig bist. Puh! Ähm. Hupsi! 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 Ha 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 ha! Auuuutsch! Nein! Ach komm! Ja, das ist benommen. Das meinte ich. Aufpassen vor Zuständen. so jetzt haben wir es geschafft da muss ich aber höllisch aufpassen also wie gesagt ihr lieben ich mache das nur damit wir dann beim beim wenn wir dann nochmal den schweren modus machen dass man dann nicht die ganzen missionen noch mal machen müssen sollen nur ein paar bestimmte für die accessoires und das war königskrona erhalten das sind nicht also viele mission nur sechs stück du das nur für euch eine empfehlung ausgeben darf statt der schutz die schleife weil hier sind eher nicht wir sind roboter die machen nur benommen und nicht tot vor allem hin und kann von daher muss man muss jetzt ein bisschen viel hin und her wechseln also wir werden eine super schleife haben dann sind wir fein was eine super schleife ist die verbesserte form der schleife die kriegen wir irgendwo in den missionen in den neunern was dunkel anzug das ist der der ich denke dass es der ist das ist der angriffszug nur in interessanter so viel spaß mit der schwarzen witte und da es keine mp kosten wir sind oh einfach fein oh schoko boah nein schade ist das geil wenn das nichts kostet der hammerschlag ja das kostet einfach nichts mit die doppelheilung kostet auch nix oh bitte 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 tut mir den einmal den gefallen johu oh die tschüss gegner tschüss gegner tschüss gegner tschüss gegner tschüss gegner ist doch was von tot hat wenigstens stufe 77 ich wusste nur dass es nur bei mir bei ihm nicht geht aber bei ihm ist mir neu also jetzt komme ich mir gerade vor wie hand of blood ne der bei pokémon ständig auf die eine tasse gedrückt hat steh auf du gegner steh auf sparsig ein job für soldat ja ich gehe gleich weinen ich hole schon mal die taschentücher unsere maschinen sind außer kontrolle geraten nach echt die verluste auf eigener seite sind nicht hinnehmbar wir ziehen unsere truppen deshalb aus der höhle ab doch soldat muss weiter in die tunnel vorrücken vernichte sämtliche monster die sich dir dabei in den weg stellen sechs trunos gibt den todesstuß vielleicht sollten wir bevor wir da krasser vorgehen ein paar materie wieder fusionieren damit wir ein bisschen besser vorbereitet sind was jetzt kommt soll ich jetzt aus der mission raus jetzt kannst du auch in der mission machen ach stimmt erzähl haben wir ein wall was in den zusatz hat das war dann weil für eine verhandlung das war grün weil haben wir einen wall was schon einen zusatz hat das frage ich mich gerade einmal als erster ist die erste frage drück mal eher 3 4 sortieren dann sortieren wir mal nach standard dann müssten die wall nämlich nebeneinander sein und dann ganz unten meister und magie und und willenskraft ja magie plus 60 okay dann nimm mal das magie plus 60 ja haue irgendwas rein was wo wieder wall rauskommt ist es egal was es muss auf jeden fall wall rauskommen nimm mal mit dem will mit dem will magie ohne will ohne irgendwas nimm einfach irgendwas also nehm ich ne wall nehm ich ne wall komm ja und jetzt und das gegenstand haust du jetzt etwas rein was die konz erhöht also ähm die steinlichen dinge da wo waren die denn grafsteins nicht die hier ne genau äh mit dem adamant müsste es sein adamant hau mal 30 adamantit rein und schau was passiert nicht machen nur gucken wird plus 90 hau 35 rein und haben wir ein bild plus 95 ja ja und das machen wir jetzt und das rüsten wir dann auch das heißt du hältst du ein bisschen mehr physisch aus also fusionieren ja ja ich hoffe das geht sich aus ist teuer naja so dann noch irgendwas das war es für das erste und jetzt rein muss machen wir noch was wenn es sein muss und die setzen wir jetzt ein für das ist die gute seismos wir zaubern ja nicht so viel und werden dann nur wie tage ähm warte mal wieder nach standard ok mal wieder finden das ist das ist ein bisschen blöd gemacht dass man nicht sagen kann ich hätte gerne alphabetisch oder so ja genau das war nicht gerade da ist da müsste man dass man weit runter kommen muss da wird es bloß 95 viel spaß damit das erhöht eine physische verteidigung um 95 das maximum muss nehmen bei 100 da habe ich mir schon irgendwie gedacht ja wenn es sein muss was bist du denn das ist ein tom berry mit einem riesen küchenmesser das 11.000 schaden macht pro schlag das würde jetzt nebenbei mehr schwach wenn du die leads nicht genommen hättest wie findest du einen extra großen tom berry ich finde lustig warum sagst du mir das nicht vorher richtig überraschung und so ja das ist nie einfach nie überraschung super surprise surprise wenn bei falls die gegner zu viel schaden machen kannst du jetzt warte einsetzen das ist so eine schutz magie hält nur begrenzt aber es reduziert den schaden um die hälfte dann gibt's so ich glaube auch so ist klar das gibt es eigentlich ein 1 für auch Boing! Oder was? Haben wir jetzt hier Tombaris hier unten, oder was? Meister der Magie erhalten. Das ist wie vorhin das andere, nur halt die Magieform. Also die physische Rüstung, das ist wieder die Magie-Rüstung, nur ein besser, dass die MP sich's kosten. Magie-Schlag, 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 Magie-Schlag. Sie ist kommen, genauso wird Melle gegen jemanden bestimmt kämpfen, genauso und nicht anders. Nur mit Magie-Schlag die ganze Zeit, genau. Und ein bisschen blocken vielleicht. Und ein bisschen blocken vielleicht, genau. Mit Flair-Arten. Blocken ist R1. Das hab ich... ich wollt grad fragen, wie blockt man nicht? Ich hab schon Ewigkeit nicht mehr geblockt hier. Bei jedem Kampf steht rechts oben immer so ein kleines Tutorial für die Kastbelegung. Rechts oben, blocken, R1. Der ganz klein dort. Ach komm. Nee, komm Tombari. Ich mag dich zwar, aber... Ich geh dann doch lieber da... Alter, ernsthaft? Da sind noch mehr! Ach, was hast du gegen Tombari, der ist doch lustig. Als ich ihn den ersten Mal gesehen hab, dachte ich mir so, was ist das für ein Laternenträger? Und dann hat er mich umgebracht. Ich dachte mir so, okay. Okay. Aber ich finde ihn trotzdem lustig. Ja! Ich... Bittarger... Bittarger... Hartz! Ich sehe nicht so, als hätte ich schon einen Bittarger. Ein ziemlich gutes sogar. Mhm. So, wenn wir jetzt noch ein... Ne, zwei Items kriegen, zwei bestimmte... Können wir uns richtig OP machen. Also wer sagt, Zeki ist jetzt OP? Noch nicht. Aber bald. Magie schlag, Magie schlag, Magie schlag, Magie schlag. Ja. Das ist schon normal, was so schön brauchen wir. Also irgendwie tun die mir schon leid, ne? Werden von dir so richtig vermöbelt. Und noch ein Atomantit. Wir brauchen weitere vier Atomantit, dann haben wir ein Wall mit Witt plus 100. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen werden, also wirklich nicht, aber sollte man den Hinterkopf behalten. So, komm her, mein großer Tombari mit Laterne. Ey, mal ganz... Ne. Mal ganz ehrlich, da haut einem die Laterne im Kopf, dann bist du sowieso K.O. Achso, du bist doch schon Soldat. Dann nicht. Äh, zwei? Ja, hier. Ja, zwei. Doppelter Spaß. Vielleicht sollte man eine Wahl einsetzen. Wollte grad sagen. Äh. 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 Ja. 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 Dadurch, dass es hier nichts kostet... Ja, ich war das. Das macht das Spiel wieder Spaß. Ja. Nicht so wie vorhin. Das macht wieder Spaß. Ja. 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 Danke. Es wird ja auch nicht weniger. Es wird ja einfach nicht weniger! Ich hab das Gefühl, wir hocken seit einer St- mehren Stunden nur an einem, halt an einer Mission... Ein Job für Erste, so. Selbst Soldaten und Mitglieder beißen sich an Monstern, auf die wir gestoßen sind, die Zehne aus. Zweite und dritte sind diese Aufgaben nicht gewachsen. Stelle deine Qualitäten als Erste unter Beweis. Jetzt mal ganz krass gesehen, sind wir der einzige Erste noch, der lebt, mit... Ähm, ja, nee, wir sind der Einzige aktuell. Von dem wir wissen, vielleicht gibt's noch irgendwo einen oder anderen. Von dem wir wissen. Fünf Drohnen und es gibt ein Schützenauge. Okay, hier ist nichts, es gibt's. Wie viel machen wir noch, Hiproflaksen-Fause hier? Ach, du kannst gerne schon aufhören. Mach raus, das ist wahr. Wo soll denn hin? Oh, da steht unten MP-frei und dann nur ein Endlich-Zeichen nach, ist das schön. Ja, weil du keine MP-Kosten hast. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Und jede Magie kostet null, das ist sehr lustig. Jaaa. Leuchtband. Oh, ich seh meinen Lieblingsgegner da hinten. Ach, du auch? Helden-Tronk. Supi-Targa. Warum heilt ihr euch, ihr Deppen? Na ja, sie wollen halt dann überleben. Was sind die? Du bist als nächstes, denkst du so. Näh! Oh, da hab ich meine Gitarre wieder mit meiner Stimme mitgeklungen. Mit meiner wunderbaren schönen Stimme. Ähm, was? So, Elektroschock. Dann spielt mal mit dem russischen Bübchen. Was nicht viel aus hat, nebenbei bemerkt. Und das passt schon. Ich hab's kaputt gemacht. Die ganzen Nummer. Warte mal, hier noch. Ach, das können wir da noch? Ja, hab's noch nicht. Sag mal, hier. Können wir mal... Wir heben uns die mal jetzt auf den Rest, ey. Sonst krieg ich ja hier bald einen Bibs. Ähm, darf ich was sagen? Ja. In 954 gibt es ein... Ähm... ...ein Markt. Da kriegst du eine schöne Rüstung. Ahahaha... Okay, ich hab ver... Ich hab verstanden. Grüß. Huchos Monster. Na super. Irgendjemand hat Monster aus Huchos Labor und die Höhle freigelassen. Sie werden kaum zwischen Freund und Feind unterscheiden. Ähm, auch wenn es einen Verstoß gegen die Befehlskette darstellt, erteilen wir dir hier mal die Erlaubnis, dich im Falle eines Eingriffs zu wehren. Sechs Drohnen und eine Invictus. Ist nicht so, hat mich schon Invictus seit Langem. Oh, richtig. Ich hasse dich. Mag ich auch. Ne, also heute hasse ich dich wirklich. Dann kannst du mich ja später eventuell verklappen oder mit den Karten drüberfahren. Such dir aus. Ah, Phönixfeder. Flair. Da ist nichts. Habe ich gerade eine Kiste hinter dem Gegner gesehen oder war habe ich haarlos? Ne, da war auch irgendeine Kiste. Da ist auch eine Kiste. Hä? Ach so. Ich habe jetzt die Eingriff nicht gesehen. Ist auch gerade nicht. Das ist ein Unsichtbar. Geh mir doch ein Sack hier. Meine Herren. Schokomoppel fehlt an zehn Stück. Hm, die werden wir auch bauen. So, hier fehlen noch zwei. Eine ist da. Wo ist denn die Andere? Da hinten, oder? Warte. Hinter dem Gegner. Ne, das war keiner. Da ist keiner. Okay, habe ich mich verguckt. Da habe ich mich verguckt. Das ist nur ein Steinchen. Sorry. Da ist sie. Okay, es war nicht in die richtige Richtung. Es war nur ein Stock tiefer. Die Saarkraut. Hast du jetzt aufgehört mit zocken, ja, ne? Ne, ne, mach ich noch. Darfst du alles machen? Du hast noch ein Stück Brot ist daneben. Darfst du alles nachmachen? Nein, das wird wehtun. Yifrit, kannst du mir nicht antun. Alter. Alter, was? Ähm, weil? Nein. Nein. Falsche Zahl. Oh, oh. Das wird wehtun. Oh, oh. Das wird wehtun. Oh, wir haben es aber noch, wir haben es aber noch überstanden. Also ohne Ball hätte sie es nicht überlebt. Heieieiei. Sag mal! Oh, schnell! Oh, alter, ich hab ihn gehasst! Yifrit! Oh, haha, schnell Wall reingekloppt! Dann noch mal zum Magieschlag. Huiuiui! Schöne Reihenfolge! Huiii! Das ist nur 27.000, das ist doch aushaltbar, oder? Yifrit, hoff damit! Aua! Das ist aushaltbarer zumindest. Mal hält noch, ich hatte es im Auge wie lange ein Wall hält. Ja, mach ruhig. Ja, da links unten sind so schöne Zeichen. Ach, Vorsicht, aber trotzdem noch mit ausgekloppt. Und da sind wir unterbrochen, schön. Alter, ich freu' ich jetzt hier nicht gerade x. Ach, du bist doch voll, let's go! Voll AB! Putz! 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 Ich weiß nicht was du hast, du warst doch voll! Es sah doch extrem aus! Alter Finne! Lichty! Ja! Warum? Weil wir's können! 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 Professor Hojo wird es nicht gern hören, aber wir sind wahrlich beeindruckt davon, dass du seine Monster ausschalten konntest. Bei deinen Fähigkeiten solltest du mit jedem Gegner fertig werden, weiter so im Ernst drücke weiter vor. Sieben Truhen, eine SP-Barriere. Jetzt heißt es aber bitte nicht, dass wir hier die ganze Zeit... Och, na... Nein! Nicht die? Ich... Ja... Nein! Was dann? Wir haben jetzt nicht die ganze Zeit die Monster von Hojo am Backen, oder? Nee, nicht immer. Es gibt ein paar neue. Toll! Also, ein Sefirot werden wir hier unten nicht sein, auch wenn's bisschen wirr wäre. Ich raste bald aus, ey! Nicht die, wenn wir heute UNO spielen, gibt es halt nur plus vier Karten für dich, ich lust ja. Was seid ihr denn? Achso! Dann kann ich beide kriegen. Die kennen wir! Ich bin die... Ich bin die diese so gegen... Aua, die haben mich gebissen! Ja, das machen sie halt gerne. Die meisten halten den Sinn. Die sind halt sehr bissig. Die kleinen Fleischklößchen, hätte ich beinahe gesagt. Die sehen ein bisschen komisch aus. Lehre der Ärzte! Das Item ist nutzlos, nach meiner Meinung. Okay. Das ist nämlich ein Accessoire, das verdoppelt die Wirkung von Heiltränken. Hier gibt's mal nix auf der Brücke, ich werd wirrt. Oh nein! Hopsa! Hopsa, hopsa, tralalala, bald hopsen wir weiter da! Ich geh da raus jetzt! Die Kämpfe machen mich fertig! Oh Leute! Ich glaub wir brauchen mal ne Beat-Mause! Also einen könntest du schaffen. Ja, ich könnt's alles schaffen! Im zweiten hab ich grad nicht gesehen. Ich könnte ja alles schaffen, das ist ja nicht. Mhm. Flair erhalten? Also Flair. Flair! Regis! Wir haben diese Item schon so oft erhalten und wir haben sie nie benutzt. Ich dachte mir mal drei gestellt und wir haben Item kein Gegner. Hm, man lernt nie aus. Hm. Hier ist keine Käster. Okay. Da ist aber einer. Wir müssen also eigentlich alle hier hinten sein. Ne, da ist noch einer und da hinten ist... Oh Gott. Ein Heldentrunk. Ich hoffe die... Ich hoffe die erwischen wir. Ja. Ist sehr nah am Endross. Vor allem von der anderen Seite hat man die überhaupt nicht gesehen. Doch hat man... Oh, let's go! Ne, ich hab sie nicht gesehen. Achso. Oh, bitte! Bitte! Ja! Lebensflamme! Ah! Okay, Lebensflamme ist auch okay. Phoenix! Mach die Gegner! So! Feuerstäbchen! Ich wollte wirklich gerade unten mal zaubern. Geht doch da hin! Hä? Geht doch da hin! So, ich möchte... Ich mach jetzt mal nicht die Neuner, die machen mich kirre hier sonst. Aber eine Mission noch! Eine einzige! Ne, du hast gesagt bei... Bei... 9, 5, 4! Aber, 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 aber... Nein! Wir machen die heute nicht weiter! Das schaffst du! Wir machen jetzt die hier! Jaffis Nachrichten! Die sind noch hoffentlich entspannt! Ach, schade! Ja, die sind entspannt! Vielleicht! Vielleicht machen wir sie auch noch nicht. Aber nur vielleicht! Aber ich brauch jetzt mal was anderes! Du brauchst mal eine Pause! Und noch eine Nachricht! Eine weitere Nachricht von Yuffie! Diesmal scheinen sie die Unterwassergrotte aufzusuchen, wo es von bösartigen Bestiennusse wimmelt! Ihr Leben ist in größer Gefahr, Folge unverzüglich, aber sei auf der Hut! Drei Kisten und ein Todessprung! Ja, das sollte ein bisschen spannender sein! Huh? Ist das Yuffie? Yuffie! Nicht Yuffie! Yuffie! Nicht Yuffie! Mission Start! Boah, ich behele ich die! Ernsthaft! Ja, hier! Ich hasse dich! Ja, was denn? Ich hasse dich! Ich mag dich auch! So! Hallo Gegner! Butz! Aber eigentlich müsste ich hier mein Schwert wieder weg... wieder leveln können! Rein theoretisch! So gesehen, ja! So gesehen, ja! Also hier sollte es machbar sein! Ja! Eine Entspannungsrunde mit dem Schwert! Ja! Ach Gott! So ist das doch viel besser! Entspannt euch! So ist das viel schöner! Tja! Ja! Ja! So extrem war das doch noch gar nicht! Ich weiß nicht was du hast! Doch, das ist heftig! stille klinge halten und ich habe kein seismos schwarz schwarz kunst ich habe mit magieschlag umgenutzt den geht magieschlag noch die unverwundbare dinge sind und ich habe ihn mit dem was ist das? ich will nicht diesen kleinen Dumpen komm jetzt, Yuffie, ich weiß, dass du es willst egal, was es ist, schifte, kleine Brat Pitol da 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 So, dieses Mal aber. Also gut, der letzte Schatz war doch nicht so toll. Den kannst du ruhig behalten. Aber diesmal geht es wirklich um etwas ganz, ganz Wunderes. Und zwar um einen fantastischen Schatz irgendwo in der coole Mine. Der ist natürlich nur für mich reserviert. Komm nicht auf die Idee, ihn dir unter den Nagel zu reißen. Die Göre geht mir auf den Sack. Entschuldigung. Sie ist doch ganz nett. Die letzte Nachricht. Und noch einmal hat Yuffie sich gemeldet. Der Schatz, auf den sie es diesmal abgesehen hat, soll in einer Mine verborgen sein. Das Leben des Mädchens mag zwar nicht zu unmittelbarer Gefahr sein, doch die Mine beheimatet zahlreicher Monster. Der Schatz könnte die Mühe wert sein. Sechs Drohnen und einen Elektroschock. Gott, MLA. Entspann dich. Wer, ich? Ich kann mich jetzt gerade hier nicht entspannen. Ja, wo du musst kämpfen? Woher? Oh yeah. Brandreifer heißen? Ich kann mich jetzt auf... Ach, so gefallen mir doch die Kämpfe hier. Schnell, zackig und wunderbar. Und Flüschig hast du vergessen. Und Flüschig. Die Gegner machen weniger Schaden, als wie der Regina arbeitet, also... Ja, ich sehe es die ganze Zeit. Du bist mehr und weniger gerade. Jaaa, 78! Du bist also gerade mehr oder weniger unzerstörbar. Voll OP. Voll OP wärst du, wenn du merkst, HP hättest. Du magst Eingriff und so, darfst du noch nicht haben. Hupsala. Warte was? Jaaa, da hat es mich gejuckt. Er war ein Jucke-Gegner. Oh ja. Hau doch ab! Schlitzern! Schlitzern! Also hier könntest du theoretisch deinen Schwertor aufleveln, indem du einfach nur so mit 4 Kopfküft x-Darsteht und dich haust. Jaa. So gesehen, jaa. Na komm, krass an. Oh, mein Handy ist aus und es sagt nicht mal wenig Akku oder so. Okay, ist ja jetzt nicht so schlimm, hören ja eh gleich auf Licht, wir machen ja nur noch die Quests mit ihr hier, mit Juvie, also alles gut. Almosen. Erstmal Handy laden, viel Spaß dabei. Oh, ja. Aber warum hat man Handy nicht gepiept? Vielleicht hat es ja doch irgendwie gepiept. Elektroschock erhalten. Vielleicht hat es, wir haben es einfach nie mitgekriegt. So. Mir geht's gut. Meine neuste Schatzsuche hat mich in die Ödnis verschlagen. Bisher gibt es keine Spur von einem Schatz, aber den finde ich schon noch. Ist ja nichts, als hätte ich mich hier verirrt. SOS, ein weiterer, oder SOS, ein weiterer Schatzmeldung von Juvie. Sie gibt sich wie immer tapfer, doch sie könnte sich in der Ödnis verirrt haben. Wir machen uns etwas Sorgen um sie. Tu uns den Gefallen und sie nach ihr. Vier Kisten und es gibt ne Flair. Was? Juvie wurde sicher falsch gepolt bei den N... Was? Gepolt bei den N... Ich mag sie sowieso nicht. So, warte mal, warum müssen wir denn hin? Wir müssen da hin. Gepolt sind wir, sie meint genau das Gegenteil. Ja, das ist ja nichts... Das ist ja nichts Neues, nicht die. Bei ihr. Loderreif, okay. 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 raus. Wenn sie zuعلieren... Aus. Augest. Caiss. Passt auf. Aus. 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 ach ja tarot karten erhalten ja das ist schade das stimmt allerdings aber naja was soll man machen es tut mir echt leid hier echt hier ach ja der homelie schlägt sich durch ich hau alle um am band ist im mittelgeboss was macht sie fertig es Und auch die vorletzte SOS. Eine Hilfe gesucht von Juffi. In welchen Schwierigkeiten sie steckt, verrät der Inhalt der Nachricht nicht. Ihr geht es sicher gut, trotzdem solltest du lieber nach ihr sehen. Ach ja, scheiße, stimmt, 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 die Mail. Komm nicht. Meine Schatzsuche hat mich in die Slums geführt. Den Schatz habe ich zwar noch nicht gefunden, dafür aber zig Monster, die mich in die Enge treiben. Aber kein Problem, der Schatz gehört sowas von mir. Ich muss los, ein Monster läuft bei meinem Anblick gerade, das Wasser im Monster sind. So, haben wir schon vorgelesen, es gibt drei Kisten als Meister der Gegenstände. Ah, dieses Vibe, ne? Geht's wieder mal eins. Ich öffne mal die Armband des Bergschokobos. Was mir gerade auffällt, hier ist auch die Musik, die du im MW-Mail hast. Das hört mir jetzt auch. By the way, do you make music come to us? Ah, okay. Also, was war vorher, da. So, wo sind die böden Kisten? Ich krieg hier Ball. Ist echt ein anderer Waffe. Da ist einer. Alles klar, ich gebe es gleich. Da ist die Kiste. Da ist die Kiste. Hier halten, sehr gut. Jetzt haben wir alle drei Kisten. Jetzt können wir zum Gegner gehen. Oh, ja. Der arme Sack. Meister dagegen schon, ne? Ach so, wir haben ja wieder, haben ja kein, doch, wir haben ja mehr. Kein Betreff. Ich bin im Inneren der Platte, mir geht's gut. Komm nicht auf die Idee, mich zu suchen. Mhm. So, SOS. Eine weitere Mail von Juffi. Sie enthält keinen Betreff und wurde anscheinend in Eile geschrieben. Diesmal könnte sie im Ernst in Schwierigkeiten stecken oder auch nicht. Die Entscheidung, ob du der Suche auf den Grund gehst, liegt bei dir. Willkommen zurück, liegt die fünf Kisten und es gibt die Stopp-Klinge. Ja, hab ich. Sie war in der Ecke. Okay, sie ist da oben. Wow! Wow, 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 wow. Jetzt hab ich's grad ein bisschen übertrieben. Na, das war jetzt auch grad ein bisschen knapp. Mega-Trank, sehr gut. So, wir gucken auch wieder hier. Was ist denn hier? Okay. Team Elements zweimal hintereinander. Was ist denn hier los? Naja. Lass hier ein Dorlicht. Die hat halt Langeweile. Ey, wollt ihr mir jetzt grad ernsthaft... Da ist ne Kiste. Wodt kaputt. Eine Bannklinge. Okay. Giftklinge. Oh, beide gleich erwischt. Ach ja. Superdrank. Okay, jetzt gehen wir langsam wieder zurück. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Jetzt müssen wir nach unten. Und da ist die letzte Kiste. Diamantreifer, okay. Irgendwie erinnert mich das viel ein bisschen an... ...aus dem Spiel hier... ...so Last of Us. Einer von den Infizierten. Oh, okay. Oh, okay. So. Oh, okay. Yuffie, you there? One. To restore Ruutai's glory. Two. With an undying passion inside. Huh? Three. I will see vengeance. Against Shinra! On guard! You know that I just helped you, so cut it out. You're gonna give me some answers today. Tell me, how do you know all this dangerous information? And Wutai, an anti-Shinra group just set up a base. I stuck in there and took all the information I wanted. I know that place like the back of my hand. You know, that's really dangerous. You're the one in danger. Now for the final battle. Accept my challenge. Ähm... Fia, ich hau Yuffie auf den Po, ja. But before that... You don't know what's gonna happen. You don't know what's gonna happen. So, I think you should save your progress. Ne, mach's nissig. Oh. You turn around to quit. You need progress. She... Treasure quest... She... Failed... Ugh... Got a... Come on! Crying again? Yes! I got a treasure! Is... Is that Bahamut Fury? Seriously? That's a no-go! Give it back! Oh, Leute. Secker hielt die Materia nach wenigen Tagen zurück. Vermutlich wusste sie für diese mächtige Waffe nicht anzuwenden und verbannt und verkannte so den wahren Wert. In den Jahren darauf jedoch begann Yuffie Talent zu erblühen und führte sie auf den Weg einer Materia Jägerin. Doch das ist eine andere Geschichte. Oh, ne. Stoppling erhalten. Oh, ja, ja, ja. So, yuffie färtsch. Ja. Yay! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Machen wir die jetzt noch? Was haben wir jetzt hier noch? Das genaue Accessoire-Hersteller. Was haben wir hier oben? Die könnten wir auch noch machen, ne? Die oben. Genesis-Truppen. Und da hat man ja letztes Mal so gefailt. Aber jetzt müsste es ja rein theoretisch gehen. Okay, wir machen noch ein bisschen, ihr Lieben. Es tut mir echt leid, aber wir machen heute noch ein bisschen was. Richtig, es tut mir auch für dich leid, weil du musst alles nachholen. Was? Du musst halt aufpassen, dass er dir die 100% Stärke nicht drauf kloppt, wie... Bei der Mission ist es bei der 9.5 oder bei der anderen? Ach, bei der Genesis-Mission. Wir machen jetzt erstmal die. Damit Licht die aufhört, hier zu heulen. So. Ungewöhnlich starke Monster. Wenn unsere Daten stimmen, sind diese Monster ungewöhnlich stark. Die Höhle muss die Quelle ihrer Kraft sein. Wir analysieren gegenwärtig die Monster-Daten bereits abvorsteiger Gebiete, doch sie reichen nicht aus. Stoße tief in den Tunnel vor und beschaffe uns weitere Daten. Ich heul doch nicht. Nein. Sechs Truhen, es gibt den Schutzring. Wir machen jetzt die, bis die diesen bekloppten Laden da haben. Und dann machen wir die oberen Missionen mit dem... Dings noch. Mit den, ähm... Na, sag schon. Mit den Genesis-Repliden. Repliden. Repliden. Der Laden ist nicht nur bekloppt, er ist dann auch extrem teuer. Und warum soll ich den Laden jetzt unbedingt holen? Dunkel-Opal. Weil du es haben willst. Ach, komm. Nur noch... Nur noch nicht weiß, alles klar. Na, wenn du das sagst, Lichty. Drei... Drei plus... Elementangriff. Geleitwache Okay, dann haben wir damit alle Drohnen Und jetzt können wir uns mit dem da hinten anlegen Kriegen jetzt wahrscheinlich übelst eins Auf die Fresse Ach, das ist ein Hippogriff Was, ich mag die Musik In den 9er Missionen Das war jetzt easy Das war jetzt mal eine entspannte Runde Schattenversand, okay Anormale Kräfte So 9 Euer Ernst Königskrone Ey Wenn dieser Schattenversand gedöhnt sei Jetzt nichts gut ist Also nichts gut ist, bringt Lichty Dann Echt dann Schnadel dir heute alle Pichos Das ist natürlich blöd, wenn sie das alles blocken Das war jetzt Das war jetzt Oh, no, you don't. This'll do. This is gonna sting. Bye now. Gonna love this. Taking you down a bit. This is gonna sting. Bye now. Gonna love this. This'll do. That's enough. Heads up. Oh, no, you don't. Oh, wisst du was, was wir machen hier? Weil du bist ja morgen noch nicht fertig. Da ist was Gutes drin. Na, hoffe ich doch. Eine Phönixfeder haben wir erhalten. Ein Dunkelopal. Ein Platinreif. Okay. 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 Verzweiflungsschlag. Ach, geht mir nicht auf den Sack. Mit denen habe ich jetzt keinen Bock, mich anzulegen. Die sind dann alle wieder gepusht. Edelsteinring. Das wird schwieriger. Ah, wie viele Kisten sind es genau? Verzweiflungsschlag. Achso. Ja gut, ich habe das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, siehst du? Lorbeerkrone. Okay. Okay. Activating combat role. Bis zum nächsten Mal. Was? Können wir den Magic Pod beglücken? Ja, Kauffrausch! Wir haben alle Läden erhalten. Mailadresse von Schattenversand erhalten. Neuer Laden verfügbar. Yay! So, warte ich. Ich speichere erstmal. Moment. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der jetzt hier... Mann! Ah, ich sehe es schon. Das da. Setzen die Kosten auf Null, wirkt... Was? Okay, wirkt Analyse. Können wir da nicht einen Kredit aufnehmen? Ja, ich weiß. Können wir da nicht einen Kredit aufnehmen oder so? Ja, das machen wir dann später. Oh, wie ging denn das nochmal mit dem Verkaufen? Ach, zum Verkauf wechseln. Okay. Ah, das machen wir später, Lichty. Ich lasse das dann nochmal ganz kurz laufen, dann später. So, wir machen jetzt diese blöden Quests hier noch fertig. Meine Herren. Ach ne Gott, das ist die 3.5.4. Verfolgung der Repliken. Nach dem Sieg über den Ansturm der Genesis Repliken konnten wir den Feind aus der Umgebung mit Gas vertreiben. Jetzt geht es den gegnerischen Truppen keine Verschnaufbote zu gönnen, stürmen wir in die neu entdeckte Basis der Genesis-Truppen und lehren sie das fürchten. 4 Drohnen und es ist eine Ultima. Müssten wir jetzt rein theoretisch ja schaffen, durch die ganzen Sachen, die wir jetzt hier haben, neu bekommen haben, neu gemacht haben. Noch eine coole Rüstung wäre die 9-6-4, aber das machen wir nächstes Mal. Ja, bitte! Eine Sprengklinge, das machen wir bitte mit anderen anders. Also ich würde gerne morgens streamen, ich weiß nicht, ob du da morgen Zeit aussichtst. Tombari, Tombari, Tombari! Tombari! Okay. Aber licht dir jetzt mal eine Frage. Ist jetzt nicht eigentlich, ähm, Airways Magie eigentlich voll überflüssig in dem Sinne? Ja gut, bis auf das halt. Und halt, FP, FP verschwert, ja gut. Oh du Sack da hinten! Voll offensiv rein, ohne Rücksicht. Immer ohne Rücksicht. Loll! Schön. Das war easy. Ja, aber so was von. So. Eliminierung der Repliken. Soldat und Shinra-Anheiten zerstören eine Genesis-Basis nach der anderen. Die verbliebenen Genesis-Truppen scheinen nun einen vernichtenden Gegenangriff auf die Shinra-Truppe zu planen. Schaltet die verbleibenden Feinde aus, ehe sie aufmarschieren. Eine Kiste und es gibt drei Schokomoppelfedern. So, wo ist die Küste? Da. Felix-Feder. Okay. Warte, da haben wir die Mission eigentlich schon fast so gut wie fertig. Ach du Heiliger! Ja. Da. Oh, no, you don't! Taking you down, this is gonna sting! Heads up! Oh, no, you don't! You're in for it now! Prove your honor. Here we go! Gonna love this! Heads up! Oh, no, you don't! Taking you down, I'm gonna love this! The end! Was ist das denn jetzt gerade? Na, gib mir eben auch nochmal! 79! Das war Konter, okay. So! Die letzten Kämpfer Genesis. Die Schlinge um den Hals der verbliebenen Genesis-Truppen zieht sich allmählich zu. Sie verschanzen sich in ihrem letzten Schrittpunkt, indem sie an der Konstruktion ihrer bisher leistungsstärksten Genesis-Repliken arbeiten. Unsere Schwerer haben ihr versteckt ausfindig gemacht. Zerstöre die Repliken und vernichte den Feind. Drei Kisten, es gibt einen Angriffsp-Turbo. Und dann drehen wir uns wieder um. Okay, wir müssen einmal noch komplett durch das Ding da durch. Und Dunkel-Opal. Okay, hier ist nichts. Oh, ja gut, boah, Attacke. Ups. Sag mal! Was soll denn hier? Okay. Okay. Scheiße. Ich habe nichts gesagt. Du musst besser aufpassen. Ach, Dani, halt die Klappe, ey. Und willkommen im Stream. Oh, 200.000 Gil. Oh, fast. Fast. Mir geht es wieder besser. Und hoffentlich dir auch. Vielleicht muss ich guck gleich mal. Ich mach das doch gleich nochmal auf. So, gehen wir hier nochmal gucken. Nein, vergiss es. Lauf mit deinem Bohren. Oh, Alter. Geht es? Bödes Boah-Ding. Was am Arsch. Oh, warte, 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 warte. Freut mich, dass es dir gut geht. Das war ja wieder klar, dass wir hier umsonst hochgerannt sind. Dann muss sie beim Gegner sein. Bei dem Endgegner, meine ich. Ach, geht mir nicht auf den Keks. Nee, mit euch will ich nicht spielen. Ihr seid böse. Da ist sie. Boah, Alter. Haut ab jetzt. Innerst der Führerrat, wirst du mir helfen? Okay. Komm, hier jetzt. Hier geht's. Hier geht's. Hier wird es bleiben. Meine Güte. Phoenix-Feder. Ach, hier ist ein Scheiß-Ding. Okay. Ja, das ist ein Scheiß-Ding. Dieses Nicht-Aufgehalten-Werden ist echt toll. So, mal gucken. Oh, das sieht doch schon mal super aus. Wollen wir die jetzt noch fertig machen? Das Problem ist, der fängt ja irgendwo, der kommt ja irgendwo, ne, Lichty? Ne, der kommt doch irgendwo. Ja, total random. Okay. Ähm, dann machen wir's jetzt so. Ach, ist eigentlich egal, bei welchem. So. Was sollte ich verkaufen? Wie hieß es? Goldbarren. Genau. Kann man das hier sortieren? Das ist so zum... Halt. Da. Ne, Goldarmband. Das ist was anderes. Ähm. Okay. Mach mal alle, oder? Mach's. So. Jetzt gehen wir zum Schattenversand und holen uns den Genji-Helm. So. Ähm, ich bin gerade am überlegen. Ich bin gerade am überlegen. Ähm, warte mal. Der Genji... Sitzt im P-Kor... Oh, da, da, da. Okay. Uh. So. Wir speichern kurz. Und jetzt machen wir noch die letzten zwei hier. Also die hier noch fertig. Und dann soll's für heute auch mal wieder gewesen sein. Der Arme liegt... Der Einsatz des Schwertes ist auch krass. Das ist schön. Liegt jeder Arme, der muss alles nachspüren heute. Oder jetzt die Tage mal. Also. Mittlerweile bist du bei der Erkundung der Höhle auf dich allein gestellt. Ach. Ernsthaft. Die anderen Einzel-Daten haben nämlich schon aufgegeben. Es erwarten dich immer grausamere Monster. Sei wachsam. Vier Kisten und es gibt Feuer der Hölle. Höhle. Nicht Hölle. Höhle. Meine Güte. Ich bin durch. Ich bin einfach durch für heute. Also Lichty, wir spielen heute entspannt Uno. Wir spielen heute ganz entspannt Uno, bitte. Wenn ich jetzt heute noch irgendwie Smash spielen will. Müsste. Hä, was ist das denn? Meine Hand. Oh. Oh. Was, ich hasse UNO, ziehe da mehr Karten, als ich selber welche lege. Ja, das tut mir aber leid. Ich dachte, Ziel des Spiels wäre es, alles abzuheben. Nein, die ich lieb. Tut dir nicht. Ne, du tut's auch nicht. Du bist bei mir sowieso unten durch. Ah! ich weiß gar nicht was du da lachst, es ist wirklich so, es ist ernst gemeint Dani oh, hier, schön, zwei Feuer, Elixier und Schokomappelfeder, Mount Kistenhausen und da ist die letzte, und es wird wieder was auf der Brücke kommen, Heldentrunk aber weißt du was ich mache? ich bin jetzt mal ganz kacke oh, geht man nicht auf den Keks bitte nicht wieder was auf der Brücke ach Leute so so haaaaaaah aktivieren in combat mode later haaa 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 das braucht man nicht mehr haaa 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 Oh, der ist ja nur noch! What the hell? Ja und die hier unten, die letzte Reihe. Oh Gott, So, noch tiefer. In dem Gebiet, das du in der letzten Mission untersucht hast, sind Wachhunde aufgetaucht. Sie können von allein wild geworden sein, wahrscheinlich ist aber, dass äußere Einflüsse für ihr Verhalten verantwortlich sind. Du musst weitere Informationen zusammentragen und setzen dabei unsere Analyse. Sieben Kisten und es gibt eine Mega-Flare. Die Reihe 9-6 wird extrem, also als Vorwarnung. Danke, Lichty! Und wir drehen uns wieder um. Okay, hier ist nichts. Sieben Kisten. Okay. 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 Hörst du mal auf mich mit Säure zu bespucken? Ich glaub, Sack! Ach, das ist schön, wenn man hier, wenn man hier nichts mehr zahlen muss für irgendwas. Keine MP, keine FP! Säure zu bespucken! Säure zu bespucken! Nichts mehr! So, da ist eine Kiste. Die Möbel sind da hinten am Ende sowieso da hinten lang. Also von daher. Es gibt leider aber nichts, was einen unverwundbar macht. Ist egal! Toll! Auch wenn man mit einem Item sehr nah dran ist. Okay. Armband des Himmelsschokobos. Wir gehen erstmal geradeaus durch. Die 100%-Belohnung. Ja, die müssen wir jetzt aber erstmal machen. Hat man schon. Und TB-Boost auf Plus. Ist jetzt mächtiger. Yippie. Keine Kiste hier? Ich bin aber enttäuscht. Ne. Äh, okay. Okay. Bam! Seel-Seelstein erhalten. Okay. Okay. Da bin ich mal auf die 100%-Belohnung gespannt, was das ist. Glücksbringer erhalten. Nein, ich würde es nicht wissen. Das werden wir sehen, wenn wir morgen weiter streamen. Ja, Hades-Magie. Komplett voll. Yay. Jetzt geht es aber los hier. Oh! Hallo? Du kleines überreagierendes Gras. Oh ja. Hemethyst, komm. Äh, Genesis ist Hemethyst. Ja. 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 Das war Feuer. Ja, aber wie? Das hat jetzt echt ordentlich weh getan. So, zwei Kisten fehlen jetzt noch. Ach. Aber wo sind die? Wahrscheinlich beim, beim... Ach komm. Geh mir nicht auf den Sack hier. Ja. Ach so, das... Ja. Die hatten wir auch schon genug heute. Ach ja. Lass mich doch in Ruhe jetzt. Siehst du, da sind die zwei Kisten. Wir müssen wohl bald Will erhöhen. Ja, gut. So. Jetzt haben wir alle Kisten. Das ist ein über... Oh Gott, das sind überreagierende Gräser. Wollah, die Waldfee. Malo? Oh, jetzt bin ich aber voll reingerannt gerade. Oh, Manu, jetzt kommt, macht mich hin, ich fertig. Ah, warte, 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 genau, ich wusste krass sagen, Ball rein, dann tut die Energie weniger, Aua, Mega-Flair erhalten, so, und jetzt, meine Güte. Geht doch, yay. Achso, wir sind jetzt schon fertig mit der Fünfer, oh Gott sei Dank, so was haben wir denn hier, die Anließe in der Gesicht, oh ne, oh ne, okay, ne, das mach ich heute nicht mehr, und das machen wir morgen auch ganz entspannt, das hier, so, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle, wir haben jetzt sechs Stunden gezockt, also Quasusquark gezockt, und sind ganz schön weit gekommen, also nebenbei bemerkt, wir haben jetzt noch drei Prozent, glaube ich, ja, noch drei Prozent vor uns, was das zu machen wird, nervig, egal, wir machen das morgen ganz entspannt, ich bedanke mich bei euch, Moment, Quatsch, und dann können wir bald da drauf drücken, vielleicht, vielleicht schaffen wir's, je nachdem, wenn wir anfangen, vielleicht schaffen wir's noch, und machen das morgen alles komplett, je nachdem, aber morgen wird auf jeden Fall Quasusquark streamt. So, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen, vielen Dank an Lichti, dass er wieder dabei war, vielen, vielen Dank, wo du dann jetzt gerade nicht mehr dabei warst. So, gut, gerne doch. Gut, haben wir jetzt gerade keinen zum Waiten, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstagabend, erholt euch gut, wünsche euch noch viel Spaß, und dann sehen wir uns morgen, ich denke mal, wann haben wir angefangen heute, um zwölf, so gegen zwölf, ich denke mal so gegen, ja, auch wieder um dieselbe Zeit, denke ich mal. Und dann machen wir den Rest. So, dann bis morgen, ihr Lieben. Tschaui.